Okay, na endlich. Leute, ihr müsst mich zum Partner machen irgendwann. Dieser Kampf ums Transcoding an einem Freitagabend um 18 Uhr ist einfach nur furchtbar. Aber hey, ich habe es geschafft. Ich glaube, es waren jetzt sechs Neustarts. Egal. So, ich mache euch mal Mucke an und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Schauen wir mal, was heute läuft. Vielleicht läuft irgendwas episches. Es würde zu Horizon Verbidden West passen. Gucken wir mal, ich drücke den Knopf. Und es dauert immer einen Moment. Wahrscheinlich muss die API erst starten. Naja, keine Ahnung. So, bis gleich, ne? So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist tatsächlich das Problem, man kann halt nicht einen Livestream klippen, der nicht live ist, also doch, man kann die Watts klippen, aber Watts gibt's ja nicht mehr. Oh, ja, 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 ja du tatsächlich darauf anspielst. Das wäre etwas creepy. Das wäre tatsächlich etwas creepy. Na? Hallo, Hund? Hallo? Sammy stand gerade neben mir, Hintern an der Heizung, ne? Erstmal schönen Hintern aufwärmen. Als wäre es hier in der Wohnung nicht warm genug. Ne? Ja. Und jetzt unterm Tisch stehen und mich mit ganz großen Augen angucken, der ganze Hund wackelt, weil ne, das, äh, ja. Du hast die Untertitel angemacht, da du nebenbei am Arbeiten bist. Da kannst du mir während dem Telefonieren leider nicht gleichzeitig zuhören. Daher kannst du dann wenigstens lesen, was ich sage. Hey! Das ist zwar nicht unbedingt die Funktion, die damit angedacht war, aber das ist voll in Ordnung. Abgesehen davon, dass die Untertitel gerade wieder kaputt sind, offensichtlich. Schön, dass die einfach random immer kaputt gehen. Was ist denn los, Hund? Was bist denn du jetzt so aufdringlich? Na, die böse Alte will alle macht. Ja, das dachte ich mir. Das, äh, dachte ich mir. Das wundert mich jetzt relativ wenig. Na, Hund? Hallo? Magst du mal die Nase zeigen? Die Nase. Hier. Da. Oh, da. Da war die Nase. Ihr habt sie gesehen, oder? So ganz klein hier am unteren Bildschirmrand. Die Untertitel gehen nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich hab's auch grad gesehen und grad erwähnt. Es ist... Es tut mir leid. Es ist, äh, ach, schön. Ach, Mann. So ein Rotz. Ja, das, äh... Oh! Oh! Funktionieren sie wieder? Jetzt gehen sie wieder. Warum auch immer. Es ist... Es ist faszinierend. Es ist absolut faszinierend. Naja. Ah. Woher sollst du wissen, was ich sage, wenn die nicht gehen? Ja, ich weiß. Ich hab auch keine Ahnung, warum die kaputt gehen. Da ist kein Log und kein Garnix. Ich kann nichts prüfen. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Äh... Es ist sehr, sehr schade. Aber... Naja. Da muss ich auch nochmal recherchieren, ob es da eine bessere Lösung gibt als dieses Plugin. Windows hat doch auch irgendwie so eine komische Funktion, oder? Das muss doch auch irgendwie gehen. Naja. So. Äh... Manchmal muss ich den muten. Dann werden die Untertitel eben praktisch. Ja, 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 ja. Dafür waren sie eigentlich nicht gedacht, aber... Das ist richtig. So hab ich das noch nie gesehen. Dass man sie dann halt... Ja, dass man halt dann lesen kann. Aber, äh... Ja. Und Frankie hat bereits... Oh mein Gott, Frankie, du greifst viel zu weit voraus. So weit sind wir doch noch gar nicht. Aber du wolltest, äh... Tischler werden. Banker? Inspiration, Geld? Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Politiker? Inspiration, Welt verbessern? Mhm. Jetzt willst du in die Forschung. Damit kannst du wieder in den Lörk. So funktioniert eine Talkrunde, nicht Frankie? Aber stimmt, ja. Ja, richtig. Du bist ja quasi noch dabei, äh... Deinen Beruf zu formen. Auch schön. Du willst nur Senf dazugeben. Ja, aber... Du greifst mega weit voraus. Ist aber in Ordnung. Ich finde es tatsächlich interessant. Ich finde es tatsächlich sehr interessant. Tischler fände ich auch, äh... Echt gut. Also, ne? Das, ähm... Ich schaue vielleicht auch öfter entsprechende Videos auf YouTube und so und ich finde das schon sehr faszinierend, was da geschieht. Banker? Ja. Das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Politiker? Wir haben mir jetzt persönlich selber nie in den Sinn gekommen. Welt verbessern? Ja. Das schon, aber... Ja. Jetzt willst du in die Forschung. Aber welche Forschung? Das Feld Forschung ist riesengroß, ne? Man kann alles forschen. Man kann auch forschen, wie man ein besseres Spiegelei macht. Ne? Das ist das Interessante. jetzt tatsächlich. Und was heißt hier mega weit? Naja, es ist, äh... Das Thema ist tatsächlich erst auf dem zweiten Agenda-Punkt hier in meinen Notizen. ist, äh, ja, der Just-Chatting-Content wird aktuell massiv ausgebaut. Und hi, Nana! Hallöchen! Hi! Vater ist halt Tischlermeister, als Kind ist Vater-Figur, halt schon ziemliche, äh, Kindheitsheld. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das stimmt schon. Informatik-Quanten-Informatik-Security. Oha! Ja, okay. Da bin ich dann auch raus. Bei Quanten-Informatik bin ich komplett raus. Das, äh, übersteigt aktuell tatsächlich meinen Horizont. Aber nice! Wird dann der Master in die Richtung erst, äh, äh, ja, okay. Ja, klar. Ja, macht, macht Sinn. Ja, erst mal Grundlagen und dann die Spezialisierung. Aber cool. Sehr, sehr cool. Tatsächlich. Cooles Thema. Böse Halte macht auch gleich mit. Ja, okay. Dann, äh, ziehen wir den Punkt halt einfach vor. Der erste Punkt wäre eigentlich nur gewesen, ob ihr weggeweht wurdet. Ich wollte irgendwann mal den, den Spruch noch bringen. Oh, da wurde jemand in den Chat reingeweht. Das, äh, ist schön. Aber gut, ja, dann, äh, ja. Dann sind wir halt schon mittendrin. Und Nana hat's verpasst. Warum nicht mehr Updown Getaway? Ähm, ja, die Frage kriege ich aktuell öfter. Tatsächlich. Ähm, das ist vielleicht auch, eine Frage, die ich in die FAQ packen hätte sollen. Äh, die ich inzwischen online habe. Ähm, aber kurz gefasst, äh, ich war mit dem Namen nicht mehr zufrieden. Ähm, und konnte mich nicht mehr wirklich damit identifizieren. Und dann war eh diese ewig lange Stream-Pause jetzt bis vor zwei Wochen. Ja, vor zwei Wochen war der erste Stream wieder. Ähm, und, äh, ich hatte einfach auch das Gefühl, dass er mich einschränkt. Der Name war zu kompliziert. Ne, das ist kein gutes Zeichen, wenn man sich selbst immer bei seinem eigenen Namen verschreibt. Und, ja, nee, deswegen bin ich auf was gegangen, was total zu mir passt. Weil, ne, weil es einfach meinen Namen enthält und, äh, mir auch jegliche Möglichkeit, sage ich mal, offen lässt, was für eine Art von Content ich machen will. Weil es gibt, glaube ich, kaum offenere Wortgebilde als Name und Macht zusammen. Und, äh, ja. Deswegen, deswegen tatsächlich der, äh, der, der, ähm, ja, der Namenswechsel. Also jetzt, jetzt ganz kurz gefasst, ich müsste nochmal in mich gehen und, äh, da war noch ein bisschen mehr dabei, aber das ist so, so... Der, der, der Kern des Grundes, sage ich jetzt mal. So, so in der Richtung. Du hast gerade die Benachrichtigung bekommen und dachtest, hä? Wer, wa, 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 wat? Wer ist dat denn? Ich glaube, du bist nicht die einzige Person, der es aktuell so geht. Ähm, gehe ich jetzt zumindest mal ganz, ganz stark von aus. Also, ja. Ja. Was, wer bist du denn? Hä? Schön. Ähm, aber hey. Es hat dich neugierig gemacht. Das heißt, es hat irgendwie auch funktioniert, ne? Das ist, äh, ein kleiner Sieg für mich. Und, hey, ich konnte an. Hi, Hallöchen. Ah, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier nachholen. Böse Alte hat er noch geschrieben. Äh, Böse Alte wollte kleines, äh, nein. Wollte kleines Mädchen werden. Nein, nicht ganz. Lesen, Benni. Lesen. Ähm. Als kleines Mädchen wolltest du Tierärztin werden. Dann wurde dir klar, dass, äh, dass du auch Tiere einschläfern musstest, äh, müsstest. Und dass, äh, manche auch mit Spinnen und Schlangen kommen. Dann warst du dann schnell weg von der Idee. Oha. Ja, gut. Ähm. Ja, das mit Spinnen wäre bei mir auch so. Ja, mit Schlangen hätte ich weniger die Probleme. Die finde ich cool. Aber Spinnen ist... Ähm, äh, äh, auch echt nicht meins. Äh, ne. Auf Spinnen kann ich gut und gerne verzichten. Das, äh, muss nicht. Absolut nicht. Ähm. Kleiner Background. Ja, ja, äh, äh, interessanter Weg. Interessanter Weg auf jeden Fall. Und hi, Uli. Hi. Hallöchen. Ein stürmisches Moin Moin. Hat's dich quasi hier reingeweht. Ha. Ich konnte ihn endlich bringen. Yes. Ah, schön. Ja, ja. Ach so, ja. Ähm. Sollte hier plötzlich Black Screen und so sein, ne. Also richtig alles weg. Ich weg, Stream weg, Chat weg. Dann hat's sehr wahrscheinlich hier einen Stromausfall gegeben. Äh, und der Sturm geht richtig ab. Gerade ich guck mal eben. Ähm, es war nämlich, also wir haben massivste, äh, Orkanwarnung. Und sagen wir es mal so, ich glaub, ich zeig euch das mal. Äh, Moment. So, Bremen. So. Na, wo haben wir es denn? Hier. Ich zeig euch das mal. Das sind die Windgeschwindigkeiten, die mir Google gerade anzeigt. Und, äh, ich sag's mal so. Das ist das Schnellste, seit ich hier wohne. Und ich wohne hier seit über acht Jahren inzwischen. Deswegen, ich weiß nicht, was passiert, ne. Sollte ich hier plötzlich im Dunkeln sitzen und ihr auch. Also, quasi, im übertragenen Sinne, dann wisst ihr warum. Was war denn das für ein Geräusch? Moment. Ach, Hund war's. Okay. Wie hoch ist es? Ja, an die 70 kmh. Und das ist nur die mittlere Geschwindigkeit. Teilweise bis zu 120 oder 130 kmh. Also, richtiger, richtiger Orkan. Also, puh, ja. Das wird, wird krass. Ich muss dann nachher nochmal mit Sammy raus nach dem Stream und so. Und, äh, wahrscheinlich muss ich aufpassen, dass die nicht weggeweht wird, ne. Die hat nur ungefähr zehn Kilo. Ja, muss ich, muss ich die Leine zweimal drumrum. Äh, so. Ich hatte ja auch beim alten Namen. Weiß gerade nur dieses, ich kenne den Namen nicht. Warum folge ich dem? Ja, 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 nee, nee. Aber das, äh, ja, nee. Der Name hat einfach nicht mehr gepasst. Und, äh, mit dem hier bin ich sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, dass ich auch glücklich bleibe damit. Also, da bin ich sehr, sehr auf, äh, nein, sehr hoffnungsvoll, was das angeht. Das hat uns ja positiv gestimmt. So. Jetzt muss ich hier so ein bisschen, äh, kurz mal Nachrichten sortieren. Hier sagen sie Orkanböen von 1270 kmh. Das ist Überschallgeschwindigkeit, ne? Ja. Also, ja, gut. 120. Aber war ein schöner, schöner Verschreiber, finde ich. Ähm. Ich frage mich, ob es tatsächlich irgendwo so krasse Windgeschwindigkeiten gibt. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Jupiter oder so. Da würde es mich nicht wundern. Hier auf dem Planeten Erde, glaube ich, gab es das noch nicht, ne? Also nicht, dass ich wüsste. Kirill hatte 245, alles noch gut, ja, aber es reicht, dass hier, oh, keine Ahnung, es liegen schon einige Äste auf der Straße und, äh, erstaunlicherweise wenig Müll, den es durch die Gegend geweht hat, die letzten zwei Tage. Beim letzten Orkan, ne? War ja erst. Und, ähm, ja, aber es ist, schauen wir mal, was passiert. Ich vermute mal, dass heute Nacht sehr, sehr oft die Polizei, äh, die, die Polizei, nein, die Feuerwehr unterwegs sein wird. Gucken wir mal. Hi, Cess. Hallöchen. Hi. Untertitel, das ist korrekt. Die kann man aber auch ausmachen. Da gibt es so einen kleinen Button mit, äh, äh, mit CC drauf. Dann kann man die auch wegklicken. Wenn es ist. So. Okay, äh, jetzt muss ich hier noch mal ganz kurz nachlesen. So, Frankie, da hatten wir. Äh, äh, mal sehen, bist du Master ist noch hin? Vielleicht lässt du dich noch in eine andere Richtung der Informatik verschlagen. Gut möglich, ja, gut möglich. Du hast es erst angefangen zu studieren, oder? Oder fängst erst noch an? Ich bin nicht sicher, ob du schon hast oder schon, oder noch, noch wirst. Erstes Semester, ah, okay, okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr weites Feld, ein sehr, sehr interessantes Feld. Also, von dem her, das, äh, lass dich da mal in die Richtung treiben, die es dann, äh, ne? Schau über den Tellerrand. Das wird, glaube ich, schon spannend. So. Du musst dich schon wieder verabschieden, weiter kugeln. Ein Ende ist in Sicht, in zweieinhalb Wochen hast du den Nachwuchs im Rahmen. Oha. Oha. Ich weiß gar nicht. Habe ich dir schon mal herzlichen Glückwunsch dazu gesagt? Ich weiß gar nicht, ob du es jemals verraten hast. Aber, falls nein, dann herzlichen Glückwunsch. Falls ja, ignoriere das herzlichen Glückwunsch und beruf dich auf das alte davon. Und, ähm, ja. Dann, äh, fröhliches Kugeln, sag ich mal. Und hey, Malza. Hallöchen. Hi. So. Äh, genau. Da oben, böse Alter, hat ja noch irgendwas geschrieben. Und so, mit 14, 15 wolltest du noch was mit Holz machen, Handwerk, äh, Tischler, Schreiner, sowas. Finde ich total spannend, den Beruf. Finde ich mega spannend. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, als du dann hier dein Paket bekommen hast und der Typen 40-Kilo-Paket Holz hoch in die sechste Etage schleppte, äh, schleppen musste, warst du dankbar, dass du das nicht versucht hast. Das ist für die wenigsten Frauen etwas, glaube ich. Ich weiß es nicht. Kennt ihr... Wo läuft denn das? Läuft das im, äh... Ich glaube, NDR produziert das. Nee, WDR müsste das sein. Westdeutscher Rundfunk, ne? NRW und so ist WDR, glaube ich. Ähm, also würde zumindest regional passen. Äh, die produzieren ja inzwischen, glaube ich, in der dritten Staffel. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Die, ähm, Auszubildende quasi so ein bisschen begleitet. Und da sind jetzt auch zwei dabei, die, ich bin gar nicht sicher, ob Schreiner oder Tischler ist, lernen. Und das ist ein ziemliches Chaos, aber es ist, äh, der Job macht schon auch Spaß. Auch Frauen durchaus. Ich sag mal, die körperliche Stärke, die möglicherweise fehlt, kann man ja auch irgendwie ausgleichen. Unter Umständen. Man muss halt schlau sein. Hahahaha. Ähm. Das, äh, ja, man kann sich halt auch vieles leichter machen. Man muss nicht unbedingt die 40 Kilo selbst schleppen. Und habe ich schon Heimhalter gesagt? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich bin nicht sicher. Du kannst mich mal deinem Vater vorstellen. Der kann dir sehr viel zu erzählen, was Tischlerei angeht. Ja, für mich ist zu spät, das jetzt noch irgendwie zu ändern. Ich bin auch ganz glücklich mit meinem Beruf, was das angeht. Aber ich finde es an sich ein spannendes Thema. Äh, ich habe ja auch schon selbst Möbel gebaut und sowas in der Richtung. Was ja auch, sage ich mal, in Richtung Tischlerei angeht. Äh. Nur ich habe halt keine Werkstatt. Ich hätte unglaublich gerne Werkstatt mit, mit den entsprechenden Maschinen und so, wo ich dann das Zeug machen kann. So muss ich halt im Vorhinein alles auf den Millimeter genau planen. Dann ins Bauhaus fahren oder in den Baumarkt meiner Wahl. Das Zeug da zuschneiden lassen. Dann unglaublich viel Geld dafür zahlen, weil, ne, Einzelhandelspreise. Und, äh, dann das irgendwie heimbringen, dann hier zusammen montieren. Und, äh, ja. Da fehlt ein Teil, den ich an sich gerne machen würde. Aber, äh, ja, nee, das funktioniert halt nicht in der 47 Quadratmeter Wohnung. Und ich habe bestimmt schon Hallo gesagt. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das, äh, ja. Die klassische Frage, jede Security-ITler ist am Morgen. Sollte ich nicht doch lieber irgendwas Handwerkliches machen? Frankie, das kannst du ja erweitern auf jeden ITler. Du glaubst nicht, wie oft in einem Büro mit Informatikern der Spruch fällt, hätte ich mal was Anständiges gelernt. Die Sache ist, ne, gerade bei uns, wir haben das relativ oft mit, mit, äh, was ist denn eigentlich die offizielle Berufsbezeichnung dafür? Müllmänner, ne? Äh, ja, egal, wir haben das relativ häufig mit Müllmännern, ähm, quasi gleichgesetzt. Und dann habe ich irgendwann gelernt, dass das eigentlich auch ein hochkomplexer Beruf ist und du da einiges wissen musst. Und dann stand ich da auch so, so. Okay, cool. Dann doch lieber Zeitungsausträger. Da muss der echt nicht viel wissen. Außer lesen können, das wäre ganz praktisch. Ne, aber, äh, ja. Es, äh, manchmal meint man so, ne? Scherzhaft. Hätte ich mal lieber das und das gemacht. Das ist einfacher. Ja, es ist gar nicht immer so. Das ist schon, ja. Du kannst die männlichen Kollegen bitten, die schweren Pakete hochzuschleppen. Man sollte alle Aspekte seines Jobs ausfüllen können. Und das günstigenfalls bis zur Rente. Ne, das habe ich nicht gemeint mit schlau. Das ist die offensichtliche Lösung. Aber es gibt ja Mittel und Wege. Ne? Gibt ja auch Hilfsmittel unter Umständen, die man nutzen kann, die es einem leichter machen. Eigentlich war das eher in die Richtung gedacht. Nicht jemanden anderen bitten. Schon eigenständig bleiben. Aber halt mit den, mit den eigenen Mitteln. Ne? Achso, da muss man sich orientieren können als, äh, als Zeitungsausträger. Sonst trägst du die Zeitungen sonst wo hin. Ja, gut, aber, äh, Peanuts. Ich habe das früher gemacht. Also nicht Zeitungen, sondern, äh, Prospekte. Ähm, ne? Damals in meiner Jugend, bevor ich in meiner Ausbildung und bei meinem Shop gelandet bin, äh, um mir mein Taschengeld zu verdienen, weil Taschengeld gab es für mich nicht. Und, äh, ja, ne, ich, ich, ich habe das hingekriegt. Ne, so viel zu Orientierung. Im Real Life ist die echt gut. Nur in Spielen ist die scheiße bei mir. Ich will das nochmal klarstellen an der Stelle. Ich kann mich nur in Spielen nicht orientieren. Vielleicht verzweifelt man im Studium noch so hat, dass du es doch deinem Vater gleich tust. Boah. Also, an sich, jetzt mal, jetzt mal so, so ganz grundlegend gesprochen, ne? Ich kenne einige Leute, die damals mit mir aus der Schule raus sind und, ähm, erst eine Ausbildung gemacht haben und dann ein Studium angefangen haben. Äh, einfach quasi rein nach dem Motto, dann habe ich schon mal was in der Tasche, ne? Und, äh, habe auch vor allem schon mal ein bisschen Berufserfahrung, also prinzipiell jetzt gesprochen. Und, äh, ich glaube an sich ist es nicht doof, wenn man zwei Bereiche irgendwie abdecken kann. Und auch als Tischler kann man ganz gut verdienen, glaube ich. Das ist auch so eine Sache, ne? Also, wenn es jetzt, wenn man es jetzt mal rein finanziell betrachtet. Wenn ich mir so angucke, was Tischlereien teilweise verlangen, ähm, für bestimmte Sachen dann eher doch also, klar, viel Aufwand, et cetera, meistens ist es nicht das Material, aber, äh, ja. Selbst das Gebäudereiniger, ja, ja, richtig. Auch da muss man, also, eigentlich egal welcher Beruf, ne? Man muss echt einiges wissen im Normalfall. Marmorfassade und falscher Reiniger, ja. Wie? Wie jetzt? Sie wollten kein neues Muster auf Marmor. Hm. Blöd. Ja, schwierig. Das Parkett war über zweieinhalb Meter, passte nicht in den Aufzug und du wohnst in der sechsten Etage, außer das Parkett unten zu zersägen, fällt dir nichts ein, wie man das transportieren soll. Flaschenzug. Flaschenzug tatsächlich. Gibt auch welche, die man, äh, am Fenster wahrscheinlich einhaken kann. Ähm, relativ einfach. Und dann muss man es halt, äh, ja, ein bisschen sichern und dann kann man es sogar relativ leicht hochziehen, weil es auch noch deutlich leichter wird dadurch. Also, ne, du brauchst halt weniger Zugkraft dafür. Sowas in der Richtung. Gibt's schon auch Lösungen? Weiß ich, was das kostet? Nee. Ich rede nur von Lösungen, nicht von Kosten. Eigentlich fühlst du dich im Studium ganz wohl. Wirst du schon packen. Ich glaube an dich, Frankie. Ich glaube an dich. Das, äh, ja, doch. Das, 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 ja, doch, auf jeden Fall. Wenn du, ne, du hast ja so, so ein bisschen auch den, den, einfach den, ich sag mal, du hast den, den richtigen Drang, das richtige Mindset dafür. Also so, so wie ich dich jetzt kenne. Und, äh, ich sag jetzt nicht, dass es dich nicht an einem, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zerlegen wird. Aber, ich glaube so im Großen und Ganzen kriegst du das auf jeden Fall hin, ja. Auf jeden Fall. Oh, schön. Sehr schön. Was? Auch wenn du bis in drei Semestern, äh, Programmierung bestanden haben musst? Will, will ich das für dich machen? Ne. Das bringt gar nichts. Nein, das bringt tatsächlich überhaupt gar nichts. Obwohl. Ha. So. Jetzt kommt's raus, ne? Zum Thema, man lernt nicht, wenn man es nicht selbst macht. Ja. Das ist, ich habe irgendwann mal irgendwas Wichtiges in Erdkunde gelernt. Und danach wusste ich das einige Jahre. Ich weiß nicht mehr, was ich mir gemerkt hatte. Wahrscheinlich weiß ich sogar noch. Ich weiß nur nicht mehr, was es halt war. Aber das kam, weil ich eine Hausaufgabe abgeschrieben hatte. Ne, das, äh, ja. Ne, das, das, äh, ja. Manchmal funktioniert das doch. Aber das ist, glaube ich, eher selten. Das ist tatsächlich eher selten. Ich bekomme pro Blatt 50 Euro. Ich habe so eine Umsatzsteuernummer und ich könnte rein theoretisch auch Rechnungen schreiben. aber, aber, ne, Franky. Ne, ne. Stack Overflow ist möglicherweise auch dein bester Freund. Also, wenn ich dir einen Rat geben darf, für das Dasein als Informatiker, lerne Stack Overflow zu benutzen. Und die ganzen anderen Dinger, die daran mit angeschlossen sind. Aber das, äh, das ist hervorragend. Auf Stack Overflow sind die alle sehr, sind die alle so gemein. Nur wenn du dir scheiß Fragen stellst oder scheiß Antworten gibst. Ne, wenn du jemanden bittest, das für dich zu tun, dann sind die zu Recht gemein. Weil das ist nicht der Sinn hinter dieser Plattform. Der Sinn hinter dieser Plattform ist Leuten, ne, die prinzipiell einen Plan haben von dem, was sie dann da tun, ne, so den, den, den letzten Schubs zu geben oder so, äh, spezielle Probleme, sag ich mal, zu lösen. Aber das, ne, wenn du eine Kackfrage stellst und so, hey, ich würde gern das tun, macht das jemand für mich? Dann, äh, wirst du zu Recht auch downgevotet und zusammengestaucht und gefaltet und irgendwo im hinteren Eck des Bücherregals abgelegt. Ahem. Und du rennst ja jetzt halt allen jungen Menschen, was Handler, äh, was Handwerkliches zu machen. In 10 bis 15 Jahren können die Wohnpreise aufrufen und sich noch die Kunden aussuchen. Ja. Ja. Zumal Handwerk, ja, wenn man es so mitkriegt, auch überhaupt, sag ich mal, am Sterben ist, weil es halt irgendwie nicht mehr, weiß ich nicht warum, aber es ist irgendwie nicht mehr interessant, ne? Ich, ne, weiß ich nicht, ob das jetzt an meinem Alter liegt, ne, mit, mit 33, dass ich wieder so ein bisschen die, ich nenne es jetzt mal das Erdige suche, äh, ne, und gerne wieder was mit meinen Händen mache, statt einfach nur mit einer Tastatur und einer Maus, ähm, aber prinzipiell, ja, Handwerker, zum einen gehen die aus, zum anderen sind da echt coole Berufe dabei. und, äh, ich sag mal, in der Informatik, um mal jetzt einen Vergleich zu ziehen, bei einem Schreiner oder in dem Tischler oder so, äh, ich weiß immer noch nicht, wo genau der Unterschied ist, da bin ich ganz ehrlich, da siehst du am Ende des Tages, da steht ein Schrank. Das ist cool. Bei einem Informatiker hast du im Normalfall, cool, das sind 50 Pixel auf dem Monitor. Was aber hinter diesen 50 Pixeln steckt, damit die so aussehen, wie sie aussehen, ne, das sieht man leider nicht. Das ist tatsächlich ein Problem am, am, äh, an, an der Informatik, dass einfach, das so, 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 so wenig von dem, was tatsächlich stattfindet, sichtbar ist. Ähm, und das ist, ja, das ist teilweise auch manchmal schon irgendwie hart. Ne, gerade in meinem Metier, ne, ich bin ja Webentwickler, hört man ja oft, ja, so eine Website mache ich ja schnell. Ja, das mag sein, aber dann ist er halt auch nicht gut. Ne, im Normalfall. Gibt's auch Leute, die sie schnell machen, aber, hm, und gut, hm, aber eher selten. Ne, also die, äh, was, wenn du die zum ersten Mal, äh, nein, zum ersten Mal eine Frage stellst du, dass du versehentlich in den falschen Threadposts oder die Frage schon existiert, dann werden die voll schnell richtig ausschickt. Ja, deswegen sage ich, lerne Stack Overflow zu bedienen. Und ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, sage ich jetzt mal. Das, aber, ne, das, das ist auf jeden Fall ein Skill, den ich jedem nur anraten kann. Ne, du wirst in der Informatik nicht alles wissen. Definitiv nicht. Äh, und deswegen musst du wissen, wie man danach sucht, dass du erfährst, wie, wie bestimmte Dinge gehen. Und deswegen, ja, Stack Overflow ist eine der wichtigsten Sachen, ähm, die es da gibt. Oder, grundlegend, lerne googeln. Also lerne, wie du Google benutzt. Hahahaha. Ähm. Über Schreiner hast du letztens auch mal nachgedacht. Oha. Schreiner ist Tischler, oder? Ne, ich weiß es nicht. Es, es gibt ja nicht umsonst Schreinereien und Tischlereien. Ne, da gibt es schon einen Unterschied, aber ich weiß auch nicht, wo genau der liegt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Da bin ich mir nicht, nicht 100% sicher. Aber es hat ja einen Grund, warum beide Bezeichnungen existieren, ne? Und über Schreiner hast du neulich auch mal nachgedacht. Strebst du eine berufliche Veränderung an, Malza? Achso, du hast drüber nachgedacht, was zu bauen. Eine kleine alte Werkstatt hättest du zur Verfügung. Okay. Cool. Sehr cool. Ich hatte mal einen Nachbar irgendwie in einer Garage in der Werkstatt, aber ich glaube, das ist inzwischen eine reine Garage geworden. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich hätte unglaublich gern irgendwie so ne, so ne Werkstatt mit ein paar Maschinen drin, wo ich halt einfach mal Zeug machen kann. Das wäre schon schön, weil ich das eigentlich echt gern mache, aber hier in der Wohnung ist es halt. Ja. Ich sage es mal so, mit einer Kreissäge oder mit einer Handkreissäge über Parkett zu schneiden, ist vielleicht auch nicht unbedingt die schlaueste Sache, die man machen kann, vor allem, wenn was schief geht. Google sagt es ihnen gleich. Tatsächlich? Ha. Okay. Ich hätte es tatsächlich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es da einen größeren Unterschied dazwischen gibt. Okay. Ja gut. Wieder was gelernt. Dann kann man das halt doch synonym verwenden. Sehr schön. Mit Werkstatt meinst du den Schraubstock, ein paar Sägen und den Handschleifer. Pfeilen noch. Und viel morsches Holz. Ja, morsches Holz weiß ich nicht, ob das so schlau ist zum Arbeiten, Malzer. Vielleicht solltest du doch mal Richtung Baumarkt fahren oder so und dir da ein bisschen besseres Holz kaufen. Trockenes Holz. Holz, das nicht beim Anschein auseinanderbricht. Ha, 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 ha. Weil ich will ja hier auch mal umbauen und dann wird der Schreibtisch hier genommen, kommt da hin und da kommt ein dickes, fettes Regal hin. So, ich habe mal geguckt. Dieses Regal würde, wenn ich es in einer Online-Schreinerei bestelle, 1000 Euro kosten. Minimum quasi. Und dann habe ich mal geguckt, was Holz im Baumarkt kostet und dann war relativ schnell wieder der Gedanke da so, hm, ja, dann mache ich es vielleicht doch einfach selbst. Wird vielleicht nicht 100% so geil, aber ich habe dann was gemacht, was irgendwie cool ist. Dauerhaft weiß ich auch nicht, ob ich es tun würde oder tun wollen würde, ja. Aber so für einzelne Projekte, glaube ich, ist das schon sehr cool, ja. Aber Mediengestalter macht dich jetzt nicht so glücklich, wie du mal dachtest. Ha. Ja, das ist doof, ja. Das ist tatsächlich doof. Holz ist aus dem Wald von Frankys Vater kommt. Ja, möglich. Möglich. Ha. Ja, Mediengestalter ist halt auch nicht einfach, ne? Ei, 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 ei. Ist alles nicht so einfach. Was wolltest du denn früher werden, Malzer? Bevor du zum Mediengestalter mutiert bist. Vielleicht gibt dir das einen, äh, ja, einen Kick in die richtige Richtung, möglicherweise. Und ja, kreative Berufe sind schrecklich, was das angeht, ja. Das ist, äh, das ist, das ist absolut korrekt. Auf Befehl oder so, ne? Oder, äh, so. Sei mal kreativ, jetzt, geht halt nicht. Das ist völlig unmöglich. Da muss die Umgebung stimmen, da muss die Zeit stimmen. Da muss alles Mögliche dafür stimmen. Hm, hm. Ne, du, du musst irgendwie ein bisschen Bock auf das Ganze haben, damit du dir überhaupt, ne, damit, halt grundlegend, also, jetzt für das, für das jeweilige Projekt oder so, die, ich sag mal, kreativen Säfte fließen können. Ja, das, äh, ja. Das ist so eine Sache, ja. Früher auch so in etwa Grafikerzeug. Das hast du, äh, schon immer zum Spaß gemacht. Gut, ich hab, ich hab gesehen, dass du auch gut zeichnen kannst, ja. Ja, richtig. Und arbeiten mit natürlichen Materialien, denn ist immer spannend. Ich glaube auch, ja. Weil man nie 100% weiß, was, äh, was am Ende rauskommt, ja. Wie jede Arbeit irgendwann Routine und somit langweilig wird. ja, richtig, richtig. Also, langweilig jetzt nicht unbedingt, aber Routine auf jeden Fall, ja. Das, das stimmt schon. Das stimmt, ja. Und hi, Finoa. Hi, Hallöchen. Schön, mich wieder hier zu sehen. Schön, wieder da zu sein. Schön, wieder da zu sein, ja. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich hoffe, du wurdest nicht irgendwie weggeweht oder sonst was. Ne, der, der Sturm hat euch ein bisschen verschont. Und Frankie, danke für den Lörg. Dankeschön. Du brauchst vielleicht einen Beruf, wo du auch zu motivationslosen Zeiten weiterkommst. Steinmetz. Das kann... Na gut, ich sage mal, ja. Ich kenne halt Steinmetze hauptsächlich aus der... Richtung Grabsteine, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt einen 0815 Grabstein hast, ja, dann ist es halt reines, pures Handwerk. Da brauchst du nicht viel. Wenn dann wirklich Spezialwünsche kommen oder so, kann man schon auch wieder sehr kreativ werden, teilweise. Aber ja, ja, richtig. Gartenskulpturen, ja, 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 richtig. Überhaupt, Skulpturen, Statuen oder sonst was. Ja, lauter so, so, so gedöns, ja. Ist, glaube ich, auch gar nicht mal so unspannend, der Beruf. Ich denke halt sofort an Grabsteine, wenn ich Steinmetze höre. Das ist halt das, was man auch meistens sieht. Das ist, äh, und das, glaube ich, ist auch nicht ganz einfach, wenn du da dann mit den ganzen trauernden Personen und so zu tun hast. Da brauchst du auch ein dickes Fell oder so, ja. Das ist auch noch so eine Sache. Aber so prinzipiell, ja, auch bei Stein weißt du nie, was dich erwartet. Mit viel Glück am Kölner Dom, da ist ja immer, immer Baustelle. Ich war jetzt dreimal in Köln und ich habe den Kölner Dom nie ohne Gerüst gesehen. Noch nicht einmal. Aber hey, immerhin war ich im Kölner Dom auch und habe mir den angeschaut. Ich wohne jetzt seit acht Jahren in Bremen und war noch nicht einmal hier im Dom, um mir den mal anzugucken. Das, äh, ja, schwierig. Oh, hallöchen, Chikei. Hi. Was hast du verpasst? Alles. Also eigentlich nix die letzten drei Monate, weil nix war. Aber hi. Jetzt hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Lass mich raten. Chikei sagt mir was, aber ich, ich habe den Namen irgendwie anders in Erinnerung. Kann das sein? Ich melde mir ein, ich habe den Namen anders in Erinnerung. Hm. Ich glaube ja. Ja, da musst du mir mal ganz kurz auf die Sprünge helfen, tatsächlich. Ich komme gerade nicht drauf, was der alte Name war. Das ist auch ganz furchtbar. Ich hoffe übrigens, ihr habt alle einen schönen Kaffee oder Tee oder irgendwie sowas. Irgendwas, was euch gerade glücklich macht. Oder Knabberzeug. Knabberzeug ist auch immer gut. Ähm, ne. Kann man jetzt auch nichts dagegen sagen. Und ja. Groß-Kleinschreibung ist einfach nur anders. Oh. Oha. Ja, aber wow. Das ändert gefühlt einfach alles. Ja, okay. Gut. Ja. Sehr schön. Ja, der Name sieht halt anders aus. Aber dann, ja, ne. Dann weiß ich wieder, wer du bist. Sehr schön. Ich hoffe, alles gut bei dir. So. Ähm. Ach ja. Ja, genau. Mediengestalter, ne. Ist tatsächlich. Hehe. Malz, wir hätten möglicherweise fast den gleichen Beruf gehabt. Ne, um mal so ganz kurz in meine Vergangenheit schon mal reinzutappen. Ähm. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, ich war da so 14, 15, 16 oder so. Und da wollte ich tatsächlich auch in Richtung Mediengestalter gehen. Hab mich sogar in Salzburg an der Schule beworben. Äh. An so einer, so einer Mediengestalter, Designer Schule. Weiß ich nicht mehr genau, was das war. Ähm. Wäre dann sogar fast so weit gekommen, dass ich in Österreich mein Matura gemacht hätte, glaube ich, war das. Nicht mehr 100% sicher, wie deren Bildungssystem funktioniert. Aber, ja, dann bin ich irgendwann halt doch abgebogen in die Informatik. aber ich habe noch ein bisschen, ein kleines bisschen Gespür für Design, sage ich mal. Also, ich würde jetzt mal sagen, das da sieht nicht 100% schlecht aus. Es ist sehr simpel, aber es sieht nicht schlecht aus. Also, hoffe ich jetzt mal. Bitte roastet mich nicht dafür. Ähm. Oder überhaupt das Design hier, das, äh, alles, alles mein Mist. Ähm. Schaut doch alles super aus. Sehr gut. Das, äh, erleichtert mich mehr, als du dir gerade vorstellen kannst. Sehr schön. Homeoffice sagt halt gerade, ja, 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 ich war eineinhalb Jahre lang im Homeoffice. Inzwischen bin ich wieder drei Tage die Woche im Büro. Und, äh, das ist, das ist ganz in Ordnung. Aber mehr raus gehe ich auch nicht. Mit, mit Glück gehe ich auf dem Heimweg noch schnell einkaufen. Wenn ich nicht wieder in der Zwischenzeit bei Rewe bestellt habe oder so, ne? Das, äh, ja. Ja. Ja, aber irgendwann wird Homeoffice tatsächlich auch ein bisschen langweilig. Und, äh, sehr monoton. Das ist richtig. Wenn dann meistens etwas zu ordentlich und technisch korrekt. Ja, ich hasse es, wenn irgendwas Dings ist. Es gab mal im Webdesign den großen Trend, äh, Trend, genau, den großen Trend der, ähm, der Grunge-Styles mit so, so ganz komischen, weiß ich nicht was, ähm, fand ich furchtbar. Schon immer. Kann ich gar nicht. Kann ich tatsächlich gar nicht. Und du bist in der Ausbildung zum Industriemechaniker, Homeoffice macht bei dir halt keinen Sinn. Oh. Okay. Ja. Schwierig. Ja, das, ja, 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 doch. Ohne irgendwas zum dranmechaniken. Ist das schon, ja, man kann halt Theorie pauken, oder? Wie läuft das dann? Ist das quasi wie Homeschooling? Oder wat? Im Moment würdest du deinen Job so gerne an den Nagel hängen. Hier böses Gesicht und viele Schreie einfügen. Oh nein. Du feierst Homeoffice, gibt für dich nichts Besseres. Langweilig wird's für dich auch nicht. Ja, du bist gefühlt irgendwie immer am Arbeiten, ne? Du bist auch immer sehr, sehr spät dran. Also, ne, du hast immer relativ spät deine Schicht. Ei, 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 ei. Aber Amy, wo du gerade wieder zuhörst? Wie ist es denn dazu gekommen? Was wolltest du stattdessen werden? Was willst du vielleicht noch werden? Ha. Jetzt wird's tief. Ja, Entschuldigung. Du bist dir nicht ganz sicher. Du glaubst, du hast Homeoffice, obwohl du es in der Theorie lieben müsstest. Ja, ne, ich, 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 ja, ich glaube, ich weiß absolut, was du meinst, ja. Also, ich mag Homeoffice, ich hab relativ lang, sag ich mal, auch ein bisschen gekämpft dafür, dass ich, äh, vor, ne, den Ereignissen der letzten zwei Jahre in, äh, einen Tag Homeoffice haben konnte, haben durfte. Und, ähm, da war's super. Aber wenn's dann zu viel ist, ist halt auch, ja, irgendwann ist halt einfach, meh, es ist halt, jeder Tag der gleiche, ne? Du stehst auf, gehst an den Rechner, stehst auf vom Rechner, gehst auf die Couch, gehst schlafen und dann wieder das, wieder von vorn. Gut, Hund macht's etwas, etwas abwechslungsreicher, weil, ne, auf Hunde runden erlebt man ja trotzdem noch so ein bisschen was. Aber ja, ja, also, ja, gerade für die Psyche ist es tatsächlich Dings. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, wieder im Büro zu sein und, ähm, tatsächlich, auch wenn meistens nur eine andere Person mit im Büro ist, aber es ist einfach direkter Menschenkontakt. Also, jetzt, jetzt nicht, dass wir uns irgendwie groß berühren und antatschen oder sonst was würden, aber halt, ihr wisst, was ich meine. Nicht diese Art von Menschenkontakt. Aus. Also, heute ist Homeoffice wegen Sturmwarnung. Ja, gut, ja. Das, äh, die Sturmwarnung kenne ich, ja. Deswegen ist hier in Bremen gestern Homeschooling angesagt gewesen und, äh, dann waren sämtliche Server überlastet. Was auch mal wieder super funktioniert hat, ne? Digitalisierung Deutschland. Woooow, nice. Ah, funktioniert super. Dann vermischt sich alles. Das macht dich passiv unglücklich. Ja, mal zur Versuch. Also, wenn ich dir einen Tipp geben kann, was mich tatsächlich auch so ein bisschen, äh, immer wieder so, so, auch wenn es Routine war für mich, äh, logischerweise, aber was einen so ein bisschen wieder rausbringt aus diesem Trott, ist rausgehen. Tatsächlich. Einfach rausgehen. Keine Ahnung. Geh spazieren. Wenn du ein Auto hast, fahr mal irgendwie in den Nachbarort. Schau dich da um. Keine Ahnung. Irgendwas, was nicht daheim ist. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und das macht es dann, zumindest aus meiner Erfahrung her, einfacher. Also, auch nicht, nicht perfekt, aber zumindest ist so ein bisschen Abwechslung halt dabei, die es ein bisschen spannender macht, vor allem. Hast du überlegt, einen kleinen Laptop zu kaufen und irgendwo separat zu arbeiten? Ich würde ja sagen, such dir ein Starbucks oder sowas in der Richtung, setz dich rein mit deinem Notebook und arbeite da. Was viele machen. Ich glaube, das ist auch eine hervorragende Abwechslung. Ist halt kacke, wenn du irgendwie telefonieren musst oder so, aber so prinzipiell, ne, sowas in der Richtung. Äh, da, Amy, du musst bis 22 Uhr arbeiten. Du wolltest schon immer Autorin werden, aber wenn du keinen Bestseller schreibst, kannst du vom Bücherschreiben leider nicht leben. Daher machst du das mit dem Schreiben nach wie vor nebenher, aber durch deinen aktuellen Job in der telefonischen Kundenberatung für Volksbankkunden kommt das Schreiben leider manchmal zu kurz. Mh, ja, ja, ja. Und wenn du dann wahrscheinlich nicht dazukommst, dann hast du auch wieder, musst du erst wieder reinkommen und Dingens, dann geht halt jeglicher Flow verloren. Schwierig, ja. Sehr schwierig. Aber ja, klar, wenn du keinen Bestseller schreibst, das ist, äh, korrekt, dann dümpelt das Ganze so vor sich hin und leben kannst du nicht davon. Andererseits musst du halt vielleicht, also, ne, was sowas angeht, muss man vielleicht auch erstmal irgendwas rausbringen, um Erfahrung auch zu sammeln. Ne, vielleicht hilft das dann beim nächsten, ne. Ich glaube, die wenigsten Autoren hatten mit ihrem ersten Buch einen Volltreffer. glaube ich jetzt mal. Und ich glaube, ganz viele haben ihre ersten Bücher erst nachträglich, sage ich jetzt mal, vermarktet bekommen, ne. Aber, ja, ja, schwierig. Das ist manchmal ein ziemlicher Teufelskreis. Glaube ich sofort, ja. Glaube ich sofort. Och Mann. Diese Drecksruckler, die sind so kurz, aber sie sind da. Es tut mir so leid, ne, dass einfach alles ab und zu hier für eine Sekunde oder so einfriert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ergibt keinen Sinn. Och Mann. Muss ich mich doch nochmal tiefer mit meiner Grafikkarte auseinandersetzen. Ansonsten würde sie gerne studieren, Germanistik und Literatur. Macht Sinn an der Stelle, ja, um als Lektorin in dem Verlag zu arbeiten. Aber dafür bräuchte ich das Abi, was du noch nebenbei nachholen müsstest, über entweder Abendschule oder Fernschule. Das wäre zum Bücherschreiben der Plan B und würde dich mega reizen. Das wird aktuell noch ein sehr langer und kostspieliger Weg, für den du gerade sparst. Ah, ja, guck mal. Ja, aber cool. Dann hast du ja da, also hast du tatsächlich ein spannendes Ziel, was das angeht. Tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Ziel. Finde ich cool. Finde ich cool. Voll dafür, dass du auch weitermachst und den, den, den Weg weitergehst. Und, vor allem drücke ich die Daumen, dass es dann auch wirklich das Richtige ist. Nicht, dass du irgendwann feststellst, hm, scheiße. War jetzt vielleicht doch nicht so cool. Das wäre, glaube ich, der Worst Case, der existiert. aber, ja. So. Und bei euch wurde heute die Bibliothek zugemacht. Ihr seid heimgeschickt worden. Das erste Mal bei Kirill war das damals für unsere Leitung nur Wind. Wind, ja, genau. Ne, das bisschen Wind. Gestern Abend, als ich heimgegangen bin, ne, mit Sammy, ähm, sind wir so ein bisschen an der Weser entlang. Also nicht unten an der Weser, so wie vorgestern, weil da war halt Hochwasser. Sondern oben am Deich. Und, ich sag mal so, aus einer Frisur, die so ungefähr so aussah wie jetzt, ne, mit, mit ordentlichem Bommel hinten dran, wurde am Ende ein Vogelnest, wo jeder Spatz, äh, der ein halbes Jahr lang an seinem Nest baut, neidisch geworden wäre. Und das innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder so. Und das war kein Sturm mehr, das war noch ein bisschen Wind. so, ne, so viel zum, zum Ding, äh, ja, Wind, in Anführungszeichen. Hm, Literaturwettbewerbe. Ja, ja, der böse Alte weiß halt, ne, wie das läuft in der Branche. Es gibt's in jeder Region, ja, wahrscheinlich, ja. Und Lektorin wäre dann was, wo du festangestellt sein könntest, äh, und das auch mega dein Ding sein könnte, weil du auch gerne Texte korrigierst. Du nennst dich selbst auch die Rechtschreibfee. Das heißt, du hast Kommaregeln verinnerlicht. Ich setze die inzwischen meistens nach Gefühl, wenn ich ehrlich bin. So nach dem Motto, hm, das könnte ein Nebensatz sein. Ja, mach mal mal. Das passt schon. Früher war ich Master der Schachtelsätze. Teilweise habe ich Sätze geschrieben, die eine halbe Seite lang waren. Ähm, mit weiß ich nicht wie vielen Ebenen. Verstanden hat's niemand außer mir, aber hey, die Kommasetzung war richtig. Heute kriege ich das nicht mehr hin. Das, äh, das, das ist vorbei. Äh, dafür habe ich zu lang keine längeren Texte mehr geschrieben. Äh, 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 ja, Master auf Schachtelsatz, ne? Hey Olivia, Hallöchen, hi. Äh, äh. Sie so wie früher, wo man tausend Seiten ausdrucken und verschicken musste, geht alles online. Ja, richtig, richtig. Ja, einfach, einfach trauen. Einfach trauen. Jeder noch so kleine Schritt oder so. Gerade zum Ausprobieren in die Richtung, zum Erfahrung sammeln. ist glaube ich nie verkehrt. Ähm. Wenn es Texte zum Korrigieren gibt und auch Logik wähler mehr zu aus. Äh, wenn wir mal Texte korrigiert haben müsst, wisst ihr, wer eure Frau ist. Nice. Nice. Sehr schön. Hahaha. Find ich gut. Behalte dich mal im Hinterkopf. Behalte dich mal im Hinterkopf. Oh Gott, ich habe neulich gesagt, dass ich mal wieder bloggen will, ne? Und dass ich in die Richtung auch, ne? Was aufsetzen will. Oh Gott. Ich sehe es schon. Jeder, der erste Kommentar unter jedem meiner Beiträge. Da ist ein Fehler, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Wahrscheinlich ein Screenshot, ne? Mit diesen schönen roten Markierungen. Da fehlt ein Komma, da hast du was falsch geschrieben. Sowas in der Richtung. Hahaha. 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 Wäre natürlich super, um es dann zu korrigieren, aber ui. Schwierig. Und Olivia wollte das Kind immer Ärztin werden. Jetzt bist du Krankenschwester. Bist nah dran, ja. Ja. Bist auf jeden Fall nah dran. Beides hochanspruchsvolle Berufe, ne? Vollster Respekt von meiner Seite, was das angeht. Ich könnte es nicht. Beides nicht wahrscheinlich. Aber wenn ich, wenn ich fragen darf, wenn ich fragen darf, ähm, wieso dann Krankenschwester und nicht die, ne, die Ärztin durchgezogen? Jetzt bohrt der auch noch nach, ne? Hahaha. Ganz, ganz schwieriges Thema. Hahaha. Also, musst du nicht sagen, ne? Nur, um das auch nochmal gesagt zu haben. Aber das ist, äh, auch wenn du nah dran bist, mich interessiert es tatsächlich. Ähm, wo dann, sag ich mal, der, der Wegweiser kam in die Richtung. Aber jetzt, wo wir das erste Mal Thema hatten, äh, hatten, ähm, Arzt als Kind. Ist auch so ein Traumberuf. Tatsächlich auch meiner. Man, man glaubt es kaum. Aber ich wollte früher Zahnarzt werden. Und zwar eine ganze Langeweile lang. Also, mindestens, weiß nicht, locker acht Jahre oder so wollte ich Zahnarzt werden. Hatte allerdings auch tatsächlich einen handfesten Grund dafür, weil ich, äh, als Kind einen Unfall hatte. Wo ich hier oben die beiden Schneidezähne verloren habe, die vorderen. Und mir die reimplantiert wurden. Und ich war als Kind so fasziniert von dem Ganzen, dass ich mir das als Berufswunsch, äh, erstmal aufgenommen habe, ne? Nichts so Klassiker Fußballer, Feuerwehr. Nee. Das war mein erster Berufswunsch. Zahnarzt. Knallhart. Habe ich jahrelang behauptet. Gemacht habe ich es dann nicht. Aber, dann kam eben der Schwenk zum, zum Designer oder in die Richtung und jetzt zum Informatiker und zum, äh, Softwareentwickler. Und inzwischen würde ich tatsächlich unglaublich gerne mit Tieren arbeiten. Aber das kriege ich einfach nicht in meinem Leben unter. Das wäre aber noch so eine, das wäre tatsächlich noch eine coole Sache. Irgendwie so, so Hunde, Trainer oder sowas in der Richtung. Das könnte ich mir auch super für mich vorstellen. Heißt nicht, dass ich es machen werde oder dass ich jetzt irgendwie plötzlich eine andere Ausbildung oder sonst was anstrebe, aber wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir auch für mich vorstellen könnte, wenn ich jetzt, sage ich mal, relativ einfach die Möglichkeit dazu hätte. Und der Plan war während des Abis Fachers für Psychiatrie, Psychotherapie mit Spezialisierung auf dissoziative Persönlichkeitsstörungen. Äh, dissoziative Persönlichkeitsstörungen war in Richtung Schizophrenie, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder ich glaube, das ist auch ein Teil davon, ne? Und dann war es Feiern beim Abi wichtiger, nur ein 2,8er Abi, dann die Ausbildung und zack, das erste Kind, dann war es das mit dem Studium. Ja, okay, okay, ja, 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 okay. Aber das wäre auch ein spannendes Feld geworden. Multipli persönlich, ja, 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 ja. Ich glaube, der Begriff ist sogar so in Split gefallen. Falls ihr Split nicht gesehen habt, der Film ist großartig. Absolut großartig. Super Film. Schaut den an. Gibt's, meine ich, auf Netflix. Wird mich nicht alles täuscht. Ja, okay, aber klar, ja, sobald dann auch ein Kind da ist, dann, ja, ist es halt schwierig, noch irgendwie beruflich groß was zu ändern. Ja, verstehe ich voll und ganz. Wobei Krankenschwester glaube ich auch super, also, was heißt glaube ich? Ich, ich, äh, bin, ich bin überzeugt davon, dass es super anspruchsvoll und definitiv auch nicht leicht und ich glaube, viele Ärzte wären ohne ihre Krankenschwestern und heißen die eigentlich dann Krankenbrüder? Fällt mir gerade so auf, ne? Ich kenne tatsächlich nur den weiblichen Begriff Krankenschwester. Ist das ein Krankenbruder dann? Ähm. Glaube ich wären, äh, jedenfalls ohne, äh, ohne die, also ganz viele Ärzte wären ohne die einfach nichts. So. Das wollte ich sagen. Dammit. So. Und du wolltest als kleiner Scheißer Erzieher werden, warum auch immer. Weil du kleine Scheißer, wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht hattest du damals schon so viel Selbstreflexion, um zu sagen, ich will nicht, dass ihr so werdet wie ich. Keine Ahnung. Ist spannend. Das, das hört man aber relativ selten von Kindern, ne? Oh, cool. Und meinser wollte als Kind gar nichts werden. Ha. Nicht mal, nicht mal so den, nicht mal so den, den Klassiker wie, wie Feuerwehr oder Fußballer oder sonst wie sowas, ne? Das, glaube ich, sind so Berufe, die halt sehr, sehr, sehr verbreitet sind. Aber klar, ja, warum auch nicht, ne? Ich könnte im örtlichen Tierheim nachfragen, Spaziergänger werden oder einen Hund zeitweise aufnehmen. Ja, die Sache ist, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, böse Alte, so ist es nicht. Das mit Spaziergänger scheitert daran, dass das Ding einfach so weit weg ist von mir, dass ich da halt auch ewig brauche hinzufahren und das einfach nicht in meinen Zeitplan passt. Ne, da, da, das ist, oder sagen wir es mal so, da ist die Überwindung dann größer, als dass es mir irgendwas bringt und den Hund zeitweise aufnehmen. Ich habe ja schon einen Hund und meine Wohnung ist halt auch nicht groß genug für zwei Hunde. Ich hätte furchtbar gern einen zweiten Hund, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber dann auch bitte eine größere Wohnung näher am Boden. Bestenfalls mit dem Garten. Das ist so, so das, das Ding. Dann hätte ich zum Beispiel mit, mit, mit einem zweiten Hund oder auch einem Hund zeitweise oder so deutlich, also gar keine Probleme, aber das funktioniert halt aktuell einfach nicht. Na, die, die Wohnung reicht für, für Sammy und für mich, aber ja, das war es dann schon im Normalfall. Du befasst dich immer noch intensiv mit dem Thema, auch mit Soziopathie, Psychopathie, kleine Affinität für Serienkiller. Oha. Lass mich raten. Gno, falls du zuhörst, hör mal kurz weg. Vielleicht willst du das nicht wissen, was, was hier gleich steht. Gno hat nichts davon. Obwohl, nein, der macht Speedruns. Irgendwas stimmt mit seinem Kopf nicht, aber ich glaube nicht in der Richtung. Und hi, Rotpest, hi, Pflegekraft oder Krankenpfleger. Ja, okay, aber Krankenbruder finde ich toll. Ich finde Krankenbruder super. Leute, wir sollten das etablieren. Und dein Job heißt eigentlich Gesundheits- und Krankenpflegerin. Die Krankenschwester gibt es seit 2003 nicht mehr als Ausbildung. Ja, okay. Ja, gut. Schwester und Bruder ist halt, weil die Kirche früher die Krankenhäuser betrieben hat. Oh ja, das, oh Gott, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber das ergibt voll Sinn, ja. Das ergibt total Sinn. Das ist richtig, ja. Du bist aus Österreich, ihr könnt kein Deutsch. Ich bin Bayer, ich kann genauso wenig Deutsch, also von dem her. Gno und Du, ihr habt beide einen großen Schaden, deswegen passt die auch so super zusammen. das hast jetzt du gesagt. Das stammt glücklicherweise nicht aus meinem Mund. und hey LP, Hallöchen. Oh, schön. Oh Gott, das wäre wieder so ein richtig schönes Fettnäpfchen gewesen, in das ich reintreten kann und würde und was weiß ich, ne? Oh, dafür kenne ich mich gut genug, was das angeht. Eieieieiei. Oh, schön. Hey Bella, Hallöchen, Hallöchen. Schön, schön. Achso, es gibt tatsächlich Krankenbrüder, halt früher, weil Kirche, das sind, okay, 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 ja gut. hier steht dazu, dass ihr verhaltensauffällig seid. Ja, aber das ist auch, ist auch gut so, ja. Lieber offen mit sowas, mit dem Ganzen umgehen, als dann irgendwie, ne, komische Gerüchte entstehen zu lassen oder sonst was. ja, ja, das, ja. Manchmal ist die Offensive dein bester Freund bei sowas. Oh, sehr gut. LP, Bella, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid noch am gleichen Ort, an dem ihr heute Morgen irgendwie, also zumindest in der groben Umgebung davon und seid nicht irgendwie weggeweht, worden. Offen damit umgehen und immer einen Sitz in der Bahn haben. Ja. Ich meine, die Leute freiwillig aufstehen, einfach nur, weil du näher kommst. Ei, 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 ei. Das leidende Therapeute aus der Psychiatrie, in der du gearbeitet hast, meintest du dir aus Spaß? dass du nicht therapiefähig bist. Ha. Ja. Okay. Gut. Schön. Deine Kollegen nenne ich nicht verhaltensauffällig, sondern speziell. Ja, okay. Auch gut. Und bei LP ist alles gut. Alles gut. Sehr schön. Gestern früh war es unangenehmer draußen. Wie sieht es bei uns aus? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, sollte hier irgendwann schwarzer Bildschirm sein, also sowohl vor mir, als auch dann vor euch, weil Stream weg, dann ist hier der Sturm so richtig in Gange und hat vor allem den Strom gekillt. Oder das Internet. Das Internet wäre sogar schlimmer, wenn noch Strom da ist. Wenn Strom da ist, ist halt kein Internet, aber ohne Internet, Strom ist halt richtig mies. und das erreicht erst noch seinen Höhepunkt hier. Ja, schauen wir mal. Jawohl. Es soll... Es scheint schon wieder weniger zu werden. Gucken wir mal. Ich halte Sammy nachher dann trotzdem noch mal lieber fest. Wenn wir noch mal rausgehen. Nichts Sturm. Nur doll warm. Ah, okay. Du warst irgendwo so Richtung Mitte-nördliches Bayern, ne? So in der Richtung. Ich habe gestern mit meiner Mom telefoniert und die hat gesagt, dass es schon gut geweht hat. Also so am Alpenrand. Die Richtung. Und... Ja, doch. Da scheint schon auch gut was abgegangen zu sein. Bei Böse Alt ist es voll windig. Du hast Sorge, dass deine Balkonmöbel sich anderweitig umsehen wollen. Böse Alt ist, deswegen habe ich keine Balkonmöbel. Habe ich einfach nicht. Und die drei kleinen Blumenkästen, in denen noch ein bisschen Erde drin ist, wo mal Tomaten drin waren, vor ein paar Jahren, die weht es nicht so leicht weg. Die sind glücklicherweise schwer genug. Ich habe tatsächlich einen Balkon und nutze ihn überhaupt nicht. Und mein Balkon ist nicht mal so klein. Aber ich bin da nie draußen. Das, äh... Ja, nee. Sollte ich vielleicht mal ändern. Gerade im Sommer oder so mal irgendwie in der Sonne draußen sitzen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Vielleicht brauche ich doch mal Balkonmöbel. Zumindest irgendwas. Bei euch geht heute die Welt unter. Euer Herr. Ja, ich hoffe mal, dass nichts Schlimmes passiert, Olivia. Wetterschäden sind so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Das ist wirklich so. Es war in deinem Kind zur Freizeitgruppe gebracht und geholt. Hattest Angst, dass dir bei dem Wind zum Ballon wird. Ja, die Sorge kann ich nachvollziehen. Ja, das, das, das kenne ich. Ja, Südbayern. Zugspitze ist nicht weit weg. Ah, okay. Die Richtung. Die, die, ja, okay. Die Richtung. Auch wenn du immer noch nicht weißt, welcher Giffel das ist. Der Höchste. Der Höchste da. Definitiv der Höchste. Und heute versuchst du lang durchzuhalten. Letzte Woche bist du während des Streams leider eingeschlafen, weil du so dermaßen müde warst. Das ist aber auch voll in Ordnung, ne, wenn du wegknackst. Da hab ich überhaupt gar kein Problem damit. Wenn ich ein bisschen dabei helfen kann, Schlaf, oder, ne, zum Einschlafen beizutragen, finde ich das gar nicht mal so schlimm. als jemand, der selber von Schlafproblemen aktuell immer noch geplagt ist, aber das, äh, ne, das ist voll in Ordnung. Und du musst ja Sonntag wieder arbeiten, dann kannst du morgen länger schlafen. Nice. Weiß ich schon, wie lange ich heute mache? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weiß ich tatsächlich noch nicht? Ähm. Ne, wir spielen nachher Typo Man. Ähm. Warte. Äh. How long to beat? Ich hab da schon mal nachgeschaut. Ich glaube, das dauert so an die vier, fünf Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Und für den Completionist irgendwie zehn. Main plus Extra, viereinhalb. Main Story, dreieinhalb. Completionist, zehneinhalb. Ja, wir werden wahrscheinlich so vier, fünf Stunden oder so dafür brauchen. Und, äh, kommt halt drauf an, wann wir rüberschalten. So, sowas um den Dreh. Also, aber so, ich, also eins wird's auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Vielleicht zwei. Mal gucken. So, was um den Dreh. Notfalls nimmst du den Berg, auf dem oben ein Zug steht. Fährt er nicht? Nee. Doch, klar. Oder? Ich war noch nie auf der Zugspitze, deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber fährt er nicht quasi ein Zug hoch? Gibt's nicht ne Zugspitzbahn? Oder war das ne Seilbahn? Ich bin nicht sicher. Ähm. Ich weiß es gerade gar nicht. Typo Man ist das Spiel für Amy. Hat mit Worten zu tun. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Das ist richtig. Ich weiß nicht, um was es in dem Spiel geht, aber Worte beeinflussen den Spielverlauf. Und zwar tatsächlich Worte, die so in der Gegend rumstehen und mit denen du dann interagieren kannst und, äh, Dinge tun. Was hatte ich für einen Screenshot geteilt? Ich glaube, das war irgendwie so eine Art Rampe oder so. Was war denn das? Eine Plattform, die, glaube ich, nach oben und unten fährt. Sowas in der Richtung. Und man selbst ist ja auch ein Buchstabe. Der Charakter ist auch ein Buchstabe. Das ist ein sehr, sehr cooles Detail, weil der Charakter besteht aus den Buchstaben H, E, R und O. Sprich Hero. Das habe ich gesehen und das hat mein Interesse an im Spiel geweckt. Du musst auch schauen, wie lange du dich wachhalten kannst. Die ganze Woche um sechs aufstehen und der Kleine schlaucht echt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Schläft er wenigstens durch? Also ist die Nacht wenigstens halbwegs entspannt? Weil das hört man ja auch oft und gern von frischen Eltern, dass, ja, Nächte sind nicht mehr. Das ist halt auch so ein Ding. Ich habe übrigens auch noch hier links neben mir so ein Riesenpaket stehen, auf dem Horizon Forbidden West steht. Also, falls ihr Interesse hättet, wir könnten auch noch ein Unboxing machen. Falls ihr neugierig seid, was da drin ist. Spielen werden wir jetzt nicht und streamen. Das mache ich privat ab morgen. Aber, ne, falls ihr neugierig seid, was da drin ist in der Collectors Edition. Ich bin es nämlich tatsächlich schon, wenn ich ehrlich bin. Und, ne, dann könnte man das noch zwischenschieben. Also ich habe hier noch einen variablen Programmpunkt, sage ich jetzt mal. Seit der zweiten Woche schläft er durch. Oh, sehr schön. Oh, sehr gut. Dann wenigstens das. Halbwegs durchschlafen. Das ist super. Weil du nur nicht dauernd von Kundengesprächen abgelenkt werden würdest. Ja, Amy. Weil der IT-Abteilung, der, warte, bei der Volksbank war es? Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Die Fiducia oder wie auch immer man die ausspricht? Ich glaube, das ist eher in der Bayerischen Volksbank so. Naja, wohl, ne, das ist, glaube ich, 50-50. Ich habe zwei IT-Dienstleister bei der Volksbank, ne? Sag denen mal, die sollen gescheite Software programmieren und dann müssen die Leute weniger anrufen. Du kannst kaum noch Stream schauen, weil alle Verbitten West spielen. Ja, ich meine, auch schon den ganzen Tag. Sobald irgendwo der Hashtag auftaucht und ich ihn nicht selbst verwendet habe auf Twitter, scrolle ich einfach weiter. Was ich mir vorhin angeguckt habe, war von Digital Foundry das PS4 Review, weil es mich interessiert hat, wie es technisch da drauf läuft und es läuft wirklich, wirklich gut. Aber, ja, nee, also ich habe es ja auch. Ich werde es ab morgen spielen, aber die Box selber, das ist so ein Riesending. Das ist insane. Das Ding ist einfach nur krass und das ist noch nicht mal die richtig, richtig, richtig teure Ethischen. Die war sogar mir dann zu teuer, aber ja. Ich muss das Spiel nicht unboxen, es reicht, wenn ich es auspacke. Okay, ja, das kriege ich hin. Das Unboxen ist tatsächlich schwierig. Ist groß und schwer. Du arbeitest in der Tochterfirma von der Fiducia oder Fiducia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ja. Ja, das, ja, okay. Da liegt das Problem. Also nicht daran, dass du da arbeitest, sondern ja, dass die Elterngesellschaft Fiducia, okay. Schwierig. Sind wir wieder bei den IT-Lern, ne? Die werden es nie schaffen, gescheit zu programmieren. Die sind unfähig. Och, das ist, das tut weh. Gut, dass ich da nicht bin. Hast du schon verpasst, wie ich über meinen Wunschberuf geredet habe? Tatsächlich, ja. Ich hatte das schon mal so, ich habe das immer so eingestreut, Als es sich gerade angeboten hatte. Aber ich kann es noch mal ganz kurz wiederholen. nach einem Unfall war es bei mir Zahnarzt. Da war ich, glaube ich, so sieben Jahre alt um den Dreh. Irgendwann wollte ich in Richtung Medien designen, habe mich sogar in der Schule dafür in Salzburg beworben. Und dann ist es irgendwann in die Informatik umgeschwenkt, als ich festgestellt habe, oh, Webseiten bauen macht Spaß. Und dann wurde ich vom, vom reinen, ich baue mal Webseiten hin zum Fullstack-Entwickler. Das habe ich noch nicht gesagt tatsächlich vorhin, aber ja. Das war so ganz kurz umrissen mein Weg. Aber Bella, wie schaut es denn bei dir aus? Was? Wie schaut es denn bei dir aus? Ich glaube, du hast noch nicht darüber gesprochen, ne? Wenn du teilen magst. Also, das ist die Voraussetzung dafür. Immerhin verdient dieser gut, sogar mit 14. Monatsgehalt. Okay. Okay. Ja, gut. Ja, ich habe 13, aber das ist, ja, bewusst so ausgewählt. Also, sagen wir es mal so, ich habe mein 12-Monate-Gehalt auf 13 halt umgetan, damit einfach vor Weihnachten nochmal dieser kleine finanzielle Push kommt. Oder, ne, der ist immer sehr angenehm. Ist schon, schon ganz nett, ja. Du wolltest Bäuerin werden? Oha. Oha. Und dann Dolmetscherin und jetzt bist du die typische Studentin, die keine Ahnung hat. Oha. Bäuerin. Kommst du tatsächlich vom Land? Ich weiß nicht mehr, ob du das mal irgendwann gesagt hast. Hört man jetzt auch nicht so oft. Oder war das eher so ein Städterding, so quasi raus aus der Stadt und mit Tieren arbeiten und auf dem Feld Kühe schubsen. und man schubst keine Kühe. Aber hört man auch nicht so oft, glaube ich. Zumal viele, ich glaube inzwischen heißt es ja einfach nur noch Landwirt. Ne, das ist ja auch, holy shit, das ist ja auch ein, also richtig, richtig krasser Beruf. Ne, es gibt natürlich viele, die, sag ich mal, traditionell irgendwie die da rein geboren worden sind und so, aber wenn du dich tatsächlich für diesen Beruf entscheidest und den lernst von Grund auf, das ist schon auch nicht einfach. Landwirt übertrieben, 10.000 Einwohner Dorf. Das ist eine Stadt. Das ist per Definition eine Stadt. Ja, okay, aber nicht wahnsinnig groß. Ja, okay. Du wolltest wie die meisten Kinnies was mit Tieren machen und dachtest dann Bäuerin. Das ist es. Hm, okay. Cool. Sehr cool. Und dann Dolmetscherin. Glaube ich auch ganz spannend. Zumindest, wenn man nicht nur irgendwie Texte vorgelegt bekommt und die dann langweilig übersetzen muss, sondern wenn es tatsächlich irgendwas Interessanteres ist. und jetzt die typische Studentin, die keine Ahnung hat. Was studierst du denn? Wo geht es denn hin? Was wird denn dann der Beruf, wenn es mal fertig ist? Als kleines Kind wolltest du Superstar werden. Ja, okay. Wer wollte das nicht? Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals mit meinem besten Freund immer, ich hatte so einen tollen, so einen tollen Kassettenspieler, so diese kleineren Dinger, mit denen man auch aufnehmen konnte und wir hatten Schlümpfe-Kassetten und wir sind dann, wir haben dann Lampen genommen, auch die schönen Rotlichtlampen und so für den Disco-Effekt und haben immer Auftritte gemacht. Sind auf dem Bett rumgesprungen und haben da mitgegrölt und total dämlich, aber ja, wir haben, wir standen damals auf der Bühne. Aber ich glaube, dass das Superstar-Ding hatte irgendwie jeder auch irgendwann mal, zumindest für einen kurzen Moment. Du kommst aus einem 400-Seelen-Dorf, das ist richtiges Land. Ja, ich habe da auch gewohnt, bevor ich hier in die Stadt gezogen bin. Also tatsächlich hat die Gemeinde ein paar mehr Einwohner, aber da, wo ich gewohnt habe, waren es auch so, weiß ich nicht, 400 Leute oder so. Aber so grundlegend waren meine Dörfer immer so bei dreieinhalb, viertausend Einwohnern ungefähr. Irgendwann habt ihr angefangen, das perfekte Dinner nachzuspielen mit Süßigkeiten und Chips als Mahlzeiten. Oha! Warte mal. Das perfekte Dinner? Wie lange läuft denn das schon im Fernsehen? Gibt's das schon so lang? Uiuiui. Auch nicht schlecht. Superstar nicht, dann lieber Heldin, so wie Xena. Xena ist eine Kriegerprinzessin, keine Heldin. So viel Zeit muss sein. Kann man alles über einen Kamm scheren. Achso, und jetzt Master für Geoökologie. Uh, auch spannend. Sehr spannend, tatsächlich. Okay. Sehr, sehr spannend. Deine Ex hat dich gezwungen, das perfekte Dinner zu sehen. Ihr seid das über zehn Jahre getrennt und das ist gut so. Ja, ich glaube, meine Mom schaut das ab und zu mal und wenn ich dann bei der Familie bin, dann läuft's halt manchmal im Hintergrund. Ja, also was die kochen, ist teilweise schon ganz interessant und spannend, aber ja, das weiß ich nicht. Ist jetzt auch nichts, was ich mir so anschauen würde. Das war's dann aber auch schon. Und LP hat dann noch einen Absatz. Zum Thema Traumberuf, da hast du ziemlich das gelernt, was du als Kind machen wolltest. In der Hauptschule war es medizinische Fachangestellte, früher Arzthelferin, wurde es dann zur MTLA, warte, das hatte Olivia unten übersetzt, medizinisch-technische Laborassistentin. Nach dem Abitur wolltest du Medizin studieren, aber weil das Abi zu schlecht war, solltest du erst eine Ausbildung machen, hast dann angefangen, OTA zu lernen. Oh Gott, was ist denn OTA? Okay, bei OTA beißt es gerade noch bei mir aus. Das ist eine Abkürzung, die ich gerade nicht übersetzen kann. Hast du aber nach einem halben Jahr abgebrochen. Und am Schluss wurde es Achso, wurde es die, was war es, medizin-technische Laborassistentin, was du seit sieben Jahren im selben Krankenhaus machst. Okay, okay, okay. Ja, cool. Das ist aber auch cool, dass du schon sehr, sehr früh wusstest tatsächlich, dass es in die Richtung gehen soll und dann auch dabei geblieben bist. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Operation-technische Assistentin. Ah, okay, okay. Verstehe. Und irgendwie wird dieses Jahr 27 und das perfekte denn da gab es zu deiner Kindheit schon. Holy, okay. Gibt es das echt schon so lang? Ja, gut. Es gab, das gab es definitiv 2013 schon. Da bin ich mir sicher, weil das ist so ungefähr das, wo ich das letzte Mal bewusst fern gesehen habe. weil Ende 2013 bin ich umgezogen. Dann habe ich festgestellt, ja gut, hier kriege ich nicht die HD-Sender rein übers Kabel, weil die Verkabelung hier im Haus kacke ist. Und dann habe ich, ja, bin ich komplett auf Streaming so langsam umgestiegen. Aber ja, interessant. Ist cool. Ja, nee. bei dir und deinem besten Kumpel war es ein alter Tennisschläger als Gitarre und Stöcke als Schlagzeugstöcke. Ja, ja, die Gitarren oder bei uns waren es glaube ich eher so Badminton-Schläger statt Tennisschläger. Ja, die hatten wir auch und ich weiß nicht mehr, was wir als Mikros genutzt haben, aber auch irgendwie sowas in Richtung Stöcke oder ich glaube, wir haben aus Lego was gebastelt. Oh ja, ja, doch, unsere Mikros waren diese Lego-Steine mit den vier Punkten drauf und dann so ein komischer Baum obendrauf gesetzt für quasi das hier. Oh Gott, ist das lang. hierher. Ach du Scheiße. Ei, 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 das habe ich ja komplett verdrängt, dass das mal existiert hat in meinem Leben. Ah, schön. Dass es da noch neue Folgen gibt, finde ich sehr heftig. Das muss 15 Jahre her sein, oder so vom perfekten Dinner? Ja, ja, doch, doch. Das ne, doch. Läuft das nicht fünfmal in der Woche? Tatsächlich? Irgendwie sowas? Montag bis Freitag? Oder vier Tage? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, das das ist immer noch aktuell. Du trägst uns in die Küche. Schön lieb sein, wir sind immer lieb. Also, glaube ich, denke ich, meine ich. Was gibt es denn zu essen? Was hält denn die Küche bereit? Mach mich wieder neidisch. Du hast dich schon immer für Medizin interessiert. An der Hauptschule hast du mal ein Schülerpraktikum gemacht und das hat dir dann gut gefallen. Ja, okay, okay. Dann gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass bei dir eher kein Richtungswechsel ansteht, was das angeht. Wir sind immer lieb, außer bei Tetris. Wenn bei Tetris Rage-Maschinen-Malzer auftaucht, ne? Und den Bildschirm anbrüllt. Schön. Ich finde die Vorstellung schön. Irgendwie. Weiß ich nicht warum, aber ich mag diese Vorstellung. Das Tetris sollte eigentlich mehr Teamarbeit als Kleinkrieg sein. Das ist einfach wunderbar. So. Gut. Hat noch jemand was zum Thema Traumberuf als Kind versus Realität? Weil ansonsten würde ich jetzt mal so langsam diese dicke, fette Kiste da links neben mir packen und versuchen die hier irgendwie ins Bild zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber vielleicht schaffe ich es. Vielleicht kriege ich das hin. Ich bin noch nicht sicher, was das angeht. Und weil ich es gerade sehe, ich sollte hier vielleicht mal zwei Buttons auf meinem Stream Deck in den Ordner verschieben. Nicht, dass ich die aus Versehen drücke. Das wäre nämlich tatsächlich schlecht. Das ist nämlich dann der Button für Stream beenden und so. Und wenn die in dem Ordner sind, ist das... Ne? Das ist wie die Kappe vor diesen großen roten Knöpfen, die irgendwelche schlimmen Dinge auslösen in Filmen. So. Hervorragend. Ich habe auch noch... Wie lange trinke ich jetzt schon an diesem Kaffee? Über eineinhalb Stunden. Warum? Das ist nur ein halber Liter. OTA wolltest du machen, weil du die OP-Schwester machen wolltest, ohne Krankenschwester machen zu müssen. Hast aber dann festgestellt, dass du für das nicht gemacht bist. Ja, ich glaube... Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Im OP stehen. Auch wenn du nicht, sage ich mal, der Mensch bist, der gerade am... Menschen herumschnippelt. Das, glaube ich, ist schon... Da geht öfter gut die Action ab. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich kenne es nur aus Serien. Aber ich glaube, manchmal sind diese Serien gar nicht so weit entfernt von der Realität. Was das angeht, ne? Gerade wenn es mal hektischer wird. Wenn wirklich irgendwie Notfall ist. Ist alles nicht einfach. Ja, gut. Aber dann trinke ich jetzt ganz kurz meinen Kaffee aus und dann versuche ich mal, dieses Ding da hier... hierher zu hieven. Tausche den... Dingens aus. Den Streamtitel. Dann packen wir das Ding aus. Dann mache ich euch richtig schön neidisch. Und genau, nachdem ich euch neidisch gemacht habe, mache ich Pause und dann starten wir mit Type-O-Man. Klingt nach einem Plan, oder? Box, 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 Box. Ja, Moment. Erst Kaffee, 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 Kaffee. Das Ding auspacken. Nicht das Ding. So, Moment. Ich habe hier eine Szene vorbereitet. Obacht. Gleich ändern sich Dinge. Okay. Meine hübsche Seitenkamera ist wieder hier. Und jetzt muss ich irgendwo meine Tastatur und meine Maus verstecken. Äh, Moment. Moment. So. Ich habe die Tastatur darüber geschoben. Die Maus hierhin. Sollte passen. Wahrscheinlich muss ich das Ding hier auch nach hinten schieben. Und das hier auch. Das Ding ist echt groß. Also, aufpassen. Ja. Ich bin der Typ, der komisch hinter der Kiste hervorschaut. Shit, ich wollte Streamtitel und so noch anpassen. Moment. Moment. Das muss ich noch eben schnell tun. Ist die PS5 da direkt mit dabei oder wie? Ne, die PS5 habe ich schon hier rumstehen. Ist schon ein bisschen länger. Ähm. So. Oh Gott. So. Unboxing Horizon Forbidden West Collectors Edition. Okay. Aktualisieren. Hallo Adel. Hi. Gut. Habe ich mich verschrieben? Nein. Sehr schön. Okay, dann kann ich mein Zeug hier wieder wegpacken. So. So. Ja. Also. Ja. Ne. Die Kiste ist jetzt nicht unbedingt klein. Ich zeige euch die mal. So sieht die aus. Sehr, sehr geil. Tatsächlich. Sehr, sehr geil verpackt. Richtig, richtig edle Box, wie ich finde. Ich brauche noch Platz für diese Box. Ich weiß nicht, wo ich die hinstellen soll. aber das, äh. Ja. Ne. Irgendwann, äh, ja. Kriege ich das auch noch hin. Ich sehe so anders aus. Neue Kopfhörer. Tatsächlich ja, Adel. Tatsächlich ja. Ich habe jetzt, ähm. Mega stylische, silberne Dinger. Die hatte ich aber eigentlich die letzten drei, zwei Streams auch schon an. Ähm. Die sind tatsächlich, äh, sehr, sehr geil. Ich, ähm. Silber Bubble. Ja. Silber Bubble trifft es ziemlich gut. Ähm. Die können nämlich auch was. Holy shit. Das, äh. Ich dachte immer, die Sennheiser Kopfhörer, die ich vorher hatte. Aber die, die sind gut. Aber die sind nichts gegen die hier. Allein was die hier an Bass-Leistungen raushauen, ist der Hammer. Ähm. Ja. Was verstehe einer Baby? Saumüde, nicht schlafen wollen, aber dann meckern und weinen, weil müde. Hehehe. Das erinnert mich an ein Kind, das mir neulich mit seiner Mutter entgegengekommen ist. Ähm. Und Passu nicht gehen wollte. Aber natürlich trotzdem mitwollte. Das war ein Gezeter auf der Straße, das einem allein vom Zuhören quasi schon fast das Gehör gestürzt ist. Äh. Aber, äh. Ja, ne? Man will ja mit, aber man will auf gar keinen Fall gehen. Auch so ein Klassiker, ne? So. Ich drehe mal hier weiter. Ich bin mal... Äh. Äh. Alles nicht so einfach hier. So. Äh. Ja. Ja. Hervorragend. Was haben wir denn da alles? Die arme Mama. Ja, das dachte ich mir in dem Moment halt auch. Warte mal, ich muss mal den Chat hier eben kurz weiter nach links ziehen. Auf dem Monitor. Sonst kann ich euch so schlecht lesen gerade. Du bist so neidisch. Hast dir heute das Spiel auch geholt und schon angefangen zu zocken. Wie ist der erste Eindruck? Spoilerfrei bitte. Wahrscheinlich hervorragend, ne? Ich rechne nur mit dem Besten. Aber ja, die Collectors Edition musste ich mir raushängen lassen. Nächste Woche kommt auch die von Elden Ring und äh, ich weiß nicht, wo ich die hinstellen soll. Ich brauche erst neue Regale, damit ich die unterbringe. Bis dahin, ich hab keine Ahnung, wo ich die lagern soll. Aber bevor ihr fragt. Nein, ihr kriegt sie nicht. Die bleiben schön brav bei mir. So, ähm, genau. Hier steht jetzt, was da alles, äh, drin ist. Eigentlich gar nicht mal so viel. Ein Steelbook ist drin. Dafür, dass man nicht mal eine Disc hat, aber man hat ein Steelbook. Ähm, weil das Spiel wird komplett runtergeladen auf der PS5. Dann, ähm, genau. Was haben wir noch? Ein Mini Artbook. Das ist nice. Dann diese Statue hier. Die wahrscheinlich den Großteil dieses Kartons hier ausmacht. Und noch so ein bisschen anderes Gedöns, ne? Was man halt sonst noch so hat. Und hier, da. Man sieht's hier ganz klein. Eine Mini-Aloy-Figur. Die, die finde ich voll niedlich irgendwie. Also ich hab's ja noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich finde die voll niedlich. Schauen wir mal. Okay. Ähm, wo macht man das Ding jetzt auf? Wartet. Kurz mal orientieren hier. Bis jetzt gut? Cool. Sehr schön. Ich freue mich so da drauf, ne? Ich werde das heute wahrscheinlich nicht mehr spielen. ähm, oder nach dem Stream. Sondern eher morgen dann loslegen. Erst ausschlafen und dann, dann starten damit. Aber ich freue mich so dermaßen auf das Game. Das ist witzigerweise eine Werbung vom Spiel im Kino am Dienstag gesehen. Echt? Kino-Werbung für ein Spiel? Oh, das ist neu. Ja, das hab ich auch noch nie gehört. Das hab ich auch noch nicht gehört. Das ist... Wow. Das ist interessant. Da ist das Spiel als Disk nicht drin. Ja, genau. Genau. Irgendwo ist ein Download-Code. Und, äh, das war's dann. Ähm, aber das ist in Ordnung. Meine Leitung ist glücklicherweise schnell. Also den Download werde ich heute noch starten, vermute ich. Oder gehe ich jetzt mal stark von aus. Und dann kann ich da morgen direkt loslegen, hoffe ich. Day One-Patch, glaube ich, wurde auch schon vor ein paar Tagen veröffentlicht. Von dem her habe ich da jetzt keine Probleme damit. So, wo geht's denn hier weiter? Da. Da sind auch nochmal drei so Siegeldinge. Du musst erst mal Frozen Viles zu Ende bringen. Dann holst du dir vor Bitten West... Oh, Frozen Viles war auch so gut. Das war auch so gut, ne? Pass auf, dass du den Code nicht leakst. Ja, ich weiß. Das dachte ich mir auch gerade in dem Moment, als ich's gesagt hab. Ähm, okay. Ich glaube, hier kommen gleich spannende Dinge zutage. Ich weiß gar nicht, wo geht das Ding hier noch irgendwo auf? Ähm. Ähm, okay. Wartet mal. Ne, man muss es zeitlich ausschieben. Okay. Ich zeige euch mal, was hier gerade kommt. Du weißt, ich weiß das, äh, aber du sagst es lieber trotzdem nochmal, weil Benni, Benni, ja, es ist, ja. Hier. Sieht man schon gestrüpp. Was sieht man auf der anderen Seite? Lass mich mal kurz gucken. Mein Maul, äh, äh, mein tolles Pad hier stört jetzt gerade tatsächlich. Oh, auf der anderen Seite ist mehr gestrüppt. Oh, das kennt man. Das kennt man, wenn man den Trailer gesehen hat. Wisst ihr was? Ne. Oh Gott, oh Gott. Ich brauch hier mehr Platz. Es wird Zeit, dass ich hier endlich umbaue. So. Jetzt kann ich euch ganz kurz nicht lesen. Glaube ich. Äh. Moment. Kann sich nur um Stunden handeln. Moment. Nee. Es geht nicht raus. Es will nicht. Ich kann nicht zocken, weil es nicht rausgeht. Hallo? Oh Gott, oh Gott. Moment. Nee. Ich will halt auch den Karton hier nicht kaputt machen. Hi, Hund. Das ist jetzt gerade echt unpraktisch. So. Oh. Oh. Oh, es bewegt sich. Und irgendwo hängt es schon wieder fest. Moment. Moment. So. Moment. Das sieht sehr, sehr spannend aus, was ich hier gerade tue, ne? Ich muss das hier so... Ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt bin ich halt wirklich nur noch das paar Augen hinter der Kiste, ne? Hilfe. Moment. Moment. Okay. Okay. So. Kann ich das hier balancieren auf meinem Kopf? Ja. Oh, oh. Bitteschön. Einmal Aloy. Benni aus der Kiste, das neue Format. Ach, ja. So in der Richtung. Ich hoffe, das klippt jemand. Ähm. Gut. Jetzt habe ich das Ding hier in der Hand. Äh. Moment. Moment. Ich muss kurz diesen Karton hier auf die Seite bewegen. Bin sofort wieder da. Moment. Ähm. Hi. 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 So. Und du hast die Frozen Viles erst vor kurzem geholt, weil PS4 kannst du zocken, während du Lucien stillst. Da kannst du ja auf dem Sofa bleiben. Ja, es ist auch, es ist ein super Spiel. Also, der erste Teil ist immer noch der Hammer. Und Frozen Viles ist so ein unglaublich gutes DLC, ne? Es ist die Lämmer, wenn man was rausholen will, aber nichts dabei kaputt machen will. Ja. Ja, es ist furchtbar. So. Also. Seite Nummer 1. Die Front. Natürlich Aloy im Vordergrund. Können wir mal zählen, wie oft Benni im Moment sagt. Ja, wahrscheinlich öfter. Genauso wie so. Und ne? Und und. Ich weiß, es ist furchtbar. Ach man. Okay. Aber. Weiter im Text. Dann haben wir hier. Die Dinger hier oben erinnern mich sehr an die Wächter. Aber ich glaube, das ist irgendwas anderes. Sieht auf jeden Fall etwas garstiger aus. Sehr, sehr viel garstiger. Man könnte ein Trinkspiel draus machen. Macht das mal lieber nicht. Oder ihr werdet den nächsten Morgen nicht erleben. Hier. Noch eine neue Maschine. Sieht auch schon mal sehr, sehr cool aus. Und jetzt das, was ich, warum ich gesagt habe. Wahrscheinlich hat man das schon mal gesehen, wenn man einen Trailer oder den ersten Trailer vor allem gesehen hat. Die Golden Gate Bridge. Ich bin so gespannt da drauf, ne? Wie sie das alles hier eingebaut haben und Dingens. Das bisherige Gebiet oder in Horizon Zero Dawn war es ja auch schon. Das ist ja tatsächlich ein reales Gebiet. Das kann man mit Google Maps vergleichen. Aber da waren halt keine wirklichen Landmarks drin. Und hier schon. Also die Bay Area und so. Wird, glaube ich, schon spannend. Sehr, sehr spannend. Wenn zwei Leute auf die gleiche Idee kommen, ist es meistens übrigens eine gute Idee. Du darfst aktuell nicht trinken. Ja, schwierig, ja. Du siehst, Alter, holt sich ein rotes, weinhaltiges Getränk. Sehr schön. Oh, Amy legt auch los. Alles klar. Sehr gut. Ja, wartet mal. Wir haben noch eine Vorderseite. Ne, eine Oberseite. Die ist aber relativ unspannend. Oh Gott. Horizon Forbidden West. Mir fällt gerade auf, dass ich die Kamera tatsächlich schön senkrecht hier ausgerichtet habe. Das ist sehr, sehr gut. Ach so, und die Unterseite sieht so aus wie die Umverpackung. Das sieht nervig aus, das Flugvieh. Ja, das waren die im ersten Teil auch schon. Das war ganz furchtbar. Das war ganz, ganz schlimm. Da kann ich mich dran erinnern. Das waren die schlimmsten Fights. Dagegen habe ich diese, äh, wie heißen die? Thunder Jaws. Ähm. Im Deutschen, glaube ich, hießen sie Donnerkiefer. Die, die gingen halt einfach irgendwann mal so nebenher. Aber dieses Flugvieh hier, vor allem mit Controller Aim, gar nicht so leicht. So, ich fange mal an. Ich glaube, man kann jetzt hier einfach, oh ja. Oh. Ich mache das mal so. Da öffnet sich nämlich was. Das ist die Packung. Das bin nicht ich. Ich will das nochmal anmerken. Holy shit, ist das Ding groß. Ach du Scheiße, ist das groß. Ähm, ja. Puh. Irgendwie hatte ich damit gerechnet, dass die Figur kleiner ist. Frag nicht warum. Ach du Schande. Okay. Moment. Ich packe mal kurz diesen Karton hier auf die Seite. So. Ja. Wahrscheinlich fängt jetzt mein Greenscreen da drüben zu krisseln an. Ähm. Wow. Habe ich schon erwähnt, dass ich keinen Platz dafür habe? Habe ich schon erwähnt, dass ich keinen Platz dafür habe? Uuh. Holy shit, ist das Ding geil. Aber ich glaube, wir machen erst unten auf, oder? Hier ist nämlich eine kleine Schublade. Ist auch eine sehr, sehr geile Verpackung. Das ist tatsächlich eine Schublade. Das geht nicht raus. Oh, das ist cool. Ey, wartet mal. Das Ding ist dazu gedacht, dass man es so ins Regal stellt. Oder? Sehe ich das richtig? Quasi so ab ins Regal. Dann hat man noch den Hintergrund hier von der Packung. Oh, nice. Wie viel hat die Edition gekostet? Ähm. Ich weiß es nicht mehr. 200 irgendwas. Ähm. Es ist nicht die Regala-Edition. Da ist die Figur noch größer, wenn die schon so groß ist. Aber die war selbst mir dann zu teuer. Die Regala-Edition habe ich heute nochmal auf Amazon für 600 Euro gesehen. Und ich glaube, die hier war so 220, 200, irgendwas zwischen 220 und 250. Ich bin nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr sicher. So. Gucken wir mal ganz kurz, was hier drin ist. Nice, der Scheiß. Ja, mega. Gibt es die noch? Äh. Ich glaube, vorhin war sie tatsächlich verfügbar. Also auf Amazon. Keine Ahnung, ob das jetzt noch so ist. Ob das so bleibt. Kein Plan. Ähm. Aber kannst du ja mal gucken. Also kriegen wirst du sie wahrscheinlich. Aber frag mich wo. Und zu welchen Preisen. Kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ich habe vorhin gesehen auf Amazon, dass ich die letztes Jahr im September bestellt habe. Sie wurde angekündigt. Fünf Minuten später war sie im Warenkorb und gekauft. Die Regala ist auch geil. Ja. Das ist diese Figur hier nochmal. Mit diesem Aufbau, den man mal in einem Trailer gesehen hat. Und noch zwei, drei kleineren Figuren dazu. Aber wenn das Ding... Also guckt mal, das ist meine Hand im Vergleich. Das Ding ist... Weiß ich nicht. Das Ding ist größer als mein Kopf. Und der ist schon nicht klein. So, das hier ist das Steelbook. Wartet mal. Wo ist mein... Oh Gott. Genau für solche Fälle hatte ich eigentlich... Moment. Das ist so gebaut. Deswegen sind es drei Szenen geworden. Damit ich das so zeigen kann. Das ist das Steelbook. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Wenn wir hier schon von nicht kleinen Dingen sprechen. Ja, das ist halt echt groß. Das ist die Rückseite davon. Sieht auch sehr cool aus. Und der... Man sieht das jetzt nicht im Stream. Wahrscheinlich nicht so wirklich. Aber Aloys Fokus spiegelt. Riecht das so? Ja, da sieht man es so ein bisschen. Da sieht man es so ein bisschen, ne? Wenn ich hier so in Richtung Licht gehe, dann... Der Spiegel. Der ist wirklich metallisch nochmal. Irgend so eine Silberfarbe oder so. Auch richtig geil. So, ich vermute mal, da sind meine Codes drin. Deswegen packe ich die jetzt mal wieder hier so ein. Wir schauen da jetzt nicht nochmal genauer rein. Oder tun wir? Lasst mich mal schauen. Scheiße, ich bin viel zu neugierig. Wo ist denn... Wo ist denn hier der Start vor dem Band? Ja, das kommt davon, wenn man seine Fingernägel schneidet. Und dann keine Fingernägel mehr hat, mit denen man irgendwo einhaken kann. So. Okay. Voll schön, ja. Ich bin ja nicht der Typ, der wirklich oft so Collectors Editions oder so kauft. Ich habe das jetzt hier gemacht. Ich habe es für Elden Ring gemacht. Wo ich auch die Limited oder ne, die Premium Collectors Edition nächste Woche geliefert bekomme. Und die letzte davor war Tales of Arise letztes Jahr. Da sagt er, er macht das nicht oft und dann sind das drei innerhalb von sechs Monaten. Aber, ne, so, davor war lange, 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 lange nichts mehr. So, jetzt muss ich kurz gucken. Hier steht wahrscheinlich mein Code. Das ist, okay, das ist der Code für Soundtrack. Moment. Okay, digitaler Soundtrack ist dabei. Auch nice. Das ist mein Spiele-Code. Und das sind die Mini-DLCs quasi. So, machen wir das mal kurz so. Dann sind das hier nämlich die Hinweise. So sieht das Steelbook übrigens von innen aus. Auch sehr, sehr geil designt. Sehr, sehr cool. Und Platz für zwei Discs. Und es ist nicht eine Disc dabei, ne? Okay. Das ist ein bisschen fies, aber... Das ist in Ordnung, wenn ich es voll digital habe. So, Plastikmüll erstmal in die Küche werfen. Gut, dann... Wieder hier rüber. Dann haben wir hier das nächste. Das hier ist das Artbook wahrscheinlich. Es riecht frisch gedruckt. Es riecht wie frisch aus der Presse. Das ist auch cool. The Art of Horizon Forbidden West. Hier, bitteschön. Bekannte Motive inzwischen. Hinten... Ich finde das Muster auch sehr, sehr geil. Das ist ein richtig, richtig cooles Pattern. Ich mag das sehr. Schauen wir mal ganz kurz rein. Ich hasse es, wenn ich Bücher aufmache. Ich will dann nie die Seiten knicken, ne? Ich bin immer so derjenige, der immer diesen schönen Bogen in den Seiten lässt, damit bloß kein Knick drin ist. Okay, fängt gut an. Mit einem Reittier und einem toten Hirsch. Äh, Moment. So. Ja. Oha. Oha. Ich zeige euch jetzt nicht jede einzelne Seite davon. Nur die, die mir gerade spontan ins Auge stechen. So wie dieses Panorama hier zum Beispiel. Äh. Ja. Doch. Ist ein bisschen schwierig, euch das so zu zeigen, ne? Weil die Kamera hier an der Seite ist. Mega. Oh ja, man kann ja tauchen, ne? Oh, das gab es ja auch. Oh cool. Die Zerstörermaschinen sind offensichtlich auch wieder ein Ding. Oh, sowas finde ich auch immer cool. So Waffen quasi in der nahen Perspektive, sage ich jetzt mal. Bei Adel brauchst du dir da keine Sorgen machen, Amy. Oh, wow. Das ist genau das, warum ich so Artbox so tatsächlich ganz gern mag. So diese Detailaufnahmen von einzelnen Items oder Kostümen oder sowas in der Richtung. Ich hatte sie gerade nicht verstanden. Naja, von nicht kleinen Dingen. Das ist jetzt schwer zu missverstehen, oder? Wenn wir vorhin von großen Dingen gesprochen haben. Ähm, ne? Oh Gott, ich glaube, ich spoiler mich hier gerade. Oha, ja. Ich erspare euch mal die Spoiler, aber das Artbook spoilert. Das ist ja fies. Aber das macht nix. Mein Gedächtnis ist wenigstens schlecht. Wie viele Seiten sind denn das? Das sind ein paar. Du gehst nicht mal vergraben. Oh, okay. Lass ein Luftloch übrig. Wird sonst ein bisschen schwierig. Oh, sehr cool. Okay, das hat man schon mal gesehen. So, das kann ich euch noch zeigen. Das sind die letzten beiden Seiten, glaube ich. Einmal die... Die Schildkrötenmaschine. Und noch ein schönes Environment. Immer diese Artbooks, die spoilern. Ja. Okay, ja. Und den hier kennen wir. Okay, das ist die letzte Seite. Äh, wartet. So rum. So. Und das ist auch der... Die Elefantenmaschine, die in der großen Regaler Edition drin ist. Ähm. Die nochmal ein ganzes Stück krasser ist als die hier. Und die hier ist schon krass. So. Jetzt kenne ich schon alle Viecher. Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. So. Ich glaube, wir trauen uns mal hier an das Monster. Ich mache mal die Schublade zu. Ach so. Okay. Das Ding stand gerade auf Alexa. Deswegen ist, äh, ja. Okay. Obacht. Das kippt jetzt gleich hier rum, ne? Hier muss doch irgendwo... Ah, sieh mal an, das ist verklebt. Alles klar. Das ist, äh... Angst. Okay, da hinten ist irgendwas rausgefallen. Moment. Was ist denn das? Enthält empfindliche Teile. Vorsichtig handhaben. Bitte hier das Montagevideo ansehen. Doppelpunkt. Ach so. Ah. Okay. Der Link steht auf der Vorderseite. Da steht er. Es gibt tatsächlich ne... ...ne Bauanleitung dafür. Ein Video. Wie man es zusammenbaut. Okay, es gibt aber auch hier die Anleitung. Das ist... Das ist praktisch. Sieht dann... ...so aus. Braucht's wahrscheinlich auch bei dem Riesending. Böse Alte hat weggeguckt. Wirst du's eigentlich spielen, Böse Alte? Jetzt auf meinem Bildschirm die Anleitung laufen lassen. Ja, schauen wir mal. Ich, äh... Versuche mich da gleich mal dran zu halten. Ähm... Also, nicht an die Videoanleitung, sondern... ...an die, die hier, ähm... ...Dings angezeigt wurde. Und hi Anton. Äh... Die da steht. Das ist jetzt nicht so schwierig. Das ist wie Bauklötze stapeln. Im ersten Moment. Oder kennt ihr diese... ...diese komischen Kinderspiele? Mit, ähm... Vierecke, ne? Würfel ins Viereckige. ...und Bälle ins Runde. Und, äh... ...oder Kugeln ins Runde. Diese komischen Spielchen. Oh. Da ist noch ein Klima. Ja. Okay. Warte. Okay. Alles gut. Nichts kaputt. Oh mein Gott. Schaut euch dieses Monster an. Wenn an dem was beweglich ist, ist es bei dir Polen offen. Äh... Es gibt Sachen, die man zusammenstecken muss. Das? Ja. Ob's beweglich ist, wird sich noch rausstellen, glaube ich. So, warte mal. Ich versuche mal die Einzelteile zu finden. Das hier ist eins. Und ich traue mich nicht, es rauszuholen. Hilfe. Moment. Ich habe Aloy entdeckt. So. Oh, die ist ja niedlich. Die ist ja cool. Oh, die ist mega. Voll gut. Wartet. 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 Moment. Moment. Hier. Aloy. In Mini. In Cool. Das ist sehr, sehr geil. Boah. Sogar die Augen sind angemalt. Oder ausgemalt. Puh. Ist das kleinteilig. Hi, Neko. Angeber. Na, ich mache euch jetzt ein bisschen neidisch, ne? Aber ihr habt mich auch nicht aufgehalten. So, Aloy lege ich mal da drüben ab. Was, du musstest übrigens heute Müller nach dem Spiel fragen. Und in deinem, äh, was? In deinem Expert gab es das Spiel nicht im Regal. War das so vergriffen? Oder wurde nichts ausgeliefert? Bei so einem Hype-Spiel? Denke ich mir, äh, sollten die das eigentlich schon auf Lager haben im Normalfall, oder? Du spielst es gerade? Wie, wie findest du es bisher, Neko? Okay. Wartet. Oh Gott. Bist du schwer. Und hey, Lilith. Hi. Hallöchen. Wir versuchen gerade... Wir basteln gerade. So, Moment. Also, wir haben hier noch ein Bauteil. Die sind echt fest da drin. Ich hab wirklich Angst, sie da rauszuholen. Moment, wartet mal. Das sind die Schloßzähne von dem Vieh, ne? Okay. So. Ich schieb euch den jetzt mal hier hin. Ach so. Ja, Moment. So. Besser. Ähm, das ist Papier. Das brauche ich jetzt nicht. Das, ähm... Werfe ich jetzt auch mal in die Küche. Kann ich nachher aufräumen. Das ist in Ordnung. Ich versuche gerade rauszufinden, wie man die Dinger hier rausbringt, ohne dass sie kaputt gehen. Weil sie fühlen sich schon so an, als... Wäre das echt... Ah, okay. Das ist echt nicht so einfach. Okay. Ein Teil. Ein Teil. Sehr schön. Bis zwar noch nicht weit, aber es sieht schon sehr nice aus. Ja, ja, glaube ich. Also, von dem, was ich bisher gesehen habe, was eigentlich nur Grafikvergleiche waren, sah es halt mega... Also, rein grafisch absolut Bombe aus. Sowohl auf der PS5, als auch auf PS4. Da sah es auch richtig gut aus. Obwohl es deutlich abgespeckt war. So. Ne? Moment. Da ist ein kleiner Stöpsel, der festhemmt. Warte, vielleicht fange ich hier drüben an. Vielleicht geht's da besser. Oh, hier. Ja, 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 ja. Oh Gott, das Geräusch ist furchtbar. Es tut mir leid. Moment. Na ja. Ha! Endlich, der Nüppsel ist raus. Fühlst du dich traurig, weil du nur die PS4-Version hast. Die ist trotzdem super. Also, was die noch aus der Konsole rausholen, ist gigantisch. Ich habe vorhin das Vergleichsvideo gesehen. Und, äh, klar, PS5 holt nochmal deutlich mehr raus. Aber, äh, ja. Ja. Das ist krass, wie es trotzdem auf der PS4 ausschaut. Alter, wer baut denn diese Packungen? Und warum? Ha! Teil Nummer 3. Nur noch zwei. Hey, Rayman. Hi. Du siehst mich gerade an der Verpackung verzweifeln. Hi. So, Moment. Okay. Ähm. Moment. Teil Nummer 4. Ne. Dauert nicht mehr lang. Du hast das Trinkspiel für dich gestartet. Wenn die Wörter furchtbar, hervorragend oder super fallen, wird getrunken. Vielleicht noch zwischendurch, selbst wenn die Wörter nicht gefallen sind. Zählt das jetzt, wenn ich sie einfach so sage? Weil das Trinkspiel finde ich super. Weil das Trinkspiel finde ich super. Und furchtbar gleichzeitig. Okay, das war erstaunlich einfach. doch. Ja. Nee. Aber okay. Ja. 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 Du Schande. Ob du findest, Moment würde vollreichen Verdrängsspiegel. Ja, aber was soll ich denn sonst sagen, wenn es dauert? Okay, Anleitung. Ich stelle die mal hier ins ist nicht ganz ein Diorama, aber so ungefähr. Auch wenn es bestimmt schon tausendmal gesagt wurde, wieso der neue Name und warum die Pause? Die Pause, weil ja, Psyche unter anderem. Also damit hat es angefangen, dann hat es sich hingezogen, dann war ich irgendwann bequem, dann hatte ich wieder Bock auf Stream und ja. So in der Richtung und der neue Name, weil Updown Getaway hat einfach nicht mehr gepasst. Mit dem Namen habe ich mich nicht mehr wirklich wohl gefühlt. also tatsächlich eigentlich auch schon länger nicht mehr und gepasst hat er nie so wirklich, sage ich jetzt mal. Und äh, ne großes Ding, ich habe mich auch dauernd selbst dabei verschrieben, das heißt, wenn ich mich schon verschreibe und ich habe ihn mir ausgedacht, dann ist es für andere wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher. und äh, ja so hat dann das eine zum anderen geführt und ich sage mal so, ich bin inzwischen auch einfach lang genug in dieser Welt unterwegs, dass ich mich auch irgendwie traue, unter meinem eigenen Namen Content zu machen. Und äh, ja, ne jeder weiß sowieso, dass ich Benny heiße, von dem her war das eigentlich nur logisch und das macht, er öffnet mir halt oder sagen wir es mal so, es schränkt mich vor allem nicht ein. ne es schränkt mich halt vor allem nicht ein in dem, was ich plane, in dem, was ich tue, in dem, was ich möglicherweise vorhabe ich habe halt jetzt sämtliche ähm sämtliche Freiheiten mit diesem Namen so, aber das das war jetzt so mehr oder weniger die Kurzfassung von dem Ganzen okay, wartet die Dinger sind farbig markiert oh, das ist praktisch, okay, du bist gelb ne, gelb ist gelb ist diese Seite braun ist die, okay okay, passt auf das muss dementsprechend da rein gedingst werden das ist Nummer 1 dann rot das hier ist rot rot kommt hier dran warte, das muss ich so sehen äh, da gar nicht so leicht den richtigen Winkel zu treffen bleibst du jetzt da dran nun bei okay immer trinken trink am besten auch noch bei so oder ne ich arbeite doch schon an mir dass das weniger wird ne ja, genau klappt ja super hältst du jetzt mal das Ding will nicht halten ach man no ich schieb's sehr wahrscheinlich richtig da rein aber dann will es nicht stecken bleiben pass auf 1, 2 ah, jetzt okay gut das funktioniert sehr schön schön, dass ich meine eigenen Tics so gut kenne ja, ich schaue mir meine Streams auch durchaus ab und zu nochmal an um mir selbst Manöverkritik zu geben und mir fällt das schon auch an mir selbst auf aber das sich abzugewöhnen ist halt gar nicht mal so leicht Dinge, die man sowohl beim Zusammenbau als auch im Bett sagen kann ja, schon, ne ähm hier okay, next ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass das noch eine Bastelstunde wird, ne ah, jetzt gut du musst hier dran das hat sofort funktioniert und dann haben wir noch ach so, ja das Ding nennt sich Rüssel ah ja okay verstanden ja, das ist jetzt relativ einfach ich wusste doch irgendwas fehlt mir an dem Teil gut LP, ich kann dich beruhigen keine beweglichen Teile also du kannst da dran rumwackeln aber das war es auch schon schaut euch dieses Monstrum an, ne was für ein Monster heilige Scheiße ist das gut und Raymond dankeschön für die 100 Bits habe ich eigentlich schon Hallo zu dir gesagt oder bist du gerade reingekommen ich weiß es nicht mehr falls nein hi falls doch ja habe ich okay dann vergiss, was ich gesagt habe du kennst das du willst gar nicht wissen ob deine Zuhörer beim Online Radio auch irgendwann ein Saufspiel aus deinem Song gemacht haben ja, es ist halt so ein wunderbares Füllwort es leitet halt Sätze ein Übergänge zu irgendwas anderem und ja es ist hervorragend um Lücken zu füllen deswegen Füllwort ja Moment jetzt du findest Aloy ist richtig gut getroffen ja pass auf pass auf Aloy ist hier nur mal so als Größenvergleich Aloy was auch immer du für ein Riesenvieh bist ich habe jetzt schon Lust die zu zerlegen ne aber holy shit das Ding ist echt richtig gut also Moment ich zeige euch das hier nochmal in etwas besserer Qualität das Ding ist auch schwer ich würde das jetzt locker auf so ja 2-3 Kilo oder so schätzen dieses Ding aber schaut euch diese Details an es ist übrigens ein relativ flexibles Material also ich glaube die Teile sind doch nicht ganz so empfindlich wie ich ursprünglich dachte dass sie sind das sieht halt schon verdammt gut aus ne das sieht schon echt gut aus soll das eine Elefanten darstellen das ist wohl auf Elefantenbasis ja also das hier ist der Rüssel dieses Ding hier dass sie sind Stoßzähne oder ja man könnte auch sagen überdimensionale Gabeln aber das ist richtig gut da sind hier unten am Bauch so viele kleine Details mit eingearbeitet man erkennt jetzt keine einzelnen Schrauben oder so aber zumindest die Löcher wo sie quasi drin stecken ist auch sehr ordentlich angemalt weiß jemand der sich mit sowas auskennt also mit so einem Modellbau und sowas in der Richtung haben wir überhaupt jemanden der sowas macht weiß ich gar nicht sowas maschinell bemalen ist doch eigentlich fast nicht möglich oder da geht es doch auch deutlich schneller und präziser wenn man den Menschen hinsetzt also zumindest wirkt die Bemalung jetzt so auch auf mich weil die ist an manchen Stellen nicht so 100% gerade Modellbau machst du? oh cool sehr cool ich wäre nicht geduldig genug dafür mir hat das jetzt schon gereicht aber das ist doch eigentlich so gerade bei so einer limitierten Edition wenn es jetzt keine Massenfertigung ist da setzt man doch eigentlich eher mal lieber schnell eine Menschen hin als dass man das irgendwie irgendwo eine Produktionsstraße dafür aufbaut was auch sehr sehr cool ist ich greife dem jetzt einfach mal ganz frech hier unter den Bauch ist hier der Boden mit den kleinen Blättern im Schnee vermute ich mal mit den Fußabdrücken hier hinten also sehr 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 geiles Ding hat sich absolut gelohnt so jetzt muss ich nur noch irgendwo einen Platz dafür finden und das hier ist tatsächlich als Hintergrund dafür gedacht wenn ich das so sehe oh Moment du freust dich noch mehr auf die Schildkröte oh ja ich bin auch so gespannt was es noch alles an Maschinen gibt die dann im Wasser umher schwimmen was uns da noch so alles erwartet so und hier ist klein Aloy die gegen das Riesenvieh kämpfen will oder kämpfen muss glaube ich aber krasse Figur ganz ehrlich ich freue mich wahnsinnig auf die Elden Ring ähm Collectors Edition nächste Woche die ich ja auch habe ähm aber da ist halt nur ein Helm drin ein sehr cooler Helm aber es ist halt nur ein Helm ich glaube der ist einfacher oder weniger eindrucksvoll als der hier und das obwohl der auch richtig cool ist bei sowas kommen meistens nur ein bis zwei Schichten maschinell ja die Grundierung und dann die Details per Hand sogar bei äh Sony Figuren Figuren für eine Soundball ah ok ähm sogar auch so dass die Hand bemalt werden ja glaube ich glaube ich ach voll cool wow als ich heute das Päckchen entgegengenommen habe dachte ich mir so ja ok hat ein schönes Gewicht ist in Ordnung dachte aber eher dass das das Verpackungsmaterial ist aber wenn ich das so sehe was da jetzt links neben mir steht das sind nur zwei Kartons und ein bisschen Plastik das war wirklich die Figur haballa ja das heißt ich werde dann wohl mal jetzt am Wochenende noch nebenher ein bisschen Platz schaffen für ein neues Regal das braucht es nämlich dann relativ dringend eieieiei Funktionsmodellbau mit über 1000 Teilen Getriebe selber zusammenbauen was dann auch per Funk ferngesteuert äh ne per Funk ferngesteuert gestaltet werden kann uh also quasi ähm das erste was mir dazu einfällt ist so dieses diese klassische Zugstrecke im Keller die man dann halt macht oder ne sowas wie wie das Miniatur Wunderland zum Beispiel geht das so so ungefähr dann dann in die Richtung wenn du jetzt Funktionsmodellbau und Getriebe und so sagst finde ich finde ich mega cool tatsächlich LKW Modellbau ja ok ok aber jetzt abgesehen davon dass es halt kein Zug ist erstmal so richtungstechnisch schon noch ähnlich aber cool ich werde zu wenig geduldig dafür tatsächlich spätestens beim Anmalen wird es bei mir aufhören das wäre ich schaue unglaublich gerne solche Videos ne wo Leute ähm sowas machen so DIY Sachen auch aus Knete und keine Ahnung was ähm aber ich könnte es nicht selber ich könnte es nicht selber machen das da wird meine Geduld nicht dafür ausreichen absolut nicht Elden Ring wollt ihr auch sehen ja das dachte ich mir fast jetzt ja die kommt wenn alles gut geht die habe ich nicht bei Amazon bestellt sondern bei Bandai selbst ähm aber wenn alles gut geht ist die auch nächsten Freitag hier dann können wir das nächste Unboxing machen schön schön richtig 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 edles cooles Ding mega happy okay goodie werft noch einen letzten neidischen Blick da drauf weil ich muss die jetzt gleich mal erstmal irgendwo lagern ich packe mal mein Taschenmesser hier weg ich muss den Karton wieder kurz zusammenbasteln und äh die irgendwo unterbringen wo sie möglichst jetzt nicht vom Hund angefressen wird oder sowas in der Richtung das wäre ein bisschen doof ähm genau euch schicke ich aber in der Zwischenzeit dann in die Pause ihr dürft ein bisschen Tetris spielen während ich hier aufräume ja und dann sehen wir uns gleich wieder und dann machen wir mit äh shit wie heißt das Spiel Typo Man dann machen wir mit Typo Man weiter oder was heißt weiter wir fangen damit an ich bin schon sehr 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 gespannt ja ich hab da schon fertig lackiert die Führerhäuser wer es möchte ja aber dann irgendwo fehlt ja dann was ne wenn es grundiert ist okay aber dann so Details draufzeichnen oder sowas oder draufmalen draufpinseln das muss ja das muss ja dann auch irgendwie sein finde ich jetzt ne sonst hat man da halt so ein fixwertiges Ding und ja ne oh ich kann Aloy boopen so ne holt euch schnell was zu trinken spiel Tetris holt euch was zu knabbern wir spielen gleich los mit unserem äh ja mit unserem Typo Helden der aus vier Buchstaben besteht ne bis gleich ähm Moment Moment gleich hab ich den richtigen Knopf es ist der hier bis gleich ne bringt euch nicht gegenseitig um Teamwork ist das ist das Ding das man hier braucht Teamwork klingt komisch ist aber so ganz toll wenn es ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kannst du gut. Ja. Die Bäume findest du direkt super. Ja. Ich mag sowas. Ich stehe ja unglaublich auf Typografie. Ich bin leider selber ein ziemlicher Typografie-Depp. Ich kriege es nie richtig hin. Aber ich stehe da unglaublich drauf. Safe. Okay, wir müssen das hier retten. Das ist unser R. Hero. Wir sind offensichtlich der Held in dieser Geschichte. Ob sich das bewahrheiten wird? Ich weiß es noch nicht. Adel, ich finde dein Emote gerade ein bisschen verstörend. Mit dem Smiley auf dem Pferd. Ein Baum stand durch die Zweige Tree. Ah, okay. Dann habe ich nicht alle Buchstaben gesehen, glaube ich. Die Haas als Leiter. Und was ist das hier? Quotation Hunter. Unglücklich ist das Land, das einen Held benötigt. Okay. Oder was heißt unglücklich? Ja, doch. Passt eigentlich ganz gut. Tutorial. Das ist schön. Press. Ja, press was? Ich drücke gerade ganz wilde Dinge. Ach so. RT. Moment. Das hier ist RT, oder? Oh. Oh. Okay, wir ziehen Buchstaben. Was mache ich jetzt mit dem? Was mache ich mit dir? Oh. Gehst du nochmal? Hallo? Gehst du nochmal auf? Nope. Ach so. Und jetzt B. Oh. Ach so. Oh. Schade, schade, schade. Okay. Ja. Okay, das ist gut. Ach so. Und jetzt kann ich es wahrscheinlich hier hinstellen. Ja, aber ich will jetzt nicht mehr RT drücken. Okay. 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 Was mache ich jetzt damit? Ich muss doch einfach auf die Leiter, ne? Schade, dass es auf Englisch ist. Ja, ich übersetze es auch. Also von dem her. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Okay, das ist einfach nur. Das war nur das Tutorial für. Nimm Buchstaben mit. Okay. Hat jemand aufgepasst, was da hinten gerade reingekracht ist? Weil ich nicht. Okay. Leather. Ah. Hebel. Oh, cool. Dadurch kannst du es nicht selber spielen. Ach so. Okay. Äh. Verstehe. Okay. Kann ich hier noch was machen? Geht der einfach? Den habe ich wieder umgelegt, ne? Ne, das ist zeitlich. Okay. So. Okay. Und. Wir können uns offensichtlich auch festhaken. Das finde ich gut. Wir können auch einfach in unseren Tod fallen, weil wir nicht klettern können. Die A's da unten sind schön. Okay. Oh, nice. Ja. Ah. Ah. Wie passend, dass A's so eine dämliche Spitze auf dem... Oben haben, ne? Ich wollte gerade sagen, auf dem Kopf haben. Aber es ist ja kein wirklicher Kopf. Oh, gut. Ah, okay. Die Leiter hat uns gerettet. Sehr gut. Was ist denn das? Was bist du? Was bist du? Ah! Ah! Okay, passt die Lautstärke eigentlich? Oder soll ich das Spiel noch ein bisschen lauter machen? So laut wie die Musik war, so leise kommt es mir jetzt gerade vor. Okay, ich glaube da unten geht voll. Okay. Ist okay? Passt. Alles klar. Move. Also dich aus dem... Warte. Dich aus dem Weg. Ich finde das schön, dass wir O's rollen und R's tragen und on. Errungenschaftsfortschritt. Wordcrafter. 1 von 30. Okay, wir haben gerade die Plattform angemacht. Das ist aber jetzt doof. Weil wir müssen da rauf. Das hier war der Screenshot. Ja, stimmt. Das war der Screenshot. Tatsächlich, ja. Das war er. Okay, Plattform nach oben. Was kann ich jetzt hier mitmachen? Oh, ich kann mich auch hier festhalten. Uh. Das ist fancy. Das ist fancy. Was war das denn für ein Krabbelvieh? Irgendwas Böses. Böse Buchstaben. Okay. Ah, der Trick beim nach oben ziehen ist... Drück den Stick nach oben. Also, tatsächlich nach oben. Okay, das ist ein Secret. Äh, Chaos und Gier. Ähm. Was? Brüten Männer, die Helden werden. Oder bilden Männer, die Helden werden. Oder wie, oder was? Aber wie kann ich ein Held werden, wenn ich keine Hoffnung habe? Ja, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig, tatsächlich. Hat Breed eine andere Bedeutung außer Brüten? Weiß das gerade jemand? Weil mir wäre keine bekannt sonst. Schwierig zu übersetzen, ja, ne? Aber schlussendlich war hier eigentlich das Ding... Wie will man ein Held werden, wenn man selbst keine Hoffnung hat? Erschaffen, erzeugen, hervorbringen. Ja, okay. Dann ergibt es Sinn, ja. Chaos und Gier erschaffen also Helden. Was interessant ist, weil ein Helden würde ich jetzt persönlich eher mit... Eher weniger mit Gier. Mit Chaos, ja. Aber mit Gier nicht so wirklich... Ähm. In Verbindung bringen. Erschaffen ist gut, Erschaffen ist sehr gut, ja. Wenn Tiere Kinder haben, nennt man das so. Ja, das ist richtig, ja. Trust. Vertrauen. Vertrauen in was? In was soll ich jetzt vertrauen? Oh. Ähm. Doom. Oh oh. Ah. Run. Ich laufe. Ich nehme Buchstaben mit. No. Oh, warte. Oh. Oh, wie on. Oh no, 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 no. Oh, no, no, no. Ziehen ist vielleicht doof. Ähm. Ja. Okay. Doom jagt mich und, äh, der Krieg ruft meinen Namen. Das einzige Ding, das ich jetzt noch habe, ist die Macht der Wörter. Äh, das einzige, was mir bleibt, ist die Macht der Wörter. Okay, was hab ich jetzt angemacht? Ach, das... Das Schild da, oder? Oh Gott. Komm ich hier raus? Ja! Nein. Äh, ach so. Ähm, lauf. Lauf, kleiner. Lauf. On, 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 on. Okay. Und lauf, lauf, lauf. Äh, nein. Kletter, kletter. So rum. Okay, die Stelle ist wieder sehr laut. Okay, gut. Wir sind durch das Geld entkommen. Nein, wir sind nicht entkommen. Wir sind entkommen. Loot, loo, was? Stand da irgendwo Loot? Das habe ich nicht gesehen. Kann ich hier nach unten gucken? Nee. Ich traue mich nicht, da runter zu springen, wenn ich ehrlich bin. Uh. Eher wie das Vertrauen wurde gehängt. Möglich, ja. Erschaffe neue Wörter. Okay, da haben wir wieder ein Gate. Alles klar. Tutorial. Finde das englische Wort, welches das Tor herunterfahren lässt und buchstabiere es hier. Bitte, wat? Stelle hier Buchstaben ab, die du nicht verwenden willst. Hiermit bestätigst du das Wort. Ich war lauter als dein Game, das du nebenher spielst. Okay. Äh, ja. Schwierig. Schwere Zeiten bringen starke Männer hervor, starke Männer sorgen für gute Zeiten. Gute Zeiten bringen schwache Männer hervor, schwache Männer sorgen für schlechte Zeiten. Das ist doch irgendein Zitat, oder? Wahrscheinlich. So. Aber Leute, wir müssen das Tor aufmachen. Ich bin auch nicht sicher, wie. Ähm. Ne. Gate. Was mir jetzt eingefallen wäre, wäre Dor. Aber dafür fehlt uns leider ein zweites O. Ähm. Dann würde funktionieren. Mit diesem Buchstaben. Ich mach das mal einfach. Äh. Okay, also. Das ist relativ einfach. Das Spiel sieht echt interessant aus. Ja. Ja. Mega. Okay. Ich probier's mal, oder? Findet das englische Wort, welches das Tor herunterfahren lässt. Joa. Ah. Hm. Ja. Herunterfahren. Das ist das, was wir brauchen. Down. Okay. Ja. Was ist Y? Ach so, Y ist, äh. Okay. Okay. Verstehe. Das ist, das sind coole Rätsel. Das sind sehr coole Rätsel. Okay. Und ich sollte lesen, was da in der Anleitung steht. Herunterfahren war eigentlich der Händ, den wir brauchten. Spiel fix dich hart an. Bis jetzt finde ich's absolut super. Ich weiß noch nicht, was uns alles erwartet, aber das ist jetzt schon großartig. Okay, ja. Festhalten und. Okay. Sehr gut. Das funktioniert schon mal. Ja, okay. Ja. Ja. Und. Hervorragend. Das ist ein Spiel, womit ein großer Englisch üben könnte. Ja. Absolut. By the way. Deutsche, deutsche Entwickler, die das gemacht haben. Ich glaube 2016 ist das released worden. Wenn mich nicht alles täuscht. Und, ähm. Hat auch einige Preise gewonnen. Hat tatsächlich einige Preise gewonnen. Okay, pass auf. Ich hab ne Idee. Ja. Ich glaube, wir müssen hier Turn draus machen. So, B drücken. Wir müssen das Ding einmal schleppen. Hier hin. Und dann bauen wir hier mal kurz ein Turn draus, ne? So. Nein. Oh, danke, Spiel. Warum werfe ich den Buchstaben weg? Warum mache ich sowas? Was stimmt nicht mit mir? Was ist meine Fehlfunktion? Ach, Mann. Okay. Earn. Wort gefunden. Ja, aber Urne brauche ich nicht. Ich brauche Turn. Mann. Genau. Oh, schön. Das ist wirklich cool. Und ja, Lilith, ich bin da. Ich hab springen gedrückt. Ich habe es gedrückt. Okay, aber es bleibt so. Sehr gut. Ähm. Das ist tatsächlich ein Spiel, glaube ich, wo man super Vokabeln damit lernen könnte. Ähm. Ja, aber es ist die Leiter nicht mehr unten. Das ist ja jetzt doof. Okay, warte. Ich baue es nochmal ganz kurz. Ah, okay. Okay. Okay, das hat er nicht gespeichert. Passt. Ähm. Buchstaben braucht kein Mensch. Okay. Oh, wir haben Clips. Der Bot macht Clips. Ich bin begeistert. Okay. Wir waren viel zu lang ohne Clips. Sehr schön. Das dürfte jetzt übrigens auch laufen, ohne dass ich jemals wieder irgendwas anpassen muss. Also, so lautet zumindest die Prophezeiung, böse Alte. Okay. Was haben wir denn hier? Kann ich da direkt? Äh. Ne, ich kann da nicht direkt hochspringen. Ich würde sehr, sehr gerne da hochspringen. Oh. Ja, gut. Das ist jetzt fast ein bisschen zu offensichtlich. Ich. Ne, warte mal. Es ist ein Sidescroller. Sidescroller gehen prinzipiell, wie der Name schon vermuten lässt, zur Seite. Das heißt, hier oben ist hoffentlich... Ja, da ist ein Secret. Wusste ich es doch. Da ist ein Zitat. Okay. Sie hat mir beigebracht, die Wahrheit statt Lügen zu suchen. Äh. Die Gerechtigkeit über Ungerechtigkeit. Nein. Äh. Die Wahrheit, äh. Statt Lügen zu verfolgen. Die Gerechtigkeit statt Ungerechtigkeit. Die, äh. Righteousness. Ja. Shit. Ich habe inzwischen echt das Problem, dass mir deutsche Wörter fehlen für englische Wörter, die ich verstehe. Die Wahrhaftigkeit statt... Jetzt habe ich den Rest vom Satz vergessen. Auf jeden Fall sollen wir die... Ne? Auf jeden Fall sollen wir quasi... Gutes Leben leben, sage ich jetzt mal. Sowas in der Richtung. Ihr wart so lange ohne mich. Ja. Statt den Taten von Bösen. Ja, dankeschön. Dankeschön. Aber ich habe echt inzwischen das Problem, dass ich, äh, englische Worte kenne, die zuordnen kann, wunderbar mit denen zurechtkomme und mir dann die deutschen Begriffe dazu fehlen. Das ist komplett wild. Mir fehlen deutsche Vokabeln. So. Jetzt. Okay. Timing. Timing. Rechtschaffenheit. Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut. Du findest, dass es ein wenig Farbenfroher sein könnte für Kinder? Ansonsten findest du deine Idee auch sehr toll. Also ich sehe hier... So blau-graue Steine. Ja. Sehr ungesättigtes Grün. Ich sehe braun. Ich sehe schwarz. Ich sehe einen Anflug von Lila, aber auch sehr gesättigt. Ich finde, das ist voll in Ordnung. Also ich finde, Farben sind hier genug. Auf Kinder wirkt sehr depressiv. Nicht nur auf Kinder. Aber wir wissen ja noch nicht, was passiert, ne? Vielleicht ist das ja genau die Story. Das ist eine Guillotine. Das ist eine Guillotine. Du guckst mal. Du guckst mal, ob Langenscheidt Sprachkurse anbietet. Deutsch für Streamer. Oh, das wäre geil. Das wäre richtig gut. Dich ärgert es auch dauernd, wenn du das deutsche Wort für etwas nicht kennst. Das ist halt echt so ein Ding mit, äh, ja. Oh. Ja, das ist jetzt doof. Ähm. Das ist halt echt so ein Ding. Wenn du den ganzen Tag irgendwie mit englischen Inhalten oder sonst was zu tun hast, ist es halt super leicht, die deutschen Worte dafür zu verlieren. Gut. Das war jetzt leichter als erwartet. Wenn ich jetzt da nochmal hingehe. Ich muss das ausprobieren. Ihr kennt es, ne? Ihr seht eine Guillotine. Ihr müsst schauen, ob das Beil runterfällt. Ganz klare Sache. Das ist... Gar keine Frage. Muss man tun. Gehört so. Okay. Sagt die Kids, dass die Farben erst kommen, wenn die Noten besser sind. Zur Not legen Regenbogenfilter drüber. Bei den Buchstaben hat es irgendwie so Momo-Vibes. Ähm. Momo sagt mir was. Das war ein... Oh Gott. Du schon wieder. Das war ein Buch, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe das gelesen, das Buch. Äh. Ja. Gate. Bye. Bleib du... Ah! Zweimal Doom. Doppel Doom. Ich würde die Tore eigentlich gerne wieder zumachen. Ähm. Wie war das mit der Farbe? Ich kann... Nein. Ich mache... Okay. Ich habe nichts gemacht. Oder ich konnte nichts machen. Sagen wir es mal so. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. The first word. Das erste Wort. Alles klar. Buch und Film. Ich bin mir sicher, dass ich das irgendwann mal gelesen habe. Vielleicht habe ich das Buch sogar noch. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Also... Wenn ihr wollt, könnt ihr mal ganz kurz die Story umreißen. Vielleicht erinnere ich mich dann wieder dran. Okay. Chapter 1. Das war also gerade reines Tutorial. Alles klar. Das war Chapter 0. Und jetzt sind wir im ersten Kapitel. Unterirdisch. In einer Art Mine. Mit einem Gate. Wo wir gerade nichts tun können. Warum können wir gerade nichts tun? Ähm... Warte. Warte. Das ist kein... Wunder, dass das P hier so steht. Das wird nämlich ein Open. So. Ich trage das mal hier rum. Ja, ich werfe wieder Buchstaben. Das ist in Ordnung. Kann man mal machen. Ähm... Lass dich... Tragen. Tra... Ah, jetzt. So. Moment. Hopp. Ähm... Die grauen Männer, die die Zeit stehlen. Ja. 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 Jetzt... Äh... Ja. Jetzt klingelt was. Dankeschön. Neues Wort. N. Ich bin ja eigentlich für Penn. Das ist auch ein Wort, ne? Bleistift. Das P steht. Ja, du, ich bin... Mein Humor ist halt echt furchtbar. Ich hab tatsächlich gerade überlegt, ob hier noch irgendwo ein I und ein S ist. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Ich bin männlich und damit geistig auf dem Alter eines Zwölfjährigen stehen geblieben. Was ist denn das für ein hässlicher Wurm? Ja. Stand auf dem Wurm Dodge. Ausweichen. Oh je. Das sind wir alle. Nur manche geben es nicht zu. Ja. Das... Ja. Das innere Kind geht halt nie verloren. Guck mal, Lilith. Wieder Farbe. Das ist sogar sehr, sehr bunt. Oh. Zensur. Oh. Das ist uncool. Moment. Ich hol mal kurz ne Buchstaben. Ich will erst ausprobieren, was mit dem Buchstaben passiert. Nach dem... Weil wir sind auch Buchstaben. Ähm. Ich kann kein Buchstaben holen. Oh, das ist fies. Nope. Okay, cool. Wir werden zensiert. Pressefreiheit, Ole. Buchstabenfreiheit. Ich komm da... Ne, ich kann nicht hoch genug springen. Wow. Okay. Nee. Gorge. Gorge. Scheiße, ist das ein Wort? Mir fällt da George ein. Das ist jetzt George. George ist ein Arsch. George ist der, der andere auf den Schulhof schubst. Ja. Und da haben wir wieder ein Zitat. Sehr schön. Alles, was ich weiß, ist das, das alles, was ich bin. Nein. Alles, was ich bin, verdanke ich ihr. Das weiß ich. So rum. So macht's mehr Sinn. Im Deutschen. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Wo muss Frontenstraßenkehrer. Wo muss Frontenstraßenkehrer. Ja, ja, genau. Ich hab das Buch... Ich bin nicht sicher, ob ich's noch habe. Oder ob ich das damals beim Umzug hergegeben hab. Aber ich hab's auf jeden Fall gelesen. Okay, wir müssen das N darüber bewegen. Das ist relativ einfach, weil wir können Buchstaben werfen. Ich sag's ja. George schubst. What? George. Du bist ein Sack. Ich will dich nicht füttern, weil ich brauch das N da drüben. Ähm. Das ist nicht gut. So werden wir beide keine Freunde. Warte mal. Wenn ich das jetzt wieder nehme. So. Das ist relativ einfach. Ja, war es. War es. Bis der Klassenstörnfried aufgetaucht ist. Hüpp! Das Hüpp war eigentlich das, wo ich gerade den Buchstaben wegjieten wollte, ne? Das heißt übrigens Kehle. Oh. Ja, das ergibt Sinn. Okay. Das ist tatsächlich ein Wort, das ich nicht kannte. Ich nenn ihn trotzdem George. Das ist George. George ist ein Arsch. Hopp! Ich sag's ja. George ist ein Arsch. Oh. Das N kommt aber wieder. So. Okay. Wir, 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 wir flitzen mal ganz kurz hier rüber. Ich kann schwingen, ja. Ich hab schon ne Idee. Die Idee ist schief gegangen. Weil, seht ihr wie das D da hängt? Das, das hängt so unmotiviert an diesem Seil. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass das D, das ist, was wir da runterwerfen können. Dafür muss ich aber weit genug schwingen. Das ist die Voraussetzung. So. Hopp. Hopp. Schaukeln. 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 Okay. Das sieht besser aus, was gerade eben. So. Und jetzt sollte das D runterfallen. Hervorragend. Das war genau das, was ich wollte. Hier. Da. Jetzt schläft der Sack. Okay. No. Nicht ganz. Aber fast. So. Und. Wunderbar. Das Tor ist offen. George hat nur Hunger. Ja. Und schläft instant ein. Das finde ich nicht in Ordnung. George, da ist voll gefressen. Warte mal. Hat sich das verändert, was da gerade an ihm dran... Oh. Oder? Oh, tatsächlich. Das D da unten ist dazugekommen. Oh. Vieh heißt Abgabe. Ja, tatsächlich. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich war so auf das On jetzt fixiert. Oh, ist das schlau. Wow. Ich bin nicht gut mit Worten. Merkt man dann den vielen Wortwiederholungen, die ich selbst habe. Worte sind Fremdworte. Halle. Oh. Ja gut. Das war unser Rückweg. Gut, dass wir da nicht mehr hin müssen. Ist richtig durchdacht. Oh, ja. Yes. Ja, das sehe ich. Tut uns das weh? Der Bildschirm fängt an zu flackern und... Oh. Ja. Ich glaube, das war die Antwort auf meine Frage, ob uns das weh tut. Tut es. Ziemlich. Ich kriege aber auch das S hier zum Beispiel nicht weg. Haben wir noch einen anderen Buchstaben? Nee, ne? Glaubst du, das Spiel schlägst du mal deinem Bruder vor? Also bis jetzt ist es absolut super. Wenn man mehr englisches Vokabular hat, versteht man noch ein bisschen mehr von den Wortspielen, die sich hier bilden. Zum Beispiel steht unter unserem Charakter. Äh. Nee, scheiße. Ja. Da ist ein Skelett. Da steht dead. Das ist ein schönes kleines Detail. Fällt mir gerade so auf. Ja, genau, es war. Voll gut. Okay. Also Gas ist für uns tödlich. Das heißt, wir müssen schnell da durch. Okay. Gut. Spans. Okay. Snaps. Ah. Es spannt. Oder es dreht sich um. Ja. Und das hochartig. Alter. Captain Obvious. Äh. W-w-what? Ich hab das in dem Moment gesehen. Das Skelett. Und fand das super. Natürlich musste ich das erwähnen. Das ist nicht obvious. Ja. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Ich will Skifahren. Wui. Okay. Oh. Ja. Das war jetzt nicht so schlau. Moment. Ach so. Das Skelett. Ja. Ja gut. Das ja. Das ja. So. So. Oh gosh. On everyone and everything I love. I try to stay strong and carry on. Ja. Es der Krieg quasi jeden und alles, das ich liebe erreicht habe, äh, erreicht hat, versuche ich stark zu bleiben und weiterzumachen. Das passt ganz gut. Wieder eine Bedeutung für dieses Gorge. Ist dann wahrscheinlich nicht George, sondern Gorge. Vermute ich jetzt mal. Sagt mir mein englisches Sprachgefühl. Okay. Das da unten ist easy. Das wird ein Down. Verschlungen. Ja. 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 Klingt sinnvoll. Ach so. Ich kann jetzt... Okay. Okay. Oh no. Ist Wort gefunden. Ohn. Das passt. So. Okay. Damit haben wir die Leiter. Und hier unten haben wir nochmal ganz, ganz viele von diesen tollen Rätseln. Und oben brauchen wir ein On. Das kriegt man, glaube ich, auch hin, ne? Ähm. Dein Bruder hat sich seine Arbeit mit Amis und Kanadien fließend Englisch kann. Das spielt für ihn auf jeden Fall was. Ja, okay. Das ja. Auf jeden Fall. Ich habe eigentlich auch keine Probleme mit Englisch. Absolut nicht. Aber es gibt tatsächlich einfach gerade hier, äh, Worte, die ich nicht kenne. Und manchmal fehlen mir halt auch die deutschen Worte dafür. Wie man vorhin gesehen hat. Bei dem Tor. Was macht denn... Was machen jetzt diese Zensurdinge? Wenn ich jetzt mal das N hier mitnehme... Es... Sie zerstören Buchstaben. Okay. Das machen die. Das war jetzt auch so ungefähr das, was ich dachte, dass sie tun. Oh. Au. Ist auch ein Wort. Okay, ja. Das ist richtig. Okay. Spans. Und hopp. Und hopp. Und schneller hopp. Und schneller hopp. Und... Oh Gott, wir gehen drauf. Das war aber schon flott. Also. Eigentlich. Gut, das ist noch on. Kriegen wir das Gas da weg? Nee, ne? Wir können nur versuchen, schneller zu sein. Oh, 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 oh. Nope. Ich wünschte mir gerade, wir wären wieder nur unser Kopf. Dann könnten wir rollen. Oder gibt's hier noch irgendwas, das ich hier tun kann? Nee, ne? Das ist jetzt reine, reine Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, was hat denn das on da oben eigentlich eingeschalten? Habe ich gar nicht drauf aufgepasst, ne? Wartet mal. Du ist auch ein Wort. Das ist auch korrekt. So. Was macht denn das hier oben eigentlich? Ich habe nämlich tatsächlich nicht aufgepasst. Was der Schalter bewegt. Ah, okay, das bannst da unten. Ja, verstehe. Alles klar. Nee, hier muss ich schnell durch. Das ist... Das ist das, was wir hier brauchen. Ein bisschen Schnelligkeit. Und das ist eine Gas. Das da drüber, ne? Wahrscheinlich. Ah, das ist fies, ne? So, relativ spät. Okay, das ist schneller als vorher, weil wir nicht das erste Ding hoch müssen. Okay. Hält das nicht das zweite Span an? Nee, 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 nee. Ähm. Es hat gerade hier das erste Span ausgemacht. Also, zeige ich euch gerne nochmal. Moment. Hier. So. Genau. Das erste direkt unter uns bleibt jetzt stehen. Ah, das zweite Gas ist aber aus. Ah, warte. Okay. Das ist das Rätselslösung. Das ist das Rätselslösung. So haben wir nämlich ein klein bisschen Luft zum Atmen. Ich weiß noch nicht, warum Buchstaben Luft brauchen. Aber offensichtlich tun sie das. Sehr gut. Okay. Ich sollte mehr aufpassen, was die Buchstaben auslösen, ne? Ich hab mal wieder die Aufmerksamkeitsspanne einer Birne. Oh. Ja. Okay. Gut. So weit, so gut. Praise. Ja, Praise ist immer... Praise ist hervorragend. Praise. Ich weiß noch nicht, was ich gerade anheben will, aber ich will hier rauf. Ähm. Ey. 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 Ja genau, Adel. Ja genau, Adel. Ich hab leider meinen kleinen Soler nicht mehr eingebaut. Aber der würde jetzt gerade super kommen. Der würde jetzt voll passen. Äh, okay. Hier. Sieben von zwölf sind das. Ähm. Okay, ich weigere mich, äh, ihre falschen oder ihren falschen Glauben zu vergöttern. Könnte man durchaus so übersetzen, glaube ich. Und ich werde alles tun, um diese Prüfung zu bestehen. Okay, pass auf. Also wir haben jetzt hier gerade ein Rays gefunden. Da haben wir ein Gas. Gas ist nicht so gut. Gas ist nicht so gut. Warum blinkt das Rays? Ah, warte mal. Oh, pass auf. Ja, jetzt muss das P weg, ne? Mhm. Bye. So. Sehr gut. Hast du dich überlegt, das Spiel dir am Bruder per Steam zu schenken zum Geburtstag? Äh, morgen. Ja, warte, den Link kann ich dir geben. So. Hier bitte. Und für alle, die gerade erst reingekommen sind, das ist das Spiel, das wir gerade spielen. Und meine Hand geht nicht so weit rüber, weil da der Greenscreen endet. Aber egal. Ist bisher ein tolles Spiel. Ist großartig. Kommen wir da durch? Ich glaube, nein. Ich laufe einfach mal. Und hoffe auf das Beste. Aber das sieht nicht so aus, als würden wir das überleben. Oh, warte. Ja, bla, bla. Oh. Oh, da drüben ist noch ein Zitat. Alles klar. Also P. Tschüss. Niemand braucht dich. So. Du gehst bis maximal hier hin. Hast es gerade schon in Steam auf, aber danke. Ah, okay. Ich will doch nur das neue Feature zeigen. Das neue Feature ist toll. Ich bin da vielleicht minimal, minimal stolz drauf, das gebaut zu haben. Ja. La, 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 la. La, 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 la. Hm. 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 Okay. Das ist noch nicht ganz das, was ich jetzt hier erwarte, ne? Dann nehmen wir das nochmal weg. Dann schieben wir das darüber. Das Zeug hier oben hilft mir ja nichts. Was macht denn der kleine Flieger hier? Warum ist da ein kleiner Papierflieger? Nee, die Teile da oben helfen mir gerade gar nichts. Was passiert, wenn ich, rein Interesse halber, was passiert, wenn ich hier ein Rice draus mache? Ah. Okay, das gleiche. Gut. Ähm. Okay. Oh, warte mal. Das geht ja auch. Äh. So. Arise. Arise. Hm. Gleiches Ding. Ich wollte eigentlich gerade noch einen Third rausbauen. Aber ich glaube, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Das geht. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, noch schneller zu sein? Ich drücke gerade nochmal Tasten. Können wir laufen, flitzen? Nee, ne? Nee. Wir können nicht sprinten oder so. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein, dass wir hier drüben nur drauf gehen. Oh, warte. Oh, ich glaube, das Zitat hier ist eine sichere Höhle. Okay, wir müssen einfach nur weit genug kommen. Wir müssen einfach nur weit genug kommen mit unserem Hochheben hier. Okay, Gas, Gas, Gas. Ob das eine Anspielung auf das Lied ist? Scheiße. Ich bin zu langsam, ne? Warum bin ich zu langsam? Ich will nicht zu langsam sein. Was stimmt denn nicht mit mir? So. Ist Hüpfen allgemein schneller? Machen wir damit mehr Wegstrecke in kürzerer Zeit? So wie es in manchen Spielen ist? Nee! Boah! Ideen. Außer nochmal da durchlaufen und draufgehen. Du hast eine Idee? Ja. Her damit. Also ich kann vom Gas, glaube ich, nicht die Buchstaben ändern, ne? Das geht nicht. Nee. Das funktioniert nicht. Der Papierflieger ist vielleicht ein Tipp. Meinst du? Das dachte ich mir auch schon, dass der nicht komplett grundlos durch die Gegend flattert. Die Sache ist nur, wie und was? Ich könnte versuchen... Obacht! Ich könnte versuchen, das P hier drauf zu werfen. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich es gedacht habe. Okay, ich komme hier nicht drauf. Oh, ich muss raus. Wie wäre es mit R? Oh. Oh, warte. Ah, scheiße, aber... Also ja... Also ja... Aber was bringt die Luft jetzt? Bringt uns die was? Ah, warte, warte, warte. Oh, 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 oh. Ich glaube, jetzt habe ich es. So, aufpassen. Wir müssen nochmal Rays. Wir müssen das P unten drunter platzieren. Dann brauchen wir R. Und... Dann, glaube ich, können wir hier... So. Bestenfalls hältst du nämlich das Ding oben. Und das rettet uns den Arsch. Äh... Gut. Plan gescheitert. Äh... Yep. Ähm... Das war... Nichts. Zumindest nicht so... Wie ich es erhofft hatte. Plan wurde glorreich eingestampft. Ja, aber sowas von. Zählt das als Wort? Ich muss das ganz kurz ausprobieren, jetzt wo ich es gerade gesehen habe. Boah. Paris zählt nicht als Wort. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber R an sich ist gut. Aber wir kommen nicht an dem Ding vorbei. Ich bräuchte R und Arise irgendwie gleichzeitig. Warte. Das wäre aber dann R und Arise. Nee. Quatsch. Blödsinn. Wenn ich zum Luftholen erstmal die Zitate gehusche. Ja, das war vorhin gerade mein Plan. Hat nicht funktioniert. Wir sind quasi genau beim Reinlaufen gestorben. Das reicht gerade so nicht. Gerade so nicht. Was haben wir denn hier unten noch? Was hatten wir denn da? Da hatten wir Crush und da war nichts. Ne, das war... Die Idee an sich ist gut. Bringt uns aber leider gerade nicht dahin, wo ich es gerne hätte. So. Also Arise ist definitiv nicht falsch. So, nochmal kurz ausprobieren. Kommen wir wirklich nicht an diesem Ding hier vorbei? Nee. Da kommen wir tatsächlich nicht dran vorbei. Tschüss Papierflieger. Scheiße, war der gerade wieder da? Jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Jetzt habe ich nicht darauf aufgepasst. Hm. Was hat er genau gemacht? Nur um das nochmal ausprobiert zu haben. Ja, es macht Wind. Gasp. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Warte. Ja. Stimmt. Das könnte gehen. Dann bleibt das Ding oben. Ups. Hörst du mit? Zum Luft holen? Wäre das tatsächlich logisch? Also... Ah. Oh. Okay. Das könnte, dürfte, sollte, müsste... Es reicht. Okay. Oh Gott. Gasp. Ja, natürlich. Nach Luft, äh, nach Luft schnappen. Okay. Für die Lebenden und die Toten, äh, werde ich Zeuge, selbst wenn ich riskiere, dass ihr Gas meine Lungen füllt. Moment. Okay. Luft holen. Ja. Du bist so... Ich bin so... Tot. Du bist so klug, ich bin so tot. Ja, hervorragend. Moment. Moment. Ähm. Moment. Ja. Wartet. Das müssen wir noch mal kurz machen. Ich glaube, ich glaube, diesmal kommen wir auch hier hin. Ja, nein. Aber ja, tatsächlich, ja. Das habe ich gar nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war ein Gedanke. Auf den bin ich gar nicht gekommen. Dass ich aus Gas natürlich auch Wörter machen kann. So, kurz ein bisschen weiter. Jetzt hier hinstellen. Zack. Luft holen. Oh, habt ihr gesehen, wie mein Charakter wirklich Luft holt? Das ist voll niedlich. Okay, und jetzt raus hier. Bye. Sehr gut. Du dachtest, du warst ein Gaspar, wusstest aber die Bedeutung nicht. Ja? Schlagartig Luft holen. Zumindest jetzt gerade in diesem Kontext. Hitze. Hate. Hass. Okay. Ähm. Hi. Ja, und nun? Ja, okay. Nee, nicht Crush. Bitte nicht Crush. Nein. Nein. Bitte lassen Sie das. Da, danke schön. Das war einfach als erwartet. Das war einfach als erwartet. Okay. Wir haben den Hass erfolgreich hinter uns gelassen. Wir klettern jetzt eine ewig lange Leiter hinauf. zu ein paar Rohren, zu ein paar Holzplanken, zu irgendetwas. Der Tinnitus-Ton ist gerade eklig. Ja, schon. Okay. Ähm. C. Da oben haben wir... C. Da haben wir ein P. Das P wird alles zerstören. So, das erste Wort, das mir hier einfällt, das wir hier raus machen können, ist Down. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal direkt aus. Ich bin erst mal unkreativ. Naja, Andau nicht ganz. Äh, das U kann weg. Ich weiß auch noch nicht, was das bringen sollte jetzt, wenn wir das zum Down machen. Aber man kann ja mal gucken. Oh. Gut. Ja, das ist... Gut. Wir haben auch noch einen Cut. Ah. W-w-w-warte. Warte, warte, warte. Cut bringt wahrscheinlich jetzt das P hier runter. Und dann nehmen wir dich mit. Hoppala. Stellen dich mal hier hin. Und nehmen dich mit, damit wir wieder nach oben fahren. Okay. So. Das war relativ easy. Jetzt, da ich den Trick kenne. Luft holen. Nochmal Luft holen. Wie einfach plötzlich dieses Rätsel hier ist. Na. Sagte er und ging drauf. Weil er den Buchstaben wieder geworfen hat. Ah, warum werfe ich Buchstaben? Warum mache ich das? Okay. Ah, ja. Wir sind wieder hier. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Okay. Nach oben. Das U darf weg. Das P kommt mit. So, ich laufe gleich mal hier rüber. Dann habe ich nämlich eine Stelle weniger, wo ich das P verkacken kann, ne? Ah, ja. Gut. Ist eh gleich vorbei, wie es ausschaut. Ja, 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 ja. Ah, hi. Hallo. Du bist, äh, nicht freundlich. Aber zu langsam. Sad. Oh. Bist du traurig, mein Kleiner? Oh. Meine Verzweiflung ist so niedlich. Welche Verzweiflung? Ich bin nicht verzweifelt. Nicht, dass ich wüsste, dass ich verzweifelt wäre. Das Spiel sagt jetzt sehr, sehr zu. Ja, mir auch. Ich finde das gerade so super. Weil es so ein unglaublich schönes, unverbrauchtes Konzept auch ist. Oh, der fiese Ton ist wieder da. Oh. Oh. Wer war das? Oh. Wenn ich ein P werfe, schon. Ja, aber das ist meiner eigenen, ähm, weiß ich nicht, Unfähigkeit, Tasten zu drücken im richtigen Moment geschuldet. Das ist, äh, ich verzweifle nicht mal, äh, okay, ich verzweifle an mir selbst, nicht am Spiel. Da, da, das will ich noch gesagt haben. Ich verzweifle an mir selbst. Weil ich es nicht schaffe, mir Tasten zu merken. Hui. Okay. Jetzt. Da müssen wir jetzt richtig, richtig, richtig nach oben schwingen, ne? Ah. Gut, das war schneller als erwartet. Äh, das D. Okay, warte. Moment, Moment. Moment, Moment. Ja. Hier. Und hier. Und das waren übrigens drei kurze, ne? Für die, die dann noch das Moment-Trinkspiel und so machen. Ich denke an euch. Dass ihr auch was vom Abend habt. Und ja. Da ist ein I. R. Okay, hier ist Luft. Ich bin... Warte mal. Warte mal. Ist das die richtige Richtung? Ich will noch nicht in die richtige Richtung. Ich will erst gucken, was hier unten ist. Und wenn wir jetzt drauf gehen, ist das in Ordnung von mir aus. Tun wir nicht mal, weil wir günstig gefallen sind. Nee, hier geht's weiter. Dann doch nach oben. Oben ist ein Rätsel. Okay, warte. Ich lass mich... Ich lass eben kurz... Warte. Wir platzen gleich. Platz. Wir sind Luftballon. Wir sind Luftballon. Oh, sehr gut. Wir sind genau da, wo ich hin wollte. Sehr schön. Also doch nach oben. Sehr schön. Du kippst giggelnd nach hinten. Ich hoffe, das Handy ist mit nach hinten gefallen. Leer. Oh. Quasi kleines Versteck. Könnte man so sagen, ne? Wobei das mehr Hideout wäre als leer. Aber ganz unpassend ist es jetzt auch nicht. Okay. Jetzt hab ich's. Zack. Wusste ich's doch. Hier oben ist das nächste Zitat. Ihre scharfen Zungen... Ähm... Und ihr... Ich übersetze es einfach mal sehr frei. Mit brennender Hass wird mein Herz nicht erreichen. Das klingt tatsächlich so, als würde unser kleiner Held hier gemobbt werden. Dann war das mit dem Typen, der schubst, mit George vorhin gar nicht so unwahrscheinlich. Oder Höhle. Ja, genau. Ja, ja, ja. Nest, Brutstätte. Ja, okay, okay. Da oben ist ne Leiter. Hier ist mein Buchstabenvernichter. Grunt ist doch auch ein Wort, ne? Ne, Grunt ist ein Wort. Ich könnte grunzen. Ich könnte grunzen. Äh, warte. Turn. Ähm... Run. Ja. Klar. Jetzt geht's aber rund hier mit den Effekten. Achso, ne, dich wollte ich gar nicht aufnehmen. Achso, ne, dich wollte ich gar nicht aufnehmen. Dich wollte ich mitnehmen. Alles klärchen. Dragonslayer. Ja, das ist mir auch gerade eingefallen. Dragonslayer war auch das, was ich gerade im Kopf hatte dazu. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich das herkenne. Oh nein. Da oben ist ein Drecksvieh. Bleib mal bitte weg. Mach mal bitte nichts. Ich muss übersetzen. Okay. Ich werde meine Stimme, äh, ich werde meine Worte verschärfen. Nicht meine Stimme. Äh, es ist Regen, der Blumen wachsen lässt. Nicht der Donner. Man kann das alles nur relativ sinngemäß übersetzen, ne? Grunt ist ein Char aus Mass Effect 2. Okay. And? Ja, stimmt, würde auch gehen, ja. Ja, nee, nicht ganz, weil wir das A natürlich nicht runterkriegen. Aber ja. Oh, Add Rain. Füge Regen hinzu. Alles klar. Was passiert, wenn wir, können wir schwimmen? Nein. Wir sind offensichtlich aus Tinte. Gut. Wissen wir das auch? Wir platzen wie Luftballon und wir zerfließen wie Tinte. Gut. Sehr schön. Wir sind Buchstaben. Ja, aber hätte ja sein können, dass wir auch schwimmende Buchstaben sind. So wie Buchstabensuppe. Die schwimmt auch. Ich will jetzt Buchstabensuppe sein. So. Ich identifiziere mich ab sofort als Buchstabensuppe. Ja, Drain. Ja. Ja, macht Sinn. Okay, cool. Okay, ich will keine Buchstabensuppe mehr sein. Ohne Suppe ist doof. Ah, wir müssen schneller sein. Alles klar. Ich muss schneller sein. Verstanden. Und flipp. Und flipp. Das war gut. Ich habe das D vergessen. Ups. Buchstabensuppe schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Ich auch. Seit mindestens 20 Jahren nicht mehr. Also schon richtig, richtig, richtig lange nicht mehr. Ah, nein. Nicht so schnell. Ja. Geduld. Geduld. Das ist korrekt. So. Langsam. Geduldig. Drain. Warten, 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 warten. Wasser weg, Wasser weg. Rüber, rüber, rüber. Hopp, rüber, hopp, rüber, hopp. Läuft. Okay. Was für ein schönes Gluckergeräusch, ey. Du hast letzte Woche Buchstaben in deiner Rindfleischsuppe. Ja, stimmt. Stimmt. Hast du es sogar gesagt, ne? Hast du daraus auch so ein Spiel wie hier gebastelt? Okay, da oben ist ein Hebel. Da ist ein C. Und wir sehen eine Blockade. Das ist jetzt relativ offensichtlich. Oh. 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 Okay. Coole Mechanik. Ach, da drüben. Da ist auch nochmal ein Hebel. Ich nehme das P mal mit, ne? Wer weiß, wofür wir das P noch brauchen? Äh, würdest du? Komm. Mitkommen. So. Ja, ich korrigiere meine Aussage. Ich nehme das P nicht mit, ne? Moment. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss man hier runter. Dann dürfen wir jetzt nach links fallen. Ja, genau. Okay, pass auf. Das C nehme ich aber mit. Das C nehme ich mit. Hier hin. Dann fallen wir wieder da hin. Dann können wir hier dran wieder ziehen. Dann ist nämlich nach rechts... Dingens. Okay. Ja. Dann fallen wir hier runter. Dann sind wir hier. Dann fallen wir da runter. Dann sind wir da. Dann fallen wir da runter. Dann sind wir da. Jetzt können wir das P mitnehmen. So, komm mal mit. Hinlegen. Nicht werfen. Ich kenne mich doch inzwischen. Okay. Jetzt darf ich es werfen. Und ich habe Angst, dass es jetzt weg ist. Nein. Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Nein. Was? Hast du die Buchstabensuppe nicht erwähnt? Ich dachte schon. Okay. Ich muss noch mal... Wo muss ich denn hin? Zum Hebel in der Mitte. Wie komme ich zum Hebel in der Mitte? Was war denn das gleich wieder für ein Schalter? Ah, okay. Hier rüber. Hier hin. Geh du mal kurz aus dem Weg. Sonst schubs ich dich jetzt nämlich aus Versehen weg. Ach so. Ne, warte. Hebel in der Mitte ist hier. Genau. Oh. Oh. Ach so. Du hast nichts gebastelt aus der Suppe. Ah, okay. Aber warum? Warte mal, weil ich es gerade sehe. Was passiert, wenn ich dich mitnehme? Und hier haben wir ja offensichtlich auch noch einen kleinen Teleporter. Dann laufen wir jetzt hier rum. Das ist gut. Das ist schön. Jetzt kann man... Ja, das ist jetzt uncool. Aber ich glaube, damit kann ich leben. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Hi, David. Hi. Hallöchen. Nein. Äh. Nö. Ah, warte. Hier. Da. Hatten wir das rote Ding da in der Mitte oder links unten nicht schon mal aus? Ich bin mir nicht mehr sicher, ne? Lösen wir das Restless zweimal? Ne, ne, ich muss das Zeh noch irgendwie in die Mitte bringen. Ich bin noch mittendrin. Ich muss das Zeh noch irgendwie in die Mitte kriegen. Das ist gerade mein Problem. Wie habe ich das P in die Mitte gebracht? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das ist mir inzwischen völlig fremd. Aber warte. Warte, 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 warte. Wenn ich dich hier mitnehme, habe ich dich hier dabei. So. Okay, Moment. Das Zeh rüberwerfen zur Wand und dann wieder Licht an. Habe ich das so gemacht? Ja. Ja gut, aber jetzt kann ich auch das machen, was ich jetzt mache. Leute, dann haben wir zwei Lösungswege. Das ist fast noch cooler als einer zweimal. So. Seht ihr? Geht doch. Na, Dapsen, alles gut. Schön. Was machen wir da jetzt draus? Was machen wir da jetzt draus? Ja. Hey, Head. Hallöchen. Hi. Oh, warte mal. Peace könnte man da draus machen, ne? Peace würde gehen. Ich glaube zwar nicht, dass das des Rätsels Lösung ist, aber das würde zumindest irgendwie passen. So. Dann nehmen wir das A hier mit. Das stimmt nicht. Moment. So. Oh. Oh, oh, oh. Hier. Ähm. Mein, äh. Liebes E. Liebes E. Bitte einmal. Nee. Ja. Oh, so geht's auch. Das ist auch in Ordnung. Ei, 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 ei. Siehst du schon deine Suppe durch Deutschland schicken? Ja. Warum nicht? Das ist doch jetzt, sag mal. Okay, wir haben gerade Erbse als Wort gebildet. Das ist schön. Okay. Friede ist nicht das Wort, das wir suchen, ne? Das Spiel hast du schon mal gesehen. Ja, ist ein bisschen älter schon. Ich glaube 2016, wenn mich nicht alles täuscht. Du fandest das interessant? Ich hab's deutlich gesehen. Äh. Und dachte mir so, ja. Das, das will ich spielen. Und bisher find ich super. Das ist absolut großartig. So. Das Ass ist es auch nicht. Aber wir haben noch Space. Äh. Ja, warte. Also, wir haben fast Space. Fast. Also, weil ich hier ein bisschen Platz gemacht hab. Und das P da befreit habe. Ja. Warte. Ich stell mich hier hin. Hier. Und. Space. Oh. Moment. Uns hat's gerade auseinandergezogen. Das ist aber noch nicht das, was wir suchen. Pi. Ja, würde auch gehen, ja. Ähm. Aber nicht sicher. Nicht sicher. Escape würde auch noch gehen. Escape Blockade. Ja. Das ist es. 100 Pro. Ähm. Entkomme der Blockade. Das würde total Sinn machen. Äh. Fast. Ja. Okay. Jetzt noch zusammenschieben. Und. Na bitte. Sehr schön. Geht doch. Du wirfst nochmal einen Seas. Ja, fast. 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 Guten Hunger, Meister. Guten Hunger. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir müssen nach unten, ja. Oh. Elevator. Oh. Ja. Kaputter Elevator. Wo sind wir? Hier. Es ist auf einmal so verdächtig ruhig. Das ist nie gut, wenn das passiert, ne. Nie. Und nimmer ist das gut. Okay. Da hinten im Hintergrund glänzt irgendwas, das ein bisschen wie Augen aussieht. Ich weiß nicht, was das ist. Haben wir eine Lebensanzeige? Nope. Wir haben nur einen binären Zustand. Entweder wir leben oder wir sind tot. Eins von beiden. Aber leider nicht dazwischen. Da will uns die Muse helfen und dann passiert nix. Oh, Farben. Wir haben jetzt Pink. Und den mechanischen Arm. Oh. Ja, das dachte ich mir jetzt. Dass genau das passiert. Aha. Das rosa ist hübsch. Das rot war auch schön. Nur leider nicht nett zu uns. Auch wir werden beschützt. Du bist voll super. Willst du nicht bei uns bleiben? Du, ich könnte einen Schutzengel... Hallo. Nope. Okay. Kapitel 1. Lost in 4. Haben wir geschafft. That Achievement haben wir. Es ist eigentlich von demselben Entwickeln wie Limbo. Keine Ahnung tatsächlich. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Hier sind Spritzen-Tentakel. Der ist wieder bei uns. Ja. Nur leider nicht geblieben. Nichts gekommen, um zu bleiben. Wow. Okay. Ich sag's ja. Spritzen-Tentakel. Au. Nein. Aus. Ja. Ja, wir sind mutig. Aber leider tot, oder? Jo. Mutig, aber tot. Ist... Au. Bringt halt leider gar nichts. Okay. Okay. Einmal ist in Ordnung. Zweimal ist nicht gut. Wie geil. Au. Nein. Aus. Lass das. Das ist jetzt scheiße. Hallo. Ich bin... Oh Gott. Passt das gut. Rave und Drogentrip. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Passt das... Aus. Okay, aber wir sind dran vorbei. Das ist... Das ist doch etwas. Das war dann die Love Parade. Was zum Henker stimmt hier nicht? Was soll denn das? Lässt diese Drogentrippe auch mal wieder vor... Ist der irgendwann vorbei? Äh... Sie führte mich auf die... Auf das Weisheitspfad und... Hat mir das Licht gezeigt. Was Licht vor mir entzündet. Oh Gott. Ist das ein Drogentrip. Adel, wie machst du das, dass du immer passende Emotes hast? Wenn dich sieht alles wie immer aus. Okay. Gut. Nee. Geh halt einfach. Ich weiß jetzt nicht, was da rechts steht. Das erste ist ein A. Und da wartet schon wieder eine Spritze auf uns. Wow. Gut. Kann man den Dingen irgendwie ausweichen? Weil ich habe das Gefühl, in dem Moment reagiert nichts. So, du erwischt mich jetzt und dann war es das, ne? Nee. Nee. Okay. Moment. Au, au, au. Oh, ist das ein Cooldown? War das eine Art Cooldown, bis das hier vorbei ist? Sind wir so lang... Nein, sind wir nicht. Wir sind doch nicht so lang immun. Motion Sickness. Motion Sickness hatte ich bisher ein einziges Mal. Und das war ein VR. Oh, warte. Man könnte das auch mal zusammenschieben, ne? Glaube. Damit zieht es die Spritzen zurück. Ja, sehr gut. Tatsächlich, ja. George ist wieder da. Du hast doch gesagt, da steht Fave. Ja. Ja, ich habe es noch nicht erkannt in dem Geschwurbel. Hey, hallo, Gin. Hi. Hallöchen. Du wolltest früher Einsiedler werden. Heute bist du Zersparnungsmechaniker. Oha. Oha. Warum Einsiedler? Wat? Okay. Ja, das ist auch eine ganz schöne Karriereabweichung. Interessant. Ja. Willkommen beim Drogentrip auf Worten. Warte. Wir müssen das D mitnehmen. Das D verfüttern wir wieder an George. So. Genau. Du bist dann nämlich wieder voll. Und in der Zwischenzeit werden wir gefressen. Ja, nee. Warte. In der Zwischenzeit werden wir überdosiert. Oh, schwierig. Okay. Weil du schon seit deiner Kindheit nicht, äh, mit Menschen nicht klarkommst. Ja, okay. Das kann ich, das kann ich irgendwie verstehen, ja. Das kann ich verstehen. So. Ich bleibe mal hier jetzt beim Glauben, ne. Kriege ich den so weit gerutscht, dass wir da drüben auch noch Glauben haben? Oh, nein. Oh. Oh. Ja, das war's dann. Ich kann das Haar noch mitnehmen. Glaube ich. Moment. Sind ja. Nein, kann ich nicht. Okay. Heute war ein Gespräch, was man mal werden wollte. Und was man geworden ist. Im Vergleich dazu. Ja, tatsächlich. Du warst zu spät für die Talk-Runde. Gar kein Problem. Adel. Du kannst es auch gerne jetzt noch mit uns teilen. Pff. George. Ah, haha. Dogo. Glaube ich, ist das. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, da steht Dogo. Es hält uns alles. Ja, genau. Da ist es. Es gibt kein Zeitlimit dafür. Das ist korrekt. Ich kann jetzt das hier rüberschieben und dann steht das safe. Oh, sehr gut. Okay. Okay. Ein Moment der Entspannung. Ein Moment der Entspannung. Du bist nicht selbstständig genug fürs Einsiedler sein. Ja, um so richtig zum Einsiedler zu werden, muss man ja eigentlich aussteigen und, ich sage jetzt mal ganz grob, in der Wildnis leben. Ich habe da schon mal die ein oder andere Doku zu gesehen. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend. Für mich wäre es nichts. Absolut nicht. Ja. Shit. Wir sind wieder hier. Moment. So. In Deutschland ist es einfach nicht möglich. Ja. 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 Wie gesagt. Also dieses komplette Aussteigerleben, ja. Woanders geht das tatsächlich. Aber hier in Deutschland? Schwierig. Sehr schwierig. Okay. Wir haben da drüben ein Do und Go. Wir könnten ein Dog draus bilden. Doggo funktioniert offensichtlich nicht, dafür fehlt uns das zweite G. Buchstaben von hier bringen wir nicht darüber. Das macht's. Leider Sinn. Hm. Die Spritze wartet schon auf uns. Man könnte ein Good draus machen. Einfach nur Go? Nee, nee. Die Buchstaben stehen nah genug beieinander. Good würde gehen, ja. Das sind alles positive Wörter, ne? Glaube. Sicherheit. Sicherheit. Good als Gutes. Oh, warte. Ja, fast. Okay. Ein bisschen schneller sein. God hat nicht funktioniert. Nee. Du hast das Game nicht. Ähm. Im Grunde genommen relativ einfach. Äh. Buchstabenrätsel. Bilde Wörter, die dich hier weiterbringen. Ja, hier sind diese komischen Spritzen, die uns anvisieren und unter Drogen setzen. Und, äh, safe lässt uns halt einfach sicher sein. In unserem eigenen kleinen, sicheren Hafen, sag ich jetzt mal. Ah, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich konnte jetzt nicht mal gucken, ob das das Richtige ist. So. Also manchmal sind die Worte auch einfach nur down oder up oder so, wenn du irgendwie, äh, ne, ne Plattform oder so nach oben unten bewegen musst. Ähm. So was in der Richtung. Sind halt alles schöne, kleine Worträtsel. Die dich hier weiterbringen. Ähm. Ähm. Du wolltest immer ein Lokführer werden und bist ein gelernter Konstruktionsmechaniker, Schlosser und arbeitest momentan in einer Montagefirma, die Fördertechnik und Lagersysteme baut. Und wartet, repariert. Wichtigste Frage, Adel. Spielst du in deiner Freizeit? Faktorio. Satisfactory. Beliebiges anderes Automationsspiel hier einfügen. Machst du quasi in deiner Freiheit, äh, ja genau, ja doch, Freiheit ist eigentlich auch ganz passend, ähm, das gleiche wie im Beruf. Gut. Jetzt war ich schnell genug. Okay. Und jetzt steht's auch wieder. So, vielleicht, ja. Vielleicht doch. Ja, ich wollte's ausprobieren, aber es ist, äh, das wäre ja, das wäre fast noch schlimmer zum Umsortieren geworden, ne. Freiheit, ja. Ja, das ist mir in dem Moment auch aufgefallen. Okay. Ich hoffe, dass hier oben keine dämlichen Spritzen mehr sind, dass wir jetzt hier raus aus diesem komischen Labor oder, also, ja, keine Ahnung. Ich würde's mal als Labor bezeichnen, wo irgendwelche experimentellen Drogen getestet werden, rauskommen. Trust. Okay? Ich vertraue. Dankeschön. Dankeschön. Oh nein, es war's! Du hast den Link gepostet. Oh nein! Oh nein! Warte! 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 Äh. Oh, interessant. War kein Link? Ich kann dir vielleicht gleich sagen, was es war. Moment. Ja, Entschuldigung. Jetzt ist die Musik weg. Äh. Oh, interessant. Warum wurde das als Link erkannt? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ein Punkt, der unglücklich platziert war? Ja, offensichtlich stimmt da der reguläre Ausdruck dafür noch nicht ganz. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Oh, warte. Stopp. Ich brauche jetzt hier im Vordergrund. So, Entschuldigung. Jetzt. Da muss ich noch mal gucken. Eigentlich, ne? Eigentlich ist die Idee, dass sämtliche Links, ähm, außer auf Clip-Seiten rausgeschmissen werden. Aber offensichtlich erkennt, äh, werden auch noch andere Dinge erkannt. Was natürlich ungünstig ist. Okay. W-w-Moment. Wir haben jetzt hier Trust. Und das war's. Da oben ist ein Rotor. Und wir haben zwei Spritzen, die warten. Na super. Vielleicht ein Punkt, der unglücklich platziert war. Ja, irgendwas, irgendwas hat er erkannt. Irgendwas hat er erkannt. Warte mal. Ich glaube, ich speichere mir die Nachricht mal ganz kurz raus. Äh, hier ist meine Maus. Entschuldigung. Das ist noch mal ganz, ganz kurz. Äh, ja. Ne? Äh, so, das da. Äh, ja, wo speichere ich das denn jetzt hin? Ähm, ja, das ist jetzt eine gute Frage. So, Moment. Ne, nicht ganz. Das, was ich will. So. Hier. Jetzt. So. Ist abgespeichert. Dann kann ich das, äh, mal genauer untersuchen, warum das erkannt wurde. Hm. Gut. Sehr schön. Aber glücklicherweise ist der Timeout auch nicht so lang, wie ich dachte. Nee. Nee, du Sackding, du. Danke. So. Sehr gut. Mein Bot soll deine blöden Wortspiele zensieren. Nee, tatsächlich soll er eigentlich nur, nur alle Links, also alle fremden Links, äh, außer von VIPs und Mods quasi sperren, ähm, die nicht auf eine Clipseite führen. So. Das, ja. Ja, da muss ich nochmal rumschrauben. Das, äh, das, äh, hat nicht ganz so funktioniert, offensichtlich. Naja. Äh. Da, ba, 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 ba. Daran schrauben, reparieren oder wenn jemand aus dem Freundeskreis, äh, Familienkreis-Probleme hat, helft sie da aus. Ja, gut, ja. Du bist ja auch ein Autoschrauber, ne? Das machst du ja auch ganz gern. Das weiß ich ja tatsächlich. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee, was hier draus wird. Warte. Lit. Nein. Schade, das wäre ein Wort. Okay, It haben wir jetzt gefunden. Wir müssen irgendwie den Rotor einschalten. Haben wir ein N? Ne, wir haben kein N. Das heißt, einen Turn haben wir nicht. Wir haben ein Tilt. Das könnten wir bauen. Hier drüben ist deutlich weniger Spritzenpräsenz. Äh. Okay. So, sehr gut. Tierärztin. Oder Tierarzt werden oder sowas in der Richtung. Ja, ich glaube, das könnte ich auch nicht unbedingt. Das wäre jetzt auch nicht so ganz meine Welt. Okay. Tilt Trust. Ne, auch nicht ganz, ne? Warte. Warte. Lass kurz noch schieben. Hier rüber. Oh Gott, es geht alles. Tilt. Und Rust. Ja, Rust ist toll. Nee. Oh du, Drecksarsch. Blubding, du. Oh nein. Ja, das hat super funktioniert. Ja, du. Vater hat Lokführer gelernt und ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet. Ich weiß nicht, ist Lokführer nicht, also abgesehen davon, dass man rumkommt. Oh oh. Ähm, das war jetzt nicht so gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Beruf wirklich spannend ist. Also nichts gegen Lokführer, aber ich glaube, für mich wäre es nichts. Scheiße, zu langsam. Ähm, ähm. Lokführer ist ein Horrorberuf. Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Also irgendwie, klar, irgendwie schon auch cool. Aber es ist halt echt so. Ja. Da bist du halt irgendwie auch dauernd am, am. Weiß ich nicht. Vor allem, wenn du immer die gleichen Strecken fährst und dann nicht irgendwas tun kannst, da, wo du dann bist. So. Jetzt haben wir gleich wieder unser Tilt. Äh, passt. Du glaubst, Lokführer hat dann häufig damit, dass sich Leute vor den Zug werfen. Ja, das glaube ich auch. Das, äh, ja. Ja, ja, ja. Das wäre auch so... So eine Sache, wo ich echt Angst davor hätte. Weil, holy shit. Ich glaube, in dem psychischen Knacks kann man sich auch einfacher holen. Stellst du dir den Beruf sehr monoton vor? Ja. Also, du musst ja... Im normalen Zug, glaube ich, irgendwie alle paar Sekunden oder so irgend so so ein Pedal drücken. Scheiße, das T ist an der falschen Stelle, ne? Ich bin so doof. Hier. Ich glaube halt einfach echt, dass es... Schon auch echt langweilig ist. Irgendwie. Ich glaube, da ist Busfahren spannender. Bekannter muss Loks reparieren. Das klingt so, als würde es Adel gefallen, ja. Du könntest hier jetzt dann auch nicht, äh, was? Auch nicht sein. Allein schon, dass man im Studium der Kuh in den Arsch fassen muss. Reicht dir, um das nicht machen zu wollen? Ja, gut. Okay. Was soll Tilt eigentlich machen? Den Rotor da über mir drehen. Das ist die Idee dahinter. Ja, fast. Scheiße. Also Tilt stimmt. Es dreht den Rotor. Ich muss nur das Tilt auch wieder aufhalten, wenn der Rotor richtig steht. Und nicht einfach versuchen, blind weiterzulaufen. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt meine schlauste Aktion, muss ich zugeben. Ähm. Ja, ja. Mach du mal. Ist in Ordnung. So. Ja, ja. So. Ähm. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Puh, 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 puh. Sehr gut. Hi. So. Im Prinzip muss man das mit dem Pedal machen, damit der Zug weiß, dass es einem gut geht. Sonst gibt es eine Notbremsung. Ja, ich glaube, das ist nicht nur da. Ich glaube, das gilt sogar für jeden Zug. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich meine, das ist tatsächlich für alle. Oh shit, ist das nicht zu steil? Ah, nein. So, ich schieb die Buchstaben mal da hin. Dann ziehen wir uns hier kurz zurück in die Sicherheit. Dann ziehe ich es nochmal hier hin. Dadurch zieht sich nämlich auch die dämmliche Spritze hier zurück. Das ist auch ganz schön. Nee, ist nicht zu steil. Sehr gut. Äh, warte, 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 warte. Ah, nein, nein. Da oben würde Liebe stehen. Okay, das funktioniert aber auch so. Warte. Ich bin zu langsam. Ja, ich bin zu langsam. Im Nahverkehr machst du einen Knopf. Ja, okay, aber du musst auf jeden Fall irgendwas betätigen. Du musst irgendwas betätigen. Äh, scheiße, ich bin wieder zu langsam. Damit das System noch weiß, du bist noch wach, ansprechbar und, äh, ja. Okay. Nein, das L ist weg. Naja, okay. Soll das nicht das große Problem sein? Wir wären eh nicht weit gekommen. Dann springe ich mal ganz kurz. Oh. Free. Freiheit. Sehr schön. Bye, Tobi. Danke, dass du da warst. Okay. Free. Kann ich nicht verschieben? Warum kann ich dich nicht verschieben? Was ist da los? Okay. Das hängt hier so in der Gegend rum. Ich kann auch die Buchstaben nicht aufnehmen. Alles klar. Alles klar. Schade. Sicherheitsfahrschalter. Ja, genau, genau. Wusste ich doch, dass ich das schon mal irgendwo gehört habe. Okay. Oh. 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 Nein, nix Angst. Nein. Hi, Tobi. Hallöchen. Du kommst genau im richtigen Moment. Ja. Das ist der Spritzen-Oberboss. Näh. Cut. Danke. Lauf. Lauf. Nie. Aus. Ich hatte genug schlechte Trips für einen Tag. Oh. Safe. Okay. Joggle kommt im richtigen Moment, wenn ich Angst habe. Ja, ich habe Angst um unser Leben. Natürlich. Wie gesagt, das ist ein binäres Leben. Leben. Ja oder nein. Nix philosophisch von wegen Leben oder nicht leben. Das ist hier die Frage. Nee, es ist sehr, sehr eindeutig hier. Oh, wir bluten. Wir hinterlassen kleine Tintenspritze auf dem Boden. Oh, nein. Wir wurden jetzt so oft mit Nadeln gepiekst, dass wir tatsächlich auslaufen. Das ist scheiße. Weiß jemand zufälligerweise, wie lang es bei Buchstaben dauert, bis sie an Tintenverlust sterben? Oh, 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 oh. Hat sich erledigt, die Frage, ne? Wir wurden einfach zerquetscht. Ah, warum? Ja, schön. Joggle, du hast das Unboxing von der Collector's Edition verpasst, ne? Das, äh. Ja. Das gab's vorhin. Aber wie, wie, wie läuft's? Wie ist das Spiel bisher? Ich weiß, dass du's exzessiv spielst. Seit heute Nacht. Okay. Kapitel 2. Neue Gegend. Hoffentlich keine Drogentrips mehr. Das sieht ein bisschen industrieller aus. Das heißt, wir sterben wahrscheinlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung oder so. Das ist in Ordnung. Bist du, Alter, schafft aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsstats in Bezug auf Tinte und Buchstaben? Ja. Ja, bitte. Klär uns auf. Wie lange können Tintenbuchstaben überleben? Das war nicht so wirklich robust. Ach so, weil es rostig. Oh, wie schön. Oh, ich liebe diese kleinen Wortspiele hier drin. Es bricht zusammen, weil es rostig ist. Oh. Voll gut. Okay. Buchstabensalat. Hier drin, in der Kiste. Unsterblich. Unsterblich. Ja, aber das sind nicht wir, ne? Ah, ah. Oh. 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 Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Wenn ich ehrlich bin. Gut. Ähm. Hier wäre ein Hebel. Da ich ihn leider nicht so umlegen kann, müssen wir hier wohl Dinge tun. Fragt sich nur was. Wow. Ah. Okay, warte. Stop. 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 Oh. Okay. Punkt. Oh. Ja, dann darfst du alle Buchstaben haben. Bitte schön. Das hat er über den Tag verteilt, zehn Stunden gespielt. Bist sehr glücklich mit dem Titel. Sehr schön. Sehr schön. So, Stop. Ähm. Ich weiß noch nicht, was uns Stop allein bringt. Ich glaube, noch gar nicht mal so viel. Das hält nur den Crusher da drüben an. Ja, genau. Das Ding hier. Da kommen wir nämlich nicht drüber. Das müssen wir irgendwie öffnen. Haben wir auch noch ein Open? Gibt es auch noch ein Open? Das wäre eine Sache. Haben wir dafür genug Buchstaben? Äh. Äh. Nein. Okay. Das ist schade. Äh. Was kann man denn da alles an Wörtern bilden? Also Stop ist relativ eindeutig, ne? Das ist relativ klar. Das funktioniert ja auch. Wunderbar sogar. Wie man hier sieht. Da steht halt Joint bei diesen zwei Dingern. Haben wir noch was? Es gibt kein Divide oder sowas in der Richtung. Äh. Gut, wir könnten ein Reel bilden. Das ist aber wahrscheinlich eher nicht das, was wir brauchen. Wir könnten Waste bilden. Das ist aber auch nicht das, was wir brauchen. Disjoint. Passt das? Ja, wir haben kein J. Ach, warte mal. Du meinst quasi einfach nur Dis. Ja. Oh, das ist... Spannende Idee. Ob das funktioniert. Spannende Idee, ob das geht. Probier mal aus. So, machen wir mal das Stop hier rüber. Das darf erstmal ausgestalten werden. Oh, weiß nicht, ob das geht. Weil da ja das Dingens ist. So. Nee. Oder warte mal. Nee, das Stop hat nur den Crusher. Ja. Äh. Nein. Ja. Das ist das, womit ich jetzt gerechnet hatte. Nee. Tatsächlich nein. Tatsächlich nein. Wie sind die Figuren aus der Collector's Edition verarbeitet. Also. Ähm. Der Elefant kommt ohne Rüssel und Stoßzähne. Die muss man dann noch dran basteln. Ansonsten. Äh. Sehr, sehr geil verarbeitet. Also richtig, richtig gut. Da kann man jetzt absolut nichts sagen. Die, die Quali ist mega. Die ist richtig gut. Richtig schön schwer. Vor allem riesengroß. Also wirklich riesengroß. Ähm. Und, äh. Ja. Nicht, nicht. Leicht flexibel. Würde ich sagen. Separate. Äh. P. A. T. Das würde gehen. Ja. Warte. Schreibt mal, dass nicht C. Ich bin nie sicher, ob man das C. Paar oder C. P. Schreibt. Probieren wir es mal so. Äh. Also, ne. Die Figuren sind wirklich, wirklich toll verarbeitet. Ähm. Oder die, die Figur. Die kleine Aloy-Figur. Also die ist ja wirklich nur so klein. Wohingegen der Elefant halt so groß ist. Ja, doch. Das kommt hin. Ähm. Ist auch richtig gut. Es ist ein Seepaar. Ich sag's ja. Ich bin nie sicher. So. Warte. Ich werfe dich kurz. Zack. Tschüss. Seepaar, ne? Ja. Eigentlich könnte man es sich relativ einfach merken. Seepaarieren. Seepaarieren. Es gäbe genug Sachen, an denen man das selbst feststellen könnte. Hehehe. 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 Seepaar. Das ist das Rätsel. Ups. Lösung. Ist sie nicht. War ein Scherz. Könnten wir das bitte stoppen, wenn es oben ist? Danke. So, und jetzt ganz vorsichtig noch ein bisschen zurückschieben, damit das hier nicht in das rote Ding reinkommt. Hervorragend. Okay. Hier. Das Ding ist ausgeschalten. Das Ding ist ausgeschalten. Jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Wie kommen wir da hoch? Das ist ein Countdown. Ich mag keine Countdowns. Countdowns sind nie gut. Habe ich schon das Lego-Set vom Tolnec gesehen? Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Das ist schon auch irgendwo eine Verlockung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Das wäre schon auch nicht schlecht. Ganz ehrlich. Wir stehen auf einer Pl... Wir stehen auf einer Plattform. Oh. Die Sache ist, wie hoch fährt die? Die fährt wahrscheinlich... Ich glaube, ich weiß, wie hoch diese Plattform fährt. Und es wird gleich alles kaputt gehen. Na wohl. Die Zeit ist lang genug. Moment. Bin gleich wieder bei euch im Chat. Moment, Moment, Moment. Ein U war ja da drüben dabei, ne? Ne, war nicht dabei. Wir können keinen abbauen. Wir haben keinen... Wir haben keinen... Uh. Das ist doof. Lift können wir auch nicht bauen, nein. Rise. Rise würde gehen, ja. Ja, das könnte sein. Das probieren wir mal aus. So, und so kriegt man nämlich auch die Buchstaben da nach oben, ohne dass uns da gleich alles kaputt geht. Äh, Rise... Da, Rise. Hopp. Nice. Leute, einmal abklatschen, ne? Das war hervorragend. So, und jetzt sind wir sterblich. Na super. Warum sind wir wieder da oben? Ich will nicht wieder sterblich sein. Das ist kacke. Ähm. Es gäbe so viele geile Lego-Sets, ne? Ich bin ja auch ab und zu mal auf Lego-Ideas unterwegs. Und da gibt's halt Starguide-Sets und Doctor Who-Sets und... mehr. Und wie passend man votet, ob die irgendwann mal vielleicht ein Produkt werden. Sag mal, hört mir das Spiel zu und baut seine Buchstaben hier entsprechend dessen, was ich gerade erzähle. Das ist jetzt ein bisschen creepy. Ähm. Aber ja, es gäbe so viele geile Sachen. Ähm. Ich war auch immer versucht, den Helicarrier von Lego zu bauen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Einziges Problem an diesem Helicarrier ist... Wohin? Das Ding ist halt... Über einen Meter lang, glaube ich. Und, äh... Puh. Ja. Geil. Mega geil. Aber... Hui. Ne? Äh... Remote. Könnte sein, ja. Könnte sein. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt... Wir könnten das da schon mal... mitnehmen. So. Achso. Ja, sonst stelle ich mal dicht dahin. Remote ist aber... Remote oder Remove? Ja. Beides gute Ideen. Guck mal, welche... Guck mal, welche stimmt, ne? Oha, Reh. Okay. Remove. Ja, selbst wenn es jetzt... nicht... Remote ist... Haben wir zumindest ein Wort gefunden, ne? Äh... Und wenn es nur Moe ist... Ne. Es ist Remote, Leute. Nicht ganz. Es ist nicht nur Remote. Obacht. Es ist wahrscheinlich beides. Nacheinander. Achso, warte dich. Äh... Stell dich mal hier ab. Weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich mach das mal. Hm. Achso. Das ist kein... Kein dauerhaftes Ding. Ja, okay. Dann... Dann geht's. Dann ist das wunderbar. Sehr schön, Leute. Wunderbar. Passt. Jetzt wieder Remote rausbasteln. Und wir können weiterziehen, ne? Okay. Dam, 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 dam. Okay. Und jetzt? Gut. Und 80 Euro für das Set. Ja, finde ich, finde ich auch, finde ich auch in Ordnung den Preis. Der ist, der ist gut, ja. Rechts die Leiters runter. Oh. Okay. Gut aufgepasst. Ja, das habe ich nicht gesehen. Da ist noch ein Hebel. L-O-A-D. Wir laden das Ding gerade. Und das hier? Da steht Shoot. Ähm. Achso. Warte. Aua. Ey, nicht auf mich. Nicht sicher. Nope. Das ist ein Lift. Okay. Aber wohin will ich jetzt damit? Das ist mir noch nicht klar. Ähm. Achso. Verstehe. Wenn ich nicht da drauf bin, dann... Propaganda. Lügen. Was bist du denn? Du bist ja schon wieder irgendwie niedlich. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Und... Das hat nichts gebracht. Warte. Warte nach oben. Und... Okay, verstanden. Wir stopfen die Dinger. Hier so, ne? Nice. Ja, das war's dann wohl mit der Propaganda. Schade, schade, schade. Komm. Gut. Kann ich das da mitnehmen? Nein. Dann können wir weiter, ne? Äh. 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 B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Dass ich mein Programm grundlegend verändert hab. Dass mein Comeback-Stream bei Dio's-technischer Sicht nicht funktionierte. Ja, weil kein Transcoding. Ich musste heute auch sehr kämpfen, um das zu bekommen. Ähm. Kurz und knapp sagen, was sich hauptsächlich verändert hat. Äh. Alles. Ähm. Das ist quasi... Das... Das kürzeste, wie ich's zusammenfassen kann. Ähm. Klingt jetzt unglaublich... Doof. Aber im Grunde genommen, ja. Äh. Ne. So. Was hat sich alles verändert? Äh. Also programmtechnisch, ähm. Konzentriere ich mich jetzt komplett auf Indie. Indie-Games. Ähm. Es wird vielleicht mal irgendwann ausnahmsweise oder sowas anderes geben. Aber eigentlich Indie-Games. Auch, äh. Mit viel Abwechslung. Das ist jetzt schon das... Naja, das ist der dritte Stream jetzt wieder. Und das ist das vierte Spiel, das wir spielen. Ähm. Naja. Also das auch. Möglichst viel Abwechslung. Äh. Auch kürzere Sachen, um einfach, ja, euch auch coole Sachen zu zeigen. So wie das hier, ne? Das ist... Ich finde das Spiel mega. Hier offensichtlich auch. Also zumindest, was ich bisher so gehört habe. Ähm. Genau. Und davor gibt es immer eine Talk-Runde mit einem Thema. Also heute war es zum Beispiel, äh, Traumberuf als Kind versus Realität. Ähm. Dann gab es noch, weil... Irgendwie passend, das Horizon Zero... Äh, Horizon Verbind-West-Unboxing vorhin. Ich spring kurz mal da runter, ne? Ich will wissen, was da passiert. Tod und Verderben. Sehr schön. Mag ich. Okay. Damit kann ich leben. Äh. Ja. Genau. Ähm. Ne? Immer Talk-Runden mit einem Thema davor. Und, äh, Stream-Technisch ist jetzt immer freitags. Das Ganze. Und, ja, Sonntag, äh, vielleicht noch Sonntag als ehester, zweiter Termin. Und alles Weitere dann, dann komplett spontan. Aber Freitag ist eigentlich der feste Termin. Hat letzte Woche schon wieder mal super funktioniert. Nämlich nein, das war dann Samstag, aber egal. Wenn du es genau wissen willst, kannst du es aber auf YouTube gucken, weil, äh, Ausrufezeichen WOT, ne, Ausrufezeichen WOTS leitet dich auf den YouTube-Kanal, wo jetzt das Archiv ist. Und, äh, da ist das Ganze transkodiert in die verschiedensten Qualitätsstufen und so weiter und so fort da. Und mit Kapiteln hinterlegt, dass du nicht suchen musst. Das waren nämlich knapp zwei Stunden, die ich erzählt habe. Also nicht nur das, was jetzt on-stream so passiert und, ähm, sondern auch weiter in die Zukunft gedacht und so weiter und so fort, ne. Weil mein Problem ist jetzt mit Indies, das ist keine Nische, nach der man gezielt sucht. Weil ein Indie-Game ist mehr so noch eine Zusatzkategorisierung als alles andere. Ach so, das ist einfach. Ähm. Ja, scheiße. Und deswegen, äh, ne, es ist jetzt nicht so wie, wie ein First-Person-Shooter oder so, der halt einfach seine bestimmte Zielgruppe hat, die dann da auch gezielt sucht und was weiß ich. Deswegen muss ich das, oder muss ich, sag ich mal, die Aufmerksamkeit auf diesen Channel über andere Wege finden. Und, äh, da wird es noch einiges geben. Aber, genau. Ausrufe, Zeichen, Wotts. Dann kommst du auf den YouTube-Kanal. Da sind dann seit beim Comeback jetzt quasi, ähm, wir hatten alle Streams hochgeladen. Im Normalfall stehen die dann, äh, zwei Tage später. Oder zwei Tage nach dem Stream um 18 Uhr bereit. Bis dahin ist dann hoffentlich auch das YouTube-Seitige Transcoding durch. Also, so ein Acht-Stunden-Stream auf YouTube hochzuladen und umzurechnen, dauert halt locker, dauert halt wirklich locker 24 Stunden. Wenn nicht noch länger. Das ist total gaga. Aber, äh, ja. Ist sowas wie der komplette Witcher-Walkthrough komplett auf Eis gelegt. Ich will es nicht ausschließen. Also, ja, also Witcher, ja. Also eigentlich alles davor ist auf Eis. Ähm. Aber ich will nicht ausschließen, dass es mal vielleicht auch noch ein, äh, längeres Projekt gibt. Also, jetzt auch länger als zwei, drei Streams oder so. Das kann schon mal sein. Aber es wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich aus dem Inni-Bereich sein. Genau. Und das ist so jetzt das, das Ding. Okay, wir haben die Errungenschaft. Quotation Hunter. Ähm. Propaganda, die von Lügen und verzerrten Wahrheiten angefeuert wird. Äh. Die Lösung der Ignoranten. Äh. Ja, sie jubeln, während die Bücher den Flammen, äh, an die Flammen übergeben werden. Okay. Das kommt mir alles irgendwie sehr bekannt vor. Also, aus realer Geschichte jetzt. Schwierig. Gucken wir mal, was da noch so alles kommt. Hm. Ich bin übrigens tatsächlich sehr fasziniert. Ne, ich hab ja jetzt den, den Watch Channel eingerichtet. Und, äh, das Ding fällt gleich. Ja, genau, wusste ich's doch. Ähm, das kennen wir schon. Und hab jetzt nicht groß Werbung gemacht, ne. Ich hab im, im Discord den einen Post dazu, glaub ich, gemacht. Äh, äh, auf Twitter. Und das war's. Ähm. Aber die Videos haben tatsächlich Aufrufe. Ich weiß nicht von wem. Es sind nicht viele. Aber Leute haben die angeguckt. Das ist, äh, das find ich super cool. Ich glaub zwar, dass doch niemand von Twitch hier, äh, von YouTube hierher gekommen ist. Aber hey, irgendjemand hat da offensichtlich mal reingeguckt. Find ich mega. Find ich richtig, richtig, richtig gut, ja. Wie läuft's? Ja, wir kommen voran. Sagen wir's mal so. Irgendwie. Was, tust du mir eigentlich weh? Nee, du haust vor mir ab, du Sack. Kann ich dich mitnehmen? Nein. Lauf mal. Okay. Nee, das ist okay. Das ist gut. Bücherverbrennung, ja. Ja, richtig. Aber vor allem kommt mir das so ein bisschen bekannt vor in auch in Richtung sag schon, das habe ich vergessen, in Verbindung mit Propaganda. Genau. Traumberuf, Kfz-Mechaniker, gelernt Kfz- und Landmaschinen-Mechaniker und arbeite jetzt als Mechaniker am Steinbruch. Das kam jetzt einfach so aus dem Nichts heraus. Aber okay, cool. Auch schon als Kind direkt. Ich finde das nice. Volt gibt Strom. Macht Sinn. Das macht erstaunlich viel Sinn. Okay. Und da haben wir jetzt Loss. Loss klingt nicht gut. Kann ich irgendwas mit den RE da oben machen? Nee, ne? Oder? Kann ich? Oh, warte mal. Ich kann hier auch Y drücken. Kann ich das einfach drehen? Soll, Loss, Holz. Nope. Das bringt jetzt relativ wenig. Ich ziehe mal die beiden Buchstaben hier mit runter. Das sollte ja eigentlich gehen. So, komm du mal mit. Genau. Flupp. Und du auch, ne? So. Haut mal ab vom bösen Vieh da hinten. Okay. Ähm. Mir fällt gerade kein, kein Wort ein. Habt ihr was? Wir müssen auf jeden Fall über diese Flammen. Ich habe kurz überlegt, ob das über den Flammen da oben vielleicht ein Ventil sein könnte, wo Wasser rauskommt. Aber eher nein. Ähm. So in Richtung löschen fällt mir jetzt auch nichts ein. Das ist definitiv alles, außer dem Wort. Der Wiederverlust. Ja, gut. Ähm. Oh, warte mal. Doch, eine Sache. Eine Sache fällt mir auf. Ah, äh. Ach so. Äh. Loser. Hm. Gut, ist ein Wort. Aber offensichtlich nicht, dass das wir suchen. Schon alles Kind? Ach, cool. Cool. Finde ich nice. Wenn sich das dann tatsächlich auch so durchs Leben, sag ich mal, hinzieht. Ähm. Los hatten wir gerade, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Loose könnte man noch daraus machen. Aber das ist es offensichtlich auch nicht. Soul. Das würde gehen, ja. Hoppala. Äh, Entschuldigung. Abgebrochen. Das war doof. Falschen Button gedrückt. Nee. Ändert auch nichts im Wasser. Rose. Das würde auch gehen. Ja. Ich schieb die mal wieder zusammen hier. Äh. Was hat man jetzt gerade? Rose, ne? Roll. Warte. Nee, es passiert nichts damit. Also, wir haben ein Wort gefunden. Das ist aber nicht das, das wir brauchen. Oh, wir haben noch ein Wort gefunden. Ole. Ähm. So, Rose hatten wir jetzt gerade. Ah. Äh. Oh. Oh. Was? Aber warum? Was macht die? Okay. Ähm. Äh. Äh. Was? Du weißt nicht warum. Das Spiel offensichtlich auch nicht. Ja. Nicht so wirklich. Aber. Einfach so als Easter Egg. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Was passiert, wenn wir Rose's draus machen? Äh. Dann bleibt es bei Rose. Okay. Ähm. Ähm. Warte mal. Die Buchstaben von da oben kann ich jetzt... Oder kann ich die da mit rausziehen? Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Kann ich euch da ziehen? Nee. Die sind fest. Okay. Kann ich den kleinen links einquetschen? Oh, warte mal. Wir kriegen die Buchstaben ja hoffentlich zurück. Also bisher haben wir sie zumindest immer zurückbekommen. Was habe ich denn jetzt getan? Äh. Ich bleibe mal kurz beim Loser. Und schiebe das mal einfach zu ihm. Er dreht eigentlich immer die Wörter aus. Oder um. Genau. Gainer. Okay. Was bekommen wir denn? Oh, ich weiß es. Ich weiß es. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wir haben jetzt alles. Für Regen. Ha! Schön. Das ist geil. Das ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Aber dann hatte ich das Wort vorhin schon. Ich habe nur nicht dran gedacht, dass ich das zu dem Typen rüber... ...packen muss. ...packen muss. Oh, ist das cool. Ja klar. Regen löscht Feuer, ne? Macht total Sinn. Fallen. Fallen Trust. Okay. Das ist hoffentlich Feuer im Hintergrund. Ja. Okay. Okay. Use. Was usen wir? Use. Wir wurden gerade gekillt. von Buchstaben. Ha. Oh. Ha. Oh. Oh. Oh, warte. Warte, warte, warte. So wünsch dir gute Nacht. Finau, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Ha. Ha. Oh, warte. Strap. Wir binden dich an. Ja, Strap. Natürlich. Wir binden dich hier an. Ja, komm. Schlag zu. Tu es. Tu es. Tu es. Oh. Ja, das hat ja super funktioniert. Ha. Ha. Ja, schade. Moment. Das probieren wir nochmal. Das müsste doch eigentlich gehen. Ha. Ich glaube, wir müssen das Essen ein bisschen schneller zurückziehen. Kann es das sein? Heben? Meinst du? Ah, ja. Doch möglich, ja. Nein. Nope. Wir haben hier drüben keine Buchstaben verloren, oder? Nein. Okay. Well. Ähm. Warte mal. Jetzt hat das Ding zweimal zugehauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so funktioniert. Okay. Ja. So. Dankeschön. War eine reine Timing-Sache. Da muss man erst mal drauf kommen. Das ist cool. Das ist einfach cool. Warte, 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 warte. Da fehlt doch ein Buchstabe. Nee, leider nicht. Ähm. Oh. Hi. Ja. Okay, ich glaube, ich habe gerade den Kleinen hier beschworen. Du, ich treibe dich mal da runter, ne? Passt schon. Ich schaue mal erst, was hier ist. Du, warte, warte mal kurz, ne? Warte. Oh nein. Oh nein. Was ist der Kleine eigentlich? Ein Wortumdreher. Weiß es nicht. Er dreht Worte um. Er macht aus Liebe Hass und lauter so Blödsinn. Und deswegen ist das jetzt gerade tatsächlich ziemlich doof, dass ich ihn beschworen habe. Weil wir brauchen nämlich die... Warte. Ah! Oh Gott. Ich kann eine Leber aus dir machen, aber das war es auch schon. Also du meinst, das ist vom Aussehen her. Äh. Ja, das ist eine gute Frage. Es sieht ein bisschen aus... Erinnert mich, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen an Wall-E, ne? Also das Letzte räumt die Erde auf und so. Weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist da... Ein bisschen Ähnlichkeit da, finde ich. So, okay. Vielleicht brauche ich dich doch. So, lauf mal. So eine Pixa-Lampe. Auch möglich, ja? Ne, 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 ne. Falsche Richtung. Hier, da. Komm, komm, komm. Opfere dich. Sehr gut. Oh, sehr schön. Okay, kann ich das da mitnehmen, das R? Ne. Ich kann mich zwar hier dran festhalten, aber ich kann es nicht mitnehmen. Schlauer, Benni. Ja. Nachdem ich eine Mechanik einmal gelernt habe, funktioniert das meistens ganz gut. Ich glaube, ich habe gerade das... Go und Gu haben wir gefunden. Yay. Das ist faszinierend. Jetzt habe ich noch ein Problem. Und zwar genau das. Ja, genau. Ah, shit. Gerade so nicht rechtzeitig. Wir müssen das doch rüberbringen. Wir müssen das doch rüberbringen. So. Ah, shit. Ich brauche dich ja hier unten, ne? Ja. Stopp, 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 stopp. Komm, 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 komm. Flitzen, flitzen, flitzen. Weiter, 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 weiter. Hopp, 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 hopp. Dankeschön. Oh, jetzt weiß ich warum aus. Ah. Warum da gut raus wird. Weil das Wort umgedreht halt evil war. So schade du es findest, du gehst jetzt ins Bett. Es fahrt, ne? Ausrufezeichen WOTS. Dann kommst du auf einen YouTube-Kanal. Da kannst du das alles nochmal nachgucken, wenn es ist. So tragisch ist es nicht. Man kann es nachholen. Am Montag, nee, Sonntag. Sonntag dürfte das Video dann bereit sein. Aber schlaf gut. Danke, dass du da warst. Das will natürlich auch noch gesagt werden. Ganz, ganz klare Sache. So, ich würde dich gerne hier rüber bewegen, ohne dass ich jetzt hier, ne? Das könnte ein bisschen fies werden. Kann wir das... Oh, vielleicht... Oh Gott, ich kann dich einfach da schieben. Das geht? Das geht, okay. Es war dir ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass man das so drüber schieben kann. Das gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, ne? Ist die Website auf Spanisch, weil die ja mit ES endet? Es ist eine spanische Domain, ja. Aber die Website ist nicht auf Spanisch, nein. Ich habe nicht plötzlich über Nacht Spanisch gelernt. Also, ich rede vielleicht ab und zu für manche Spanisch, aber ich kann tatsächlich selbst kein Spanisch. Ach, komm schon, D. Häng nicht so hinterher. Sei lieb. Gut. Ich hätte jetzt so gelacht, ne? Wenn wir die Buchstaben rüberschieben können und selber einfach runterfallen. Das wäre jetzt so der Klassiker geworden. Okay, cool. Das nächste Zitat. Oh, ha. Okay, wo sie anfangen, Bücher zu verbrennen, verbrennen sie möglicherweise irgendwann auch Menschen. Ei, 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 ei. Also, die Thematik hier im Spiel ist schon nicht ohne. Das muss man jetzt schon auch mal dazu sagen, ne? Ich glaube, ich lasse die Buchstaben mal ganz kurz hier. Ich weiß nicht, ob wir die da oben gerade brauchen. Ich gucke mal nach. Hätte es durchaus sein können, dass ich in deiner Abwesenheit gelernt habe, die Sprache und in Zukunft auf Spanisch streamen will. Nee, nee, mm-mm. Also, eins muss man sagen, ne? Der spanische Streaming-Markt ist riesengroß. Also, von dem her würde es sich lohnen. Aber. Was war denn das? Deswegen lerne ich jetzt auch nicht einfach so über Nacht mal Spanisch. Wäre zwar cool, aber... Nee, leider nein. Spanisch wäre tatsächlich, glaube ich, eine ganz coole Sprache. So, ich versuche mal ganz kurz hier das irgendwie... Okay. In einer Hand einzuklemmen. Mein Controller. Und in der Zwischenzeit was zu trinken. Das sollte gehen. Dauert eh einen Moment, bis das da oben ist. und wir die Tür bauen können. Wahrscheinlich wäre es einfacher, jeden Buchstaben einzeln hochzutragen. Aber, naja. Details, ne? Details. Oh, komm. Oh, du schaffst es. Ja, wie? Doch. Komm. Ja, 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 ja. Langsam. Aber. Beständig. Ich fange gleich zu schwitzen an, weil ich mich anstreng. Na, komm. Hop, 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 hop. Hier. Und noch drei Pixel. Komm. Und du hast nicht mehr viel vor dir. Das sind noch 200 Pixel diagonal oder so. Hop, 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 hop. Du schaffst es. Du bist unser Held. Nicht verstecken. Da. Nicht zwei Schritte vorwärts und zwei... Äh, nicht einen Schritt vorwärts und zwei zurück. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. 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 Das ist billig. Scheiße. Stopp. Und... Okay, wir tragen euch einzeln. Stopp. Halt. 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 Gott, das ist ja wie Sisyphus, hey. So. Komm. Ich nehm dich mal mit. Ich glaub, das geht deutlich einfacher. Da kann man wenigstens hüpfen. Hui. Okay. Ja. Das ist deutlich, 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 deutlich einfacher. Hau ich gleich Platz? Ja, vielleicht. Es ist... So wie wir, wenn wir im Gas stehen. Also hier im Spiel, ne. Wie unser Charakter. Ich tue es ihm einfach gleich. Ich werde zum Luftballon. So. Tormented Souls. Sagt mir was. Ja. Sagt mir was. Also zumindest vom Namen her. Wahrscheinlich habe ich auch schon mal einen Screenshot oder so davon gesehen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ne. 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 Okay. So. Schön. Damit ist die Tür offen. Und wir gehen wieder einen Schritt weiter. Zweifel-Haurortitel aus Chile, der ursprünglich von zwei Leuten programmiert wurde. Ich finde es immer wieder faszinierend, was zwei Leute oder auch Einzelpersonen... Ähm. Leap of Faith. Ja. Nicht sicher. Äh. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ne. Ich folge ja inzwischen auch einigen Solo-Entwicklern. Ähm. Was die teilweise auch einfach zustande bringen. Ganz allein. Das ist immer wieder faszinierend. Leute. Es tut mir leid. Weil ich muss wissen, was da unten ist. Oh. Ähm. Ja. Mhm. Solid ist gut. Aber ich glaube, es bringt mir nichts. Oh doch. Oh doch. Errung... Okay. Errungenschaftsfortschritt. Scheiße. Geht es jetzt nach unten weiter oder nach oben? Ich habe das Gefühl, oben ist optional. Oh nein. Leute. Ich glaube, wir haben was verpasst. Ich will nichts verpassen. Hallo. Kann mich mal irgendjemand... Hallihallo. Scheiße. Der Checkpoint ist jetzt eh soweit, ne? Äh. Ups. Okay. Das ist cool. Irgendwie fürchtest du, dass oben das Zitat ist? Ja. Ich auch. Ich auch. Das, äh... Ja. Habe ich verkackt. Oder? Warte. Scheiße, ja. Hahahaha. Die Secrets sind so offensichtlich mal verwechselt. Ja, 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 ja. Ich gehe halt eher davon aus, dass wir immer weiter nach oben gehen, statt nach unten. Deswegen, äh... Vielleicht das nächste Mal einfach das nehmen, wo ein Weg ist und nicht, wo ich ins Blinde springe. Das ist vielleicht noch eine Idee. Hahahaha. Es wird die klassische Elemente, wie die vom Original Resident Evil aufgreifen. So lässt den Bericht zur Entstehung gelesen. Ursprünglich hatten die keine Ahnung, wie man Videospiel programmiert und haben es sich selbst beigebracht. Ja, 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 ja. Das hört man relativ oft bei Indie-Entwicklern. Dass wir keine Ahnung hatten, wie das funktioniert und dann halt, äh... Ja, doch irgendwie angefangen haben, ein Spiel zu programmieren. Und das dann auch irgendwie funktioniert hat. Ähm... Kannst du mal aufhören, meine Buchstaben zu zerstören, du Sack? Was ist denn das? Ja gut, dann mach du die Mutter hinten kaputt und ich gehe hier rüber, ne? Das ist auch in Ordnung. Nee, ist nicht in Ordnung, weil ich ein O brauche. Ich brauche ein O. O. Nee, nee, okay. Okay, wir müssen den Kleinen hier drüben bauen. Äh, so. Zack. Das hier. Wir müssen dich davon abhalten, ihn zu töten. Und dann weiß ich noch nicht so recht weiter, was wir tun sollen. Stopp, geh mal, was passiert. Oh. Ja, wie praktisch. Hahaha. Okay. Wir nehmen den Umwandler, schicken das Monster rein. Und was erhalten wir? Liebe. Das ist doch... absolut genial. So. Nur damit wir die Liebe jetzt zerstören. Und einfach in ein... Ähm... Ähm... In ein On umwandeln. So. Und jetzt ist nämlich der... Aufzug an. Hervorragend. Okay. Adel, schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Ähm... Ja. Hm. Das ist ein sehr, sehr langer Aufzug. Kommt der auch wieder? Man weiß es nicht so genau, ne? Ähm... Hallo? Mach dich mal wieder aus, ne? Ich kann dich nicht ausmachen. Okay, das heißt, der kommt irgendwann wieder. Also vermutlich. Also gehe ich jetzt mal von aus. Oder müssen wir jetzt hier Leitern klettern? Ne, das sind keine Leitern zum Klettern. Hm. Ich wünschte mir noch ein I, dann könnte ich hier Live On schreiben. Aber das... Finden wir nicht. Das ist eine gute Idee, Malza. Oh. Ach so, über andere Buchstaben kann man die Buchstaben hier wieder zusammen basteln. Und... Ah, wow. Oh. Ja, das hat nichts... Ähm... Äh, da... 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 Gut. Es war nicht das Ion. Es war tatsächlich das, dass ich irgendwie jetzt das Ohr rausgeschubst habe. Okay, cool. Ja, schön. Ähm... Läuft. Dann, äh... Weiter. Ah, nein. Oh Gott, da ist wieder... Ich dachte mir gerade, was ist das für ein komisches Vieh? Aber, äh... Ja. Oh nein. Oh nein. Ich habe schon wieder ein Secret verpasst. Äh, ich komme hier. Nein. Oh, fuck. Ich komme nicht... Oh doch. Ich dachte, ich komme nicht mehr auf den Pilz. So, Obacht. Und... Jump. Und... Obacht. Und... Und... Ah, kein Tod. Sehr schön. Das ist ja schon mal etwas. Wir sind nicht tot. Das finde ich einen Grund zum Feiern. So. 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 Und jump. Und... 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 Jump. Wir hüpfen hier genauso entspannt hoch. Wie Böhme gerade hier, äh... Reingeradet haben. Hallöchen. Hi, hi. Was gab es bei euch? Hallöchen, hallöchen. Ich schubse das O. Ich schubse so einiges. Wenn der Tag länger ist. Und die Tage sind meistens lang. Wow. Das klingt so, als wäre ich der Arsch, der damals geschubst hat, ne? In der Schule. So. Kriegsführung basiert auf Ablenkung. Ja, 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 genau. Ich muss ihre eigenen, äh... Da, 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 da. Ja, ich muss ihre eigenen Werkzeuge nutzen und lügen, um die zu schützen. Um die Werte zu schützen, für die ich stehe. Das ist... Die Botschaft, die da gerade stand. Ja. Hallöchen, Jochen. Hi, hallöchen. Bei euch gab es heute das Day of the Tentacle... Day of the Tentacle Remaster. Ihr habt es komplett durchgeballert. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe Day of the Tentacle nie gespielt. Aber ich kenne das lila Tentacle. Das, 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 das kenne ich wenigstens. Aber ich habe es tatsächlich nie gespielt. Und ja, ich glaube, das ist eine Bildungslücke. Aber die gleiche Bildungslücke habe ich auch bei... Bei Monkey Island. Aber das habe ich wenigstens schon mal gesehen. Komplett. In den Staub. Ja, ich schäme mich auch. Es, 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 es tut mir leid. Es ist, ja. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Ich, äh, ja. Ich bin zwar alt, aber irgendwie... Irgendwie hat das nie funktioniert. Aber nice. Sehr, sehr schön. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Benny übrigens, ähm, wie man unschwer meinen Namen erkennen kann, äh, mache ich Dinge. Und heiße Benny. Beides erkennt man. Und wir spielen gerade Typo Man. Ähm, ne, wir sind ein kleines Buchstabenmännchen aus den Buchstaben H, E, R und O. Sprich, wir sind der Held dieser Geschichte. Die Geschichte ist übrigens ziemlich düster. Es geht um Lügen, Propaganda, ähm, wahrscheinlich Verrat. Ganz ehrlich, das Ganze erinnert mich etwas sehr an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Wenn ich sehr, sehr ehrlich bin, ähm, so vom, vom, vom Thematischen her. Wir sind gerade mitten in die Cutscene reingelaufen. Das ist natürlich hervorragend. Ähm, ja, und was wir tun, wissen wir selber noch nicht so genau. Also ich weiß es zumindest nicht. Okay, aber wir werden, oh ne, nicht schon wieder ein Drogentrip. Es ist aber ein sehr, sehr cooles Spiel. Deutsche Firma von 2016. Ähm, oder wurde 2016 veröffentlicht. Oh nein, das wird gleich zu doom. Ja, ich wusste es. Oh, oh. Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich laufe schon mal los, ne? Ist es? Bye. Äh, oh, warte. War, 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 war. Äh, Klaus, bitte. Jetzt. Pop, 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 pop. Ja. Oh nein, das bleibt ja zu. Was sind das für ein Rotz? Ähm, hi. Äh, was steht hier? Firm. Ja, aber firm ist gut. Äh. Moment, firm ist gut. Oh, firm ist tatsächlich gut. Es war nur noch nicht weit genug beisammen. Ja, genau, und wir arbeiten hier mit Buchstaben. Das ist, oder einzelnen Worten. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr cooles Konzept. So, und weil wir jetzt aus der Katzchen raus sind, falls ihr selber Interesse habt, hier sind Infos. Moment. Da sind Infos. Ja. Gibt's auf Steam? Kostet, glaube ich, gar nicht mal so wahnsinnig viel. Ah. Was ich nachholen will, ist das Remaster. Echt gut. Da kann man auf Original, Grafik, Sound und Gameplay on the fly wechseln. Äh, ich glaube, ich geb ja zu, dass bei mir relativ viel Gronkh-TV läuft, ne. weil das einfach super ist, uns im Hintergrund oder sich im Hintergrund irgendwie berieseln zu lassen und ich meine, da kommt das demnächst auch mal vielleicht muss ich dann einfach nur aufpassen was Fass ist oh, Flammen schön, bunt, sollte ich laufen? nö, warum, sind ja nur Flammen wer muss bei Feuer schon laufen? niemand da, da oh nein ah oh nein, nein, nein oh, oh, ja, bitte ich will das Zitat haben ja, warte, 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 warte so, jetzt, bitte, danke Zitat Malzer, du bist dran, ich kann grad nicht aufpassen bitte einmal kurz übersetzen wenn's gerade genehm ist das war nicht gut äh, okay, irgendwas mit meiner einzige Option ist zu laufen bevor die Flammen mich erreichen das hab ich noch schnell lesen können äh, 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 hervorragend so viel zu entspannt und cozy und gemütlich in den Tags vom Stream, ne? das ist grad überhaupt nicht entspannt das ist Stress ah, nein, 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 der hat der hat'n da das war, das war ja auch nicht a matter of time before I was exposed my only option now is to run ja ob ich dafür einen Scraper oder bereite ich die immer vor ja ja, äh ich hab meine magischen Künste als Programmierer, ähm genutzt und im Grunde genommen drücke ich hier einen Button auf dem Stream Deck, der wiederum schickt Info an meinen Bot, der wiederum schickt dann hoppala, der wiederum schickt genau, warte, Button auf dem Stream Deck schickt Info an den Bot, der Bot schickt eine Info an meine Overlays, meine Overlays fragen im Hintergrund eine Schnittstelle an, die ich geschrieben habe, die allerdings auch nur die International Games Database, die IGDB, nach einem exakten Titeltreffer absucht, jetzt, jetzt, nicht jetzt, shit, die wiederum irgendwann eine Response liefert, falls nicht, dann gibt es halt kein Overlay, dann geht das einfach nicht, das wiederum geht dann wieder in die Overlays rein, die zeigen die Infos an, schicken wieder eine Nachricht zurück an den Bot, der Bot wiederum empfängt diese Nachricht und diese Nachricht ist dann das, was im Chat landet mit den Shopping-Links. Das ist ganz, ganz kurz beschrieben, das Vorgehen, das hier passiert, wenn ich diesen Button drücke. Und ja, ist damit 100% dynamisch. Das war zu wenig geschwungen. Ich dachte mir, wenn ich sowas mache, dann mache ich es automatisch. Ich suche doch nicht, ich mache doch nicht jedes Mal irgendwo in der Datei irgendwas rum oder keine Ahnung, das ist, ne. Ich bin Programmierer, ich kann sowas halt. In irgendeiner Art und Weise automatisieren. Also mache ich das. Ah, nein! Oh! Oh, wir können nicht weit schwingen. Das geht gar nicht weit. Aber ja, die Logik ist so ein bisschen von hinten durchs Auge. Und eigentlich hart übertrieben, aber irgendwie, wenn man es automatisieren will, bleibt einem ja fast nichts anderes übrig. Als das relativ komplex aufzubauen. Okay. Aber hat auch Spaß gemacht, das so hinzubiegen, bis das funktioniert hat, hat auch eine ganze Weile gedauert. Aber das ist eine coole Sache. Ich will nicht zu Asche werden. Nee. Smash. Ja, toll. Wirklich? Wenn es dann mal läuft, läuft es. Ja, richtig. Genau das ist es nämlich. Morsch. Ja, das ist gut. Au. Au. Oh, Chaos. Oh. 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 Moment. Ich wollte gerade sagen, das war nicht unsere Kraft. Ja, Chaos. Magst du uns mal wieder? Hallo. Oh. Oh. Frei, Chaos. Ich kann nichts tun. Nichts. Außer mich fest. Nein, ich kann mich... Oh. 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 Moment. Okay. Kapitel 2 geschafft. Solitude. Heißt das Achievement? Und wir fallen zusammen mit dem Z und dem A und dem V und dem I. Gib mir ein Z. Gib mir ein A. Ich weiß nicht, was Tavi für ein Wort wäre, aber... Ja. Safe. Oh. Hallo. Das ist ein gutes Wort. Desaster. Das ist auch ein gutes Wort. Harte ich mal in den Lurk kurz Rest Chili-Konkane aufwärmen. Wolltet ihr heute nicht Salat essen? Habe ich das nicht vorhin so gelesen, dass da Salat auf dem Plan stand? Und jetzt redet ihr plötzlich von Chili-Konkane? Nächste Woche. Ah, so. Hm. Oh. Gut. Ja, kann ich... Kann ich verstehen. Okay. Ähm. Ist auch übrig von den Chili-Dogs. Ja. Dann muss ich auch weg. Wird ja auch irgendwann schlecht. Im blödesten Fall. So. Wir müssen irgendwie hier rüber. Die Vergangenheit hier drüben können wir nicht mitnehmen. Da kommen wir nicht rüber. Da brennt's. Das ist kacke. Ähm. Stier. Nein. Was können wir hier raus für ein Wort bilden? Hm. Wir könnten ein Raster draus bauen. Nee, können wir nicht, weil zwei... Okay. Moment. Ähm. Ähm. Wir könnten ein Diss draus bauen. Oder Disser. Ja, das ist auch gut. Das zählt nicht mal als Wort. Ähm. Wir könnten theoretisch auch Stier bauen. Aber das ist kein englisches Wort. Wir müssen irgendwie hier drüber. Ähm. Bewerten wird es auch noch geben als Wort. Das ist interessant geworden. Ähm. Warte. Wir könnten Rest draus machen. Nee. Was selbstgemachte Chili-Concarnia hast du ja auch noch, äh, gute Idee für einen Mitternachtsnack. Ja. Ja, total. Ich bin echt ein bisschen neidisch. Schon wieder. Ich will nicht immer neidisch auf euer Essen sein. Macht mal wenig, weniger leckere Sachen, verdammt. Hä, 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 hä. Hey, Jungs. Hallöchen. Hallöchen. Ähm. Ja. Also ihr dürft wieder miträtseln, was das für ein Wort wird. Ich komm grad nicht drauf, ne? Die siehs. Wird im Kontext keinen Sinn ergeben. Nee, nicht wirklich, ne? Stars. Würde das gehen? Das würde gehen. Aid würde auch gehen. Ich nehm mal Aid, weil das quasi schon dasteht. Nee. Hat er zwar an sich als Wort gefressen, aber nicht so wie Dingens. Stars. Äh, warte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie uns Sterne helfen sollten, wenn ich ehrlich bin. Aber probieren wir's aus. Nope. Auch nicht. Auch nicht. Ich hab gerade noch ne Kleinigkeit bestellt, weil zu faul zum Kochen. Das kann ich verstehen. Nicht mal als Wort erkannt. Nee. Tatsächlich nein. Warte mal. Moment. Das hat was getan. Es hat geblinkt. Das da. Nee, warte. Das wird's nicht sein. Nee, nee. Sag mal I. Kannst du mal da runter düsen? Kannst du mal? Danke. Schade. Ist ein schönes Wort, aber. Dass du erst jetzt wieder vorbeischossst. Ich bin ja auch erst zum dritten Mal wieder online seit, äh, lang. Das ist total in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Was? Was? Warum haben wir jetzt... Also, ich probier's, ne? Aber... Nope. Gut. Wir hatten plötzlich ein Riesenauge als Kopf. Das war schön, aber... Leider noch nicht ganz das, was wir brauchen. Und hierüber komme ich halt nicht, ne? Nee. Das kriegt man nicht hin. Das ist doof. Hi, Bunga-Bomben. Hallöchen. Hallöchen. Und Rungs, danke für den Host. Dankeschön. Wir sehen aus wie ein... Inkognito von Pokémon. Ikognito tatsächlich. Ohne N. Und mit C, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob es im Deutschen auch mit C ist. Aber da bin ich neulich wieder drüber gefallen. Da ist mir das auch aufgefallen. Ich dachte auch immer Inkognito. Aber nee, tatsächlich nicht Inkognito, sondern Ikognito. Völlig wild. Weißt du was? Ich schieb einfach mal das Desaster hier runter. Und dann haben wir keine Probleme mehr. Ja. Genau. So ist das, ne? Desaster wirst du einfach nicht mehr los. Das... Wenn das mal da ist... Ja. Schwierig. Ich habe Inkognito... Ja, ne? Ja, ich war auch tatsächlich etwas überrascht. Aber ja. 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 Einfach Buchstaben bauen und hüpfen. Oh, ich weiß nicht, ob das... könnte. Könnte? 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 Ich bin mal vorsichtig. Oder etwas vorsichtig. Oh, oh. Nein. Ah. Das sind Aster, ne? Wer kennt die nicht? Angst? Ich glaube, höher komme ich nicht. Oh, ich kann zwei Buchstaben hüpfen. Oh. Ah, YOLO. Keine Kante zum Festhalten, Malsa. War aber... Es war ein Versuch wert. Aber die Kante war nicht zum Festhalten. Scheiße. Du gehst ja schon ins Bett. Ich habe dich nicht ins Bett geschickt. Das hast du ganz alleine gemacht. Ähm. Aber falls du dann direkt schlafen gehst, ne? Schlaf gut. Danke, dass du da warst. Ähm. Ja. Äh. Schwierig. Ähm. Rest hatten wir... Äh. Ich könnte noch Aids basteln. Aber ich glaube nicht, dass das in diesem Kontext irgendetwas hilft. Zumal das ja auch nur... Eine Abkürzung ist. Und dementsprechend kein richtiges Wort. Wo sind wir die Vergangenheit links loswerden? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Das ist die Sache, ne? Die Vergangenheit brennt halt. Ich habe eher das Gefühl... Dass wir das Ding hier rüberziehen müssen. Oh, warte mal. Warte. Die Idee mit dem Buchstabenturm. Wir haben noch eine Seite, auf der man... Dinge tun kann. Vielleicht ist es das. Resist oder schreibt man damit Doppel-S? Äh, warte. Resist. Würde gehen. Ja. Ja. Gute Idee. Probiere ich gleich mal aus. Nachdem ich meine katastrophale Buchstabentaktik probiert habe. Wir werden verbrennen, ne? Ich glaube nicht, dass wir drüben ankommen. Ja. Platz. Wenn ich das Desaster mit ganz viel Wucht gegen den Turm schmeiße. Oh, das ist auch eine Idee. Danach probiere ich Resist. Bin gleich soweit. Moment. Nope. Offensichtlich nein. Äh, was war's? Ähm, Resist, ne? Äh. Resist, ne? Ja, fast. Nein. Nee. Müssen alle Buchstaben verwendet werden? Nicht unbedingt, nein. Nicht unbedingt. Also kann, muss aber nicht. Auf der rechten Seite steht die Abkürzung von Garmisch-Partenkirchen. Oder das englische Wort für Lücke, je nachdem. Aber, ja. Das ist richtig. Habe ich mal Stairs? Hm, nee, kam noch nicht dran. Stairs hatten wir noch nicht. Moment. Äh, nee, das doch passt schon. Das brauche ich. Äh, dich brauche ich nicht. Äh. Das wär's jetzt, ne? Runks! Du bist ein Wörtergott. Du spielst jetzt weiter mit. Du bist jetzt verpflichtet. Hervorragend. 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 Stark. Ja. Absolut. Oh. Ach so. Ja. Gap bläst uns auf. Das ist, äh, cool. So, ich laufe hier mal ganz unschuldig weiter und hab natürlich jetzt da oben ein Zitat verpasst. Moment, wartet. Ich bring mich mal eben ganz unschuldig um. Damit wir oben spawnen. Dankeschön, Spiel. Das war perfekt. So. Jetzt aber Buchstabenturm. Ja, jetzt Buchstabenturm. Definitiv Buchstabenturm. Ja. Das ist da. Reicht das schon? Ne, das reicht noch nicht, ne? Das reicht noch nicht. Da oben ist nämlich das nächste Zitat. Das hätte ich ganz gern. Zack. So. Weiter, weiter, weiter. Jupp. Okay. Passt. So, sehr schön. Das Game sieht interessant aus. Rescrabble Doom Version. Ja, pass auf. Kannst du hier auf Steam gucken? Ähm. Da gibt's das. Ist sehr, sehr cool. Aber tatsächlich gar nicht mal so leicht. Weil da, also mir fehlen einfach ein paar englische Worte, was das angeht. Ähm. Ihr Licht hat mein Leben verlassen. So, als hätte es niemals geschehen. Ist das eine Love Story? Ich bin nicht sicher. Es erinnert mich immer noch so an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen. Von der Thematik, die hier teilweise angesprochen wird. Aber das klingt jetzt so ein bisschen nach einer Love Story. Okay. Kapitel 3. Kapitel 3. Ich lass euch aber jetzt mal ganz, ganz kurz hier stehen. Ich bin jetzt richtig, 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 richtig gemein. Ähm. Und mach mal noch ganz kurz das Päuschen. Bevor wir hier voll ins Kapitel einsteigen, ne? Ja. Doch. Ich finde, das ist eine gute Idee. Dann könnt ihr noch mal ganz kurz Tetris spielen. Oder selber kurz noch mal auf Klo. Äh. Frische Luft oder was weiß ich, ne? Und dann bin ich gleich wieder da. So. Äh. Wo muss ich hin? Hier. Das ist mein Knopf. So. Bis gleich, ne? Bis gleich, ne? Bis gleich. Bis gleich, ne? Untertitelung. BR 2018 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 Gerade noch so geschafft, eine Tetris-Gruppe zusammenzubekommen. Mein Handy spricht noch. Moment. Oh Gott, warum vergesse ich das? Aus. So. Und ja, man schaut mit Tippbefehlen. Anders geht's nicht im Chat. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Aber das sieht bisher noch nicht ganz schlecht aus. Ich kommentiere erst euer Tetris. Dann erzähle ich was hier zur Evakuierung. Ja. Oh, der ist ein bisschen fies jetzt. Möglicherweise. Der ist möglicherweise ein kleines bisschen gemein. Aber solange ihr noch lückenlos stapeln könnt, ist ja alles Todi, ne? Oh, ich wüsste, wo ich den platziere, ne? Ein Plugin für Twitch wäre es doch, womit jeder in seinem Browser gegen andere zocken kann, dass dann im Stream zusammengefasst wird. Puh. Oh. Da muss ich allerdings zugeben, kommt so ein bisschen meine eigene Abneigung gegen Twitch-Extensions mit rein. Eine coole Sache wäre es, aber ja, weiß ich nicht. Guten API-Zugang für Twitch habe ich inzwischen, aber ja. Challenge accepted. Hm. Vielleicht mal für irgendwann ganz, ganz großer Zukunftsplan. Da habe ich noch ganz, ganz viele andere Ideen dafür. Das habt ihr gerade noch so nach links bekommen, ne? Den kleinen Joker da. Oh, noch einer, noch einer. Oh, schade, dass es unten eine Lücke ist. Schade, dass es unten eine Lücke ist. Ja, das sieht gut aus, was ihr da macht. Das sieht sehr gut aus. Oh. Oh. Wo werdet ihr den platzieren? Das ist Arbeit. Ja. Die kürzeren Commands kommen auch noch, wahrscheinlich dann bis zum nächsten Stream, hoffe ich. Okay, okay. Also ihr baut ganz fleißig, aber es fehlt halt einfach noch was, um endlich wirklich vorwärts zu kommen, ne? Oh, oh, oh. Oh nein. 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 Das Rotate kam minimal zu spät. Ach, du Scheibenkleister. Mit der Backgroundmusik ist das Draytus Match echt unheimlich. Ja, ein bisschen schon, ne? Das ist richtig. Oh, ihr habt euch gerade so viele Reihen verbaut. Jetzt hilft es eigentlich nur aufzufüllen und erst mal oben diese eine Reihe wegzubekommen. es könnte schwierig werden ja, 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 noch einmal links jawohl, sehr gut, sehr gut abgesehen von der massiven Lücke da rechts, schlagt ihr euch wirklich gut gerade der Todriss das ist schön Todriss finde ich super ok, ok ja sehr schön da hätte ich es auch hingesetzt oh, noch ein Joker jetzt meinst du das Spiel aber echt gut mit euch es wäre gut, wenn man sehen könnte, welches Teil als nächstes kommt ja, das dumme ist ähm, das ist momentan eine fertige Komponente ich habe das nicht selber geschrieben dementsprechend, äh, das Ding bietet leider noch nichts an in der Richtung ähm, die Teile werden dann generiert, wenn sie quasi oben erscheinen es gibt noch nichts mit Zukunft oder Plan in dem Ding ok, ok, was macht ihr mit der, mit dem Vierer oh, 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 oh oh, ihr habt ein Dach gebaut ihr baut quasi Häuschen oh je oh je es sah so lang so gut aus jetzt wird es ein bisschen sehr chaotisch ist doch Astra eine Pixelart ja, total total ja, ich glaube das war's schade, 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 schade schade aber hey ähm, ihr habt euch trotzdem ganz gut geschlagen es ist halt immer ein Teil gefühlt das euch dann das Genick bricht hier aber abgesehen davon sehr, sehr cool sehr, sehr cool so, und jetzt, äh, ne zur, zur Evakuierung die ist nicht hier direkt die ist noch ein bisschen weg von mir aber rund um die Weser rum wird anscheinend tatsächlich gerade evakuiert und der Deich hier in Bremen ist wirklich, wirklich hoch also das war ja eine Sturmflut angesagt mit, äh, zweieinhalb bis drei Metern mehr oder irgendwie sowas über dem, äh, normalen Wasserstand aber das bringt den, den, äh eigentlich den Deich nicht in Gefahr was das angeht also dass hier eine Evakuierung wegen Hochwasser ist habe ich so auch noch nicht erlebt so, da ist die Warnung von Dingens ja, zweieinhalb bis drei Meter sollte es höher sein also das ist tatsächlich, äh puh das ist neu das ist echt neu jetzt wohne ich hier seit acht Jahren ein bisschen drüber aber so ein Orkan und so einen Sturm hatten wir noch nie das ist, puh, ja gut, dass ich nicht so nah am Wasser wohne bin ich jetzt tatsächlich ganz froh drum das ist nicht leicht, wenn man fünf nach rechts und dreimal drehen muss ja, das stimmt das stimmt, das stimmt aber hey, wie gesagt ihr habt euch relativ lang gut geschlagen dann kam dieser eine Klotz der oben zugemacht hat und dann, äh, ja dann, dann ging es halt schief aber ihr schafft das schon ihr schafft das sogar in Bremen ja, ja, wie gesagt ich hab's halt echt noch nicht erlebt seit ich hier wohne das sind jetzt doch halt ein paar Jahre und Hamburg ist auch Land ja, gut, Hamburg hat ne, Hamburg ist ja direkt am Meer quasi oder, ne was das angeht also die haben ja direkt einen Meerzugang wir haben ja noch 60 Kilometer Fluss dazwischen oder 70 irgendwie sowas um den Dreh aber wenn es selbst hier Land unter heißt dann, äh, ja ist die Kacke echt am dampfen so, was machen jetzt diese schöne Schwebeplattform jetzt, wo wir wieder hier im Spiel sind ich bin, äh, gespannt ah es war so klar sie verlieren ihren Strom, ne das war so klar was ist denn das hier eigentlich für eine Gegend das hat so ein hat irgendwie so ein wirkt so ein kleines bisschen wie weiß ich nicht hand over würde halt voll passen, ne oh, warte mal kann ich das da hinschieben? oh okay, das, das das war interessant ich glaube ich weiß, was passiert äh, ich glaube ich weiß, was das ist wir müssen da Hover draus machen kann das sein? so jawohl aber okay, schön sehr schön okay damit hat uns dieses wunderschöne automatische Abwehrgeschütz nicht gefunden wunderbar da bist du froh, dass Hamburg noch eine Stunde weit weg ist ja, ich hab tatsächlich ich hab's gehört dass da auch richtig Party sein muss also das sogar für Hamburger Verhältnisse das Hochwasser echt krass ist ähm aber ich hab noch keine Bilder gesehen aber ich kann's mir so ungefähr vorstellen glaube ich denke ich so wir haben wieder so ein wunderschönes wir bauen lustige Wörterrätsel die wir hier offensichtlich in die Dinger einbauen jetzt gucken wir mal ich hol mir einfach mal das A da raus äh ja das A, das ein V ist das umgedrehte A ohne Querstrich ich will gucken, was da passiert nichts cool warte weg damit so hast du nur das Video mit der Fähre gesehen ja, ich muss mal gucken ich glaube ich geh morgen mal eine Runde spazieren sobald's nicht mehr ganz so krass windet und guck mal in Richtung Weser ich bin ich bin tatsächlich neugierig ähm was das jetzt angeht okay Leute habt ihr Ideen wir brauchen 5 Buchstaben das Wort hat 5 Buchstaben äh die fallen dann offensichtlich hier über mir da auf die obere dieser beiden Plattformen und ich vermute mal die wird's dann nach unten ziehen oder das wäre so das Ziel von dem Ganzen dass es die nach unten zieht vermute ich jetzt mal ähm man könnte theoretisch Stole draus machen das wird's aber eher nicht sein gehe ich jetzt mal stark von aus ähm naja Hylia ist es wahrscheinlich auch nicht das ist ein bisschen zu sehr Zelda ähm Toast wird's wahrscheinlich auch nicht sein apropos kann ich A eigentlich zweimal verwenden Gucken wir mal Toast ist super so probieren wir's einfach mal ich glaub nicht dass es funktioniert aber vielleicht ist es wieder so so ein schönes Gimmick okay es muss auch stark sein Toast ist zu schwach es muss auch äh diese Plattformen überstehen Steel äh würde gehen in Solid ja aber Solid klingt tatsächlich gerade erstmal realistisch ja Solid Solid klingt gut okay probieren wir's das ist auf jeden Fall das glaube ich hat vorhin schon mal so eine Quetsche überlebt ne war das Solid ich bin gar nicht mehr sicher war das Solid ich glaube ja ne hat bestimmt einen Haken wir werden's erfahren okay Bäm es geht schon mal nicht kaputt und es ist schwer genug ja tatsächlich ja Solid ist es Solid ist es sehr schön cool 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 dann kann ich hier rüber sehr gut noch so eine Gehirnleistung und das so kurz nach Mitternacht wow mein Hirn ist tatsächlich schon langsam im Shutdown äh ja gut das okay ich sag's ja Shutdown ich hab's gerade noch gesagt ne es war auch Solid ja ja mich jetzt interessiert was bei Steel rausgekommen wäre ne manche Worte haben ja so wie die Rose vorhin oder manche Worte führen hier ja tatsächlich auch zu so kleinen Easter Eggs aber auch nicht alles Metal Gear Solid großartiges Spiel großartiges Spiel in jedem Abgrund könnte ein Zitat sein ja ja richtig 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 so sieht's aus ähm Greed äh okay die Gear Evac keine Ahnung Abgrund hätte gerade gepasst ja total ich bin halt einfach reingelaufen Doom ich glaube nicht dass es das hier ist aber man kann ja mal gucken platziert ist es auch wegen Metal Gear Solid warum passt denn bei Metal Gear Solid Abgrund ich glaube ich weiß es oh ich glaube ich weiß es I know I know I know I know Love der Klassiker war der Sound Command nicht daran angelehnt ach so ja ja doch ja tatsächlich stimmt oh mein Gott ich hab das das Sound Command schon so lange nicht mehr gehört ne und da es aktuell ja auch keine gibt ähm ja richtig richtig da war was okay okay da sind jede Menge schlechte Begriffe drin das heißt wir schicken was Gutes rein ein bisschen Liebe in den Container und das sieht gut aus das sieht sehr gut aus oh ja das sieht sogar richtig gut aus okay cool Produktionslinie erfolgreich dann gestoppt ähm mhm mhm gut gut warte können wir ein Schild bauen ne wir können aber nochmal Liebe bauen äh ich weiß nicht Liebe ist quasi auch ein Schild in diesem Spiel hier deswegen bin ich jetzt einfach mal zuversichtlich dass uns das auch gegen Geschützfeuer hilft und nicht nur gegen Nadeln äh nö nö was achso das hat uns doch noch erwischt ne okay ja Arschloch Arschloch warte ich glaube wir brauchen einen einzigen Buchstaben wir brauchen einen einzigen Buchstaben B für Benni ja genau für für Benni so dich nehme ich mal mit so mach mal schönes mal an Lörk alles klar danke dir für den Lörk und schlaf gut soviel zu dem einen Buchstaben den wir brauchen ne wir brauchen zwei BB BB das bringt halt nichts scheiße warte warte bam blattworn wird uns den Sieg bringen könnte ich könnte ich aus dem Buchstaben blattworn bauen ah fast nicht nie nicht ganz uns fehlt das N ansonsten wird es gehen abgesehen davon dass es zu lang ist für den Platz den wir haben ach so BB wird ja ok ja grant das Eis ich liebe Miko Miko ist so ein geiler Boss ich mag den Fight auch wenn es ein reiner Gimmick Fight ist ich wüsste gerne was das hier für eine Plattform ist warum steigen da so kleine Dinger auf Lore rette uns erzähle uns die Geschichte die wir benötigen um hier durchzukommen Samsehkosm ja Miko ist so ein geiler Boss ok ich komme mit meiner Taktik nicht weiter was die Dinger zielen viel zu schnell nach ich kann nicht mal ausweichen so kann ich irgendwas anderes tun außer ne hervorragend Chor es wäre ein Wort das irgendwas also es wäre ein Wort das wir hier bilden können ja ich weiß es nicht da kann man auch viel schreiben ja das ist richtig gut wir haben ein Wort gefunden Chor aber es bringt uns noch nix es bringt uns noch nix also es hat keinerlei Wirkung es ist jetzt nicht so als hätten wir plötzlich ne magischen Schild leider ähm Badge geht nicht Bad? Bad tut was also es hat irgendein oh unser Gesicht hat sich verändert seht ihr wir haben plötzlich ein grimmiges Gesicht okay das ist schön oh ich mag diese kleinen Mini Easter Eggs die sind schön Platon ist 1st of Half Games ja von mir auch es ist großartig es ist absolut großartig okay neues Wort 90 von 100 Worten fürs äh fürs Achievement haben wir schon bringt uns aber auch nichts verändert auch null Code Care Bear Code ja fast äh wo habe ich mich da jetzt verschrieben ey hier Code Bald ja okay Code bringt auch nix gucken wir mal vielleicht legen wir hier das Achievement schon mal voll äh äh Door Door ja Door hat zumindest vorher mal Dinge gebracht hier leider nicht Lore würde auch gehen ja ja würde gehen hatten wir gerade schon hatten wir gerade schon Care wäre auch ein positives Wort Car und Care okay gleich ein Doppelwort aber das Schild hat uns vorhin auch nichts geholfen Road ja Core hatten wir schon hilft nichts gegen Kugeln das ist tatsächlich sehr schade fürs Achievement ja 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 deswegen probiere ich jetzt gerade alle durch äh schauen wir mal ob das Ding Bear kennt gut es kennt Bar das ist schon mal positiv das finde ich in Ordnung so dann Bear ja das kennt es auch äh wow ja fast richtig geschrieben ähm mich sehr englisch sein gut so Bee und Bear Errungenschaft freigeschaltet Eloquenz Bier warte Bier ist ist der Allheilsbringer bringt uns nur leider hier nichts sehr sehr schade Lord äh ja wie entferne ich das jetzt ah ah okay also wir haben jetzt 100 verschiedene Worte gebildet nicht nicht alle hier aber ja kann ich mehr als vier Buchstaben ich kann zwei vier sechs acht Buchstaben acht Buchstaben sind möglich darf ja aber ich glaube nicht dass es die Taube weiterbringt es ist ein Wort das das Spiel erkennt aber leider nichts was uns irgendwie schützt seit wann haben wir den Hut auf seit wann haben wir den Hut auf seit dem Lord oder Gott das fällt mir erst jetzt auf deswegen schicker Hut okay ja geil das finde ich super Evade uh ja oh das hat auf jeden Fall schon mal eine andere Wirkung hilft das jetzt noch Arschloch okay achso ja weil ich das Ding jetzt kaputt gemacht habe klar das muss aktiv bleiben oh Evade war's nice wer hat das jetzt gerade gesagt Manga Woman ja sehr sehr gut mitgedacht richtig gut du dachtest vielleicht könnte das Spiel die Haut pflegen ja ich habe tatsächlich mehr an die Taube gedacht als an die ja die Pflegeprodukte okay cool ja nice sehr sehr geil nochmal Love und dann nur bis zum Roten schieben so dass es nicht vernichtet wird so bleibt doch der Schuss bis du aus der Reichweite der Waffe bist ähm ähm ne leider nein leider nein dieser goldene Schild den wir teilweise haben hilft leider bei dieser bei der Waffe nix das haben wir jetzt schon ausprobiert ein zweimal und das ging leider nicht so prickelnd aus ich lass mich jetzt hier nicht fangen ne dafür hüpfe ich in in den Strom rein das ist das ist großartig okay du Zeitdruck was okay ihr seid safe oder dann können wir schon mal hier rüber hüpfen oh das geholfen ja mega mega richtig gut das Spiel kriegen wir um die Zeit auch nur noch mit vereinten Kräften hin glaube ich äh ja fast gut dass du es nicht gezählt hast sonst wäre jetzt der Weg komplett weg und ja und ja okay da oben ist ein Zitat da kommen wir aber gar nicht ran also selbst wenn ich jetzt nicht hier einfach runtergefallen wäre da kommen wir von hier aus nicht ran das müssen wir irgendwie von von oben machen es tut mir übrigens furchtbar leid für die ganzen kleinen Ruckler das ist immer wieder mal kurz und ich weiß immer noch nicht woran es liegt es tut mir super leid ich hoffe dass ich da bald ne Lösung für finde gar nicht gemerkt ja die sind auch meistens sehr sehr kurz aber es sammelt sich ich glaube wir sind inzwischen bei ich weiß es nicht ich sehe es halt hier irgendwie Codierungsverzögerung und Codierungsverzögerung macht hier auf dem Rechner keinen Sinn mit der Grafikkarte irgendwo ist da noch irgendetwas wahrscheinlich im Treiber das ich einstellen muss was jetzt gerade nicht ganz so will wie ich das gerne hätte so Benni hat ja tatsächlich ab und zu mal sowas wie ein wie ein Kurzzeitgedächtnis deswegen schalten wir als allererstes mal das Ding da oben aus so alles schön eng beieinander damit das auch so bleibt wie es ist nur damit es wieder auseinanderspringt hervorragend ich würde gerne das Ding hier nach oben bringen damit wir da oben das Zitat mitnehmen können Rise Rise ist gut perfekt genau das so ähm also äh stopp 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 okay komm mal wieder hierher ne Elevate wäre wahrscheinlich sogar gegangen ja wäre wahrscheinlich sogar ein Wort das geht ja solitär ist auch drin ja okay 17 von 23 ähm für all die Unsicherheit äh wir können nicht äh achso trotz aller Unsicherheit können wir der äh Zukunft nicht entfliehen jemand äh man trifft oft sein sein Schicksal auf genau dem Weg äh auf dem man es eigentlich vermeiden will irgendwie sowas in der Richtung mein Englisch lässt auch jetzt definitiv nach äh one meets his destiny often in the road he takes to avoid it äh okay ja gut dann dann trifft man auf sein Schicksal oft auf dem Weg den man nimmt um die Zukunft zu vermeiden so rum macht es dann wahrscheinlich eh eher Sinn ja das hat nicht funktioniert okay das müssen wir also nochmal ausprobieren gut dass wir jetzt die Worte wissen äh i we d okay hallöchen Nana hallöchen die zweite Nana heute hehehe ein wunderschön so das Ding ist äh aus und ah ok jetzt ist aber die große Frage wie wie hm wie komme ich denn jetzt da hoch das schwebt nicht hoch genug eieieieiei welche Nana gibt es denn noch es gibt tatsächlich noch eine zweite Nana die war vorhin auch da da sind Zahlen drauf ja eins zwei drei vier fünf und sechs die Zahlen habe ich schon gesehen ich weiß nur noch nicht so ganz was wir damit anfangen sollen Nana ja böse alte Nana so unsere Nana ja ja shit okay das war doof okay ich bin mir noch nicht sicher was wir mit den Zahlen anfangen deine Nana ja ja auch das so nicht ganz machen wir noch mal hervorragend ich hoffe alles gut bei dir so weit warte mal warte mal warte mal warte mal ich habe noch ein Wort gesehen das wir vielleicht nutzen können ja jep 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 deswegen sind da Zahlen drauf ihr macht ne Treppe ne jawoll oh sehr schön sehr schön gut kombiniert purer Zufall dass ich gerade die Buchstaben dafür gesehen habe purer Zufall so und so und so und so hervorragend okay Buchstabengrenze du hast wieder um fünf Ecken gedacht ja manchmal ich hätte auch wieder um fünf Ecken gedacht wie und was und warum wie gesagt das war jetzt gerade voller Zufall ich schaue da drauf und sie so weit nice langsam geht es wieder aufwärts Knudels Todesag hatte ich ja wirklich sehr mitgenommen und selbst ja glaube ich dir glaube ich dir das ist hart das ist absolut hart ja und bei mir ja so weit so weit kann ich aktuell nicht klagen zwar Schlafprobleme aus der Hölle gerade letzte Woche die Woche ist ein bisschen besser mit etwas Unterstützung sage ich mal aber äh ansonsten eigentlich eigentlich in Ordnung ja du bist selbst viel am Zocken als du das Spiel ausgemacht hast hast du gesehen dass ich noch on bin äh ja das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich um die Zeit an dem Freitag okay schau mal was passiert hier gerade vier nee ich bin zu langsam live danke nee 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 du kommst doch nicht durch du kommst doch nicht durch aber ich weiß worauf du wartest du Sack ich habe keine Schlafprobleme das wäre ja es ist ja kaputter Schlafrhythmus ungleich Schlafprobleme bei dem einen kann ich wenigstens einschlafen aber das will zur Zeit nicht so wirklich wie ich das gerne hätte aber das kriege ich auch noch wieder in den Griff irgendwann irgendwie denke ich ja okay aber wir brauchen etwas was wir auf den Schalter stellen können und das ist weder der hier drüben noch er hier ich bräuchte ein On aber ich habe kein On ich habe kein On das ich da drauf stellen kann ich sehe auch nichts in der Richtung das ist ein Plüschmops namens Knödel er ist der Rapie Plüschhund noo tatsächlich aus Plüsch oh das ist ja voll niedlich das ist ja tatsächlich voll niedlich oh oh nicht gut nicht gut nein gar nicht ja gut da ist auch die Zensurwand im Weg hier ne aber es ist nicht nur die Zensurwand ich habe halt auch nichts wo ich irgendwie On draus bilden könnte ich konnte Pfeil draus bilden aber ich glaube das bringt uns nichts ne fliehen sie mir nicht oh das ist eine Idee warte das lässt sich ausprobieren Flie will auch passen ja Moment ja da drüben ist es ein Problem der macht das Zeug jetzt gleich kaputt ne aber schauen wir mal ja gut das hat jetzt nicht so funktioniert schade warte ich schiebe den nochmal ein Stück weit zurück ich quetsche ihn ein das ist auch ganz gut glaube ich also so halb ähm Gunny gibt es auch noch ja klar gibt es Gunny noch auf jeden Fall Pfeil ja ich wüsste doch nicht was mir Pfeil bringen soll dran gedacht habe ich schon ja dran gedacht habe ich schon aber Lai ist tatsächlich noch eine Sache Lai funktioniert erstaunlich oft da dürfte dann wieder so ein kleines Ding draus kommen aber das dreht eigentlich die Worte um die wir haben wollen das ist nicht ganz das was ich jetzt hier bevorzuge sag ich mal aber ich probiere es mal genau das ist er hier und jetzt hatten wir noch Flieh ne kriegen wir das da noch raus es ist halt alles im Weg das ist auch Mann schade also vielleicht würde Flieh funktionieren ich kann es nur noch nicht gut das ist immer noch kein on aber es ist mehr als wir vorher hatten Moment achso ich kann den ja auch einfach nehmen und wegwerfen tschüss 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 Gott was für ein Buchstabensalat hier ne Flieh macht leider gar nichts Pixar Freundchen ist das Böse und das Böse wird gut ja ja genau oh das wird interessant warte mal ich habe gerade noch ein Wort gesehen glaube ich ah ne da brauche ich nicht ein zweites V für ich muss aber immer noch irgendwie hier rüber kommen oh warte 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 Knobel Benny ist am Start und hat vergessen dass es ein zweites V braucht äh ein zweites Vogel F ne so off vielleicht kann ich das Ding da drüben einfach ausschalten so Moment 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 es dauert vielleicht noch ein bisschen das war jetzt nicht ganz der Effekt den ich mir erhofft hatte muss ich so zugeben so dich sperre ich mal hier drüben so ein bisschen weg ne tschüss hau ab du störst love bringt mir nichts mhm vielleicht doch ne ich kann mir nicht vorstellen dass es Pfeil ist wenn ich ehrlich bin so haben wir hier noch Buchstaben die uns das Schild hier nicht gibt ja v das spare ich mir mal über nem Schalter i o gut das hier ist ja das ist ein o das ist richtig das ist äh tatsächlich ne Idee ja warte 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 oh ist der Sound fies hey allein deswegen will ich hier weg weil dieses komische Fiederlings wartet lel ja ich glaub nicht ganz nein aber ne oh ist es auch nicht wahrscheinlich hätte ich das oft einfach dem Live-Freund füttern können ja gut aber den können wir uns hier nochmal bauen so ist es ja nicht den können wir ja einfach nochmal nochmal kurz erschaffen so ich schiebe mal alles was wir in Buchstaben so haben hier nochmal weg oh Eol apropos Eol wo ist der eigentlich warum ist der nicht hier ähm quatsch so gibt ihr das Ding ja ja die Buchstaben sind unbegrenzt und ich weiß gerade nicht warum es mir dauernd wieder welche gibt aber ist in Ordnung dann werfe ich die einfach weiter darüber das ist damit kann ich leben so tschüss äh was habe ich gesagt wir bauen nochmal ein off ne und dann nochmal ne lai so ok hallo ja 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 nein warum nein doch wir haben ein on wir haben ein on tatsächlich das war's ich kann nur ja genau ich kann nur die Buchstaben ziehen die da drauf sind ja oh das war aber wir hatten live dann wurde das umgewandelt jetzt ist unser Switch grün wir mussten zwei Lügen nutzen dafür das sind übrigens auch die Waffen von äh oder quasi die Waffen von denen ah hm toll von denen hier gesprochen wurde die wir nutzen eigentlich lügen wir nicht aus der Notsituation wie hier jetzt gerade wegen Love das ist gedroppt dass der kleine Gegner verschwunden ist der kleine Gegner ist äh mehr oder weniger ein Hilfsmittel für uns ah shit das ist tatsächlich gar nicht mal ein Gegner der tut uns nicht weh aber weil er aus einer Lüge besteht dreht er quasi das 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 um was äh da gerade an Wort ist deswegen wird aus Love zum Beispiel Hate oder sowas in der Richtung und das ist dann sehr sehr praktisch oh die Musik ist echt mega fies gerade ne die ist mega fies hört die hier mal auf? nein gut schön warte achso hier erste Sache ab oh okay gehst du auch du bleibst oben okay cool es gehen nur englische Worte ja es gehen nur englische Worte richtig das ist korrekt ja jetzt hat gerade mein Google Assistant mit mir gesprochen okay ich mach das mal ein bisschen leiser so ich hab das Gefühl ich muss gegen diesen Sound anschreien das nicht gut okay ich komm hier hoch das bringt mir aber nix ähm wir müssen den Rotor drehen ich krieg aber kein Turn hin die meintest du nicht sondern das Ding äh was auch einen Buchstaben zerstört hat ja gut das ist ein Buchstabenzerstörer ja der der äh ja der mag mich nicht der ist doof das ist dann tatsächlich ein Gegner ja das hat leider gerade keine Wirkung wäre schön aber nein hoppala in die falsche Richtung schlucken passiert auch wenn ich Papp mache käme dann niedliche Hundewelpe schau mal was dabei passiert es gibt so einige Worte Easter Eggs ne leider nein er erkennt nur das Wort er erkennt leider nur das Wort schade aber ne es hätte passieren können Win Spiel vorbei oh gut nicht ganz aber wieder zwei Worte gesammelt äh Pulse fast oh warte mal doch Pull ja leider nein leider nein ich dachte vielleicht können wir die Leiter von da oben runterziehen das war gerade meine Idee dazu da probieren wir mal Pulse aus nee also denkt dran wir müssen diesen Rotor irgendwie zum Drehen kriegen und wir müssen irgendwie hier hoch zu dieser Leiter und ab bringt uns nicht da hoch also ab hat den Dings da drüben hochgehoben aber nicht Dings live life äh wartet das schützt uns eigentlich vor Gegnern ja genau das schützt uns vor Gegnern hilft uns hier aber gerade nicht wirklich weiter leider Spin Spin ich war die ganze Zeit auf Turn im Kopf ja Spin geht ja das wahrscheinlich ist es das ja okay cool das ist schon mal super mal den ja okay damit kann ich leben das ist ein Abgrund den ich dann überwinden kann okay dann müssen wir nur noch nach oben dann müssen wir nur noch irgendwie hier hoch wahrscheinlich oder die Leiter runter einen Down haben wir leider nicht kein O nee kein O leider nein leider nein Fun probieren wir es aus oh ja unser Gesicht hat sich verändert wir haben jetzt ein breit grinsendes Gesicht als Kopf das ist schön ist ja süß das ist super mit so Zeug äh gibt einiges womit wir hier unseren Charakter verändern können äh fein schauen wir mal nee leider nur als Wort erkannt äh lift lift das kam zumindest auch schon öfter mal vor ja es hilft uns leider hier gerade nix an anderen stellen würde es vielleicht helfen hier leider nein hier leider nein so ablift das kann ich auch nochmal ausprobieren da war noch irgendein Wort twin lever oh ja lever könnte auch gehen okay der Aufwind ist es nicht nein twin weiß ich nicht aber das kann man vielleicht auch nochmal gleich ausprobieren ähm achso ne lever geht nicht weil wir kein R haben wir haben nur ein P shit ja scheiße da war was da war was ähm level ja möglicherweise auch nur als Wort erkannt warte mal hier drüben war nix ne 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 ok aber nichts äh was hatten wir noch twin hatten wir noch nope auch nur als Wort erkannt äh plus also wir haben Platz für acht Buchstaben ne auch nur als Wort erkannt so langsam haben wir alles gefühlt ne da geht bestimmt noch viel ja garantiert die Sache ist nur was warte ach shit falscher Knopf äh nee Idee achso scheiße ab wir haben Leih genau da habe ich auch gerade dran gedacht ja und wir wollen dass etwas runterkommt da okay laufen wir da rüber hop 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 schluck das ab mach einen Daumen draus Arschloch oh nee leider nein leider nein shit aber es war eine schöne Idee es ist aber auch keine Leiter die wirklich runterkommt ne das ist das Problem Lift hatten wir schon ne ja genau da wäre ich vielleicht davon ausgegangen dass das hier was macht aber Press wir haben kein R wir haben kein R das ist das Problem Rungs äh was hatten wir noch genau Leih hatten wir noch ja in dem Moment als ich als ich an die Lüge gedacht habe wollte ich Evil schreiben und dann Good draus machen aber das bringt uns jetzt gerade halt auch relativ wenig ne jetzt kann ich nochmal eine Leih hier hoppala was waren das so weg jetzt kann ich zwar das hier machen und das Ding da erzeugen aber das äh macht dann auch nur wieder so ein Schutzschild Ding das bringt uns leider nichts genau das bringt uns leider nichts ich baue eine Buchstabentreppe ja das könnte gehen ich will das eigentlich auch nicht machen ne naja naja die muss schon verdammt hoch werden das Lügenchirchen kann ich ja das kann ich unendlich benutzen ja das das geht ja in welchem Kapitel sind wir gerade das ist Kapitel 3 ich weiß nicht wie viele Kapitel es sind das weiß ich tatsächlich gar nicht können wir nicht auf dieselbe Weise ein Wort mit R erschaffen dafür müssten wir jetzt erstmal eins wissen das wir umwandeln können wo dann R drin vorkommt aber genau wofür das R für Press nicht sicher Slip kann man auch ausprobieren glaube ich zwar nicht dass das was bewirkt aber naja ne nur als Wort erkannt Unit wird auch gehen ja shit ähm falschen Knopf gedrückt okay Errungenschaftsfortschritt 130 von 300 Wörtern bis wir das nächste Wortachievement haben anscheinend ähm mhm was Pils und dann das Lügenchirchen abfüllen dass es die Tür öffnet ach wegen Lever ja aber wir haben ja nichts ne dann haben wir einen Hebel aber einen Hebel der irgendwo ist ne das ist das wäre wie ein Smartphone ohne Touchscreen ich wusste nicht was es bringt Pils ja aber was 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 wird denn aus aus Pils also das ist die Sache Sieb war es übrigens auch nicht okay wir haben Pi gefunden Split könnte gehen oh ich glaube mal so ist er auf einer ganz heißen Spur äh warte Split oh warte das kriegen wir hin oben ist das Easter Egg das ist korrekt das schaffen wir aber indem wir die Power des Splits rückgängig nicht rückgängig machen warum jetzt nicht rückgängig machen was ist denn da das ich muss auf die Plattform das kam von dir oh oh Entschuldigung Entschuldigung ich hab's erst von von Malta gelesen ja gut aber Leute das lässt sich ganz schnell erledigen lässt es nicht weil es leider den Fortschritt gespeichert hat okay Leute wir bauen eine Buchstabentreppe um da nochmal hochzukommen ähm da oben ist irgendetwas schönes äh für uns wahrscheinlich wieder ein Zitat und das heißt ich will da hoch aber das geht ja so 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 schön eng zusammenschieben alles das soll ja auch stabil sein äh die nächsten Buchstaben perfekt die stapeln sich quasi schon automatisch so wir könnten eigentlich fast wir könnten fast Snake spielen mit dem Ding gerade ich glaube wir brauchen noch eine Ebene extra oder reicht das okay reicht ne passt okay dann gucken wir kurz nach da oben holen uns das Secret und dann gehen wir weiter oh so ein Rotz aber schön dass das geht schön dass das so auch geht alles klar nächstes Zitat äh ein Schimmer der Hoffnung startet in der Dunkelheit und nur in der Dunkelheit kann man die Sterne sehen das ist erstaunlich richtig das ist tatsächlich richtig okay cool 18 von 23 übrigens für diesen Fortschritt hä warum ist denn das warum ist denn das jetzt zurückgesetzt das ist doch jetzt kacke guckt mal wie stark ich bin ich schiebe 40 Milliarden Buchstaben gleichzeitig okay äh Spin brauche ich nochmal ja und ab auch das brauche ich nochmal für das Ding da hinten zack und Spin war das genau dankeschön ja ja so das ist hervorragend ähm irgendwie du hattest gefragt wegen äh den Kapitel ne du warst das glaube ich oder wer war das ja hast du nachgeschaut wie viele das sind und falls ja magst du mir das mal eben kurz verraten oh endlich so kann man hier wieder ein klein wenig lauter machen damit diese aaa damit diese schräge Mucke endlich mal weg ist die war ja echt fies oh 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 nein 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 also schnell in Anführungszeichen nennen wir es mal lieber schnell genug Fenrir warum Fenrir und was ist da drüben warte oho 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 wikinger ja ich bin zutiefst verwundert gerade oh warte das ist hier unten kein Zitat und das müssen wir uns ganz ganz schnell hier aneignen und dann wieder zurück hüpfen und hoppla und hopp Okay Ich werde mein Schicksal akzeptieren Und ein Glimmer der Hoffnung werden Okay Oder so einem Schimmer der Hoffnung Das glaube ich passt ganz gut aktuell Gerade Zu dem Ding Beacon heißt Leuchtfeuer Ja passt doch Ein Leuchtfeuer aus weiter Entfernung Ist auch nur ein Ein Glimmern Ein Schimmern Ich habe es nur gerade ein bisschen In den Kontext von der vorherigen Übersetzung Gebracht Aber ja Leuchtfeuer ist An sich richtig ja Du hast auch Bacon gelesen A Bacon of Hope Oh Bacon Minecraft Spieler wissen Bescheid Ich habe Minecraft nie so weit gespielt Das war immer der Moment Wo entweder meine Kreativität Im Creative Mode versagt hat Oder mein Können im Survival Mode Vor allem meine Motivation Speck der Hoffnung Klingt aber witziger Ja okay dann werde ich halt Der Speck der Hoffnung Das ist auch in Ordnung Also Speck der Hoffnung Find ich super Gerade in dieser Welt Mehr Bacon Für alle Das ist das Was wir dieser Welt bringen wollen Das ist die gute Tat Die wir hier anstreben Das ist das neue Ziel des Spiels Ganz egal Was sich die Entwickler dabei auch gedacht haben Das ist völlig irrelevant Es geht jetzt um Bacon Und wie ich sehe kein Bacon In einer der nächsten Cutscenes Hallo Plattform Hi Bacon Wo Wo Bacon Ja Hier in Game Muss jetzt Das ist jetzt Das wurde gerade offiziell Zum Bacon Game Wir suchen den besten Speck der Welt Und erleben das Größte Abenteuer Währenddessen Das ist sowas in der Richtung Pixel Bacon Ja Auch geil So Cyber Bacon Ist das wie Cyber Nougat Ich weiß nicht was Cyber Nougat ist Ähm Warum klingt das gerade wie ein Schiff Das landet So Warte On Wunderbar Katzen Minecraft war dir zu Open World Minecraft war mir vor allem Ne Ich Schau Tatsächlich Ich schau gerne Gerne Minecraft Videos Und so Von Leuten die Bauen können Und so Also weniger so Survival Gedöns Sondern wirklich von diesen Kreativen Menschen Die riesige Sachen bauen Und dann kommt bei mir halt Gerne So das Verlangen auf Sowas auch zu machen Dann setze ich mich wieder hin Starte das Ganze Im Creative Mode Und stelle fest Ja Ne So gut bin ich nicht im Bauen Dann gebe ich gefrustet auf Und dann lasse ich es wieder ein Jahr lang liegen Du bist Fenrir Du komisches Ding Das vorhin Weiß ich nicht Unseren zweiten Arm geklaut hat Der noch nicht an uns dran war Wohlgemerkt Aber Warum hängst du eigentlich Da hinten an Leitungen Meine Referenz an Simpsons Ja okay So viel Simpsons Habe ich nie gesehen Tatsächlich Wir müssen gegen den Sack kämpfen Der hat sogar eine Bossleiste Nicht gut Was passiert Ich weiß es nicht Wir leben Wir leben Äh Love Love Bäm Schluck das Du Sack Ne nix Dog Nein 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 Wee das heilt ihn jetzt Okay Ne das Oh Oh Hallo Ich gebe ganz offen und ehrlich zu Ich habe nicht mehr mit einem Bossfight gerechnet Ah Oh Ja doof Ah gut Wir Oh Wir starten mittendrin Ah Okay Hier Elfi Schlaf gut Danke dass du da warst So kann ich hier rüber Nein Ich gehe mal Jo Das Ah Nein Nein Oh Knapp 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 Ah Zu knapp Ähm Ja Moment Ah Ah Ja 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 Warte Warte Lass das Ja 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 Lass Lass Aus Pui Hm Hi Felix Heimogambe Danke für den Great Ja Und willkommen im ersten Bossfight dieses Spiels Hallöchen Hallöchen Was gab es bei euch Schönes Das ist übrigens Fenrir Wir sind nur ein kleiner Haufen aus Buchstaben Ja Warte Ich stand vorhin hier Das War das gut oder war das Also das war offensichtlich nicht gut Ah Ja Genau reingelaufen Ja Moment Moment Ich muss Böswilligen Ars ausweichen Okay Das Das ist noch in Ordnung Damit kann ich leben Ja Bye Warcraft 3 Story Dann Monster Sanctuary Äh Monster Sanctuary Habe ich schon mal gehört Aber das war es dann auch Mit meinem Wissen darüber Free Meinst du Ah Hüpfen Hüpfen Free Warte Probier mal Dankeschön Kann ich nicht direkt zu den Buchstaben laufen Leider nein Leider nein Hier Ne Hier drunter müsste ein kleines Licht leuchten Nur dann ist das Ganze aktiv Nur dann kann ich da Buchstaben rausziehen Das Ganze hier ist mehr oder weniger Rundenbass Hier könnte man sagen Ohne dass es rundenbasiert ist Oder sagen wir es mal so Er hat mehr Runden als ich Viel mehr Runden Okay Aber ich glaube er macht immer das gleiche Das ist gut Das ist gut So dann kommt jetzt nochmal Beide Fäuste runter Aufladen 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 On leuchtet Ja das ist richtig Das leuchtet Aber Leider nicht Nicht ganz so wie ich Das gerne will So Kurz mal konzentrieren Ich meine das Licht über der Tafel Genau Also bei der Tafel leuchtet dann noch so ein kleines Licht auf Ähm Also ich würde da jetzt Safe draus bauen Wenn ich rüberkomme Das ist gerade das Wort das am meisten Sinn macht Keint Keint ist auch gut Ha Okay Jetzt Ne Jetzt leuchtet das Licht Äh Keint Und dann nehmen wir das Wort gefunden Sehr schön Ja das sieht gut aus Das sieht gut aus Errungenschaft freigestaltet Land of Hope Fenrir Geh kacken So Mach mal was Du bist nicht du Wenn du hungrig bist Was willst denn du jetzt Ne Nix Defeat Nix Failed Warte Warte Life ist gut Und death Und danke Leute Dankeschön Für das GG Komm schon Leben ist stärker als Tod Holy shit Jetzt aber Oh Schicksal Warte mal Fenrir lebt noch oder Ja es war etwas Lediert Aber er lebt noch Und das Schlimme ist Wir sind genau in seiner Hand Wir sind nicht mehr in seiner Hand Wir sind Uh oh Weil Leben ohne Tod nicht geht Ja das ist richtig Das ist richtig Oh nein Ist das ein Spiel mit einem schlechten Ende Mit einem Bad Ending Das wäre mal was Neues Hero Ja Da ist unser Zweiter Arm Der MP ist Hope Okay Ich muss sagen die Effekte sind mindestens so übertrieben wie in jedem Transformer Film Aber hey Schaut euch mal unsere Muskeln an Das ist richtig nice Breite Schultern Schöne dicke muskulöse Arme Erstmal Fenrir's Sodbrennen des Todes bescheren Ja ne Oh Oh schade Aber ich dachte das wäre jetzt so ein Superhelden Losfliegen oder so Glaube Hoffnung Licht Äh Bliss Weiß ich nicht mehr Ähm Liebe Alles Kurz zusammengefasst Alle positiven Emotionen Gefühle Die es gibt War das Typo Man? War es das? Wahrscheinlich ne? Ich bin jetzt einfach Gott Haha Ja auf jeden Fall Auf jeden Fall ne? Hahaha Oh ist schön Sehr 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 cooles Spiel Sehr cooles Spiel Hat mir sehr gefallen Ein bisschen schwierig wenn einem möglicherweise das englische Vokabular fehlt Muss ich ganz ehrlich zugeben Wobei ich auch glaube dass auch äh Ja Native Speaker Also ne Natives da durchaus An dem ein oder anderen Wort vielleicht ein bisschen gehangen werden Weil es halt einfach nicht so im Normalen Wortschatz drin ist Aber sehr sehr geiles Spiel Hat mega Spaß gemacht So Nochmal für euch ne? Falls ihr es kaufen wollt Oder so Gibt es auf Steam Kostet nicht viel Ähm Deutsche kleine Firma Also gibt es auch offensichtlich noch auf anderen Systemen Die ich jetzt gerade nicht erkenne auf meinem Monitor Nicht nur auf Steam Aber ich habe leider nur einen Steam Shop Link Ähm Und ich würde mal sagen Das Spiel hat auf jeden Fall Zurecht Einige Preise damals gewonnen Äh Als es rauskam Ich glaube das war 2016 oder so Deutsches Team Das das entwickelt hat Sehr sehr geiles Ding Sehr sehr geiles Ding Hast schon auf deine Liste gepackt Sehr gut Sehr gut Cool Wirklich wirklich cool Mama Ja ich habe es auch gerade gesehen Naja Ne Hahahaha 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 Supportet bei Film und Medien Stiftung NRW Finde ich tatsächlich auch sehr sehr cool Und noch ein Achievement Thank you The End Oder 2017 Na keine Ahnung 2016 glaube ich ist es rausgekommen Sehr sehr geil Ich finde es halt auch mega Dass man tatsächlich für Film und Medien Also ne Dass man für Spiele Ähm Auch Förderung Bekommen kann Aus der Politik und so Bin ich sehr sehr großer Fan von Sehr cooles Gameplay Prinzip Erfrischend Absolut ja Richtig 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 cooles Spiel Super gut So schauen wir mal ganz kurz Da sind ja einige Sachen dazugekommen Wie es ausschaut Ne Statistik Okay Gefundene Wörter 136 Wörter haben wir geschafft Wir sind damit auf Rang 5711 Von 33.666 Das sind gar nicht mal so viele Leute Die das Spiel dann gespielt haben Also sofern das natürlich alle sind Äh Und jetzt vielleicht nicht nur Also Keine Ahnung Ob das nur Steam ist Oder tatsächlich global Das kann ich jetzt nicht beurteilen Aber 136 Wörter Ist gar nicht mal so wenig Das sind tatsächlich Gar nicht mal so wenig Oh wir haben nur eins mit H Das ist ein bisschen schade Wir haben kein einziges mit Q Und auch keins mit Z Oder Y Was ist das Tagebuch Ah ok Das sind die Ah Das sind die Zitate Wenn ich das jetzt hier so richtig sehe Sind das Eins Zwei Drei Vier Zitate Die wir übersehen haben Oder was heißt übersehen Manchmal wussten wir wo sie sind Aber wir konnten nicht mehr hin Ok Schade Kapitelauswahl Gibt es noch Ah hier steht auch Wo wir welche übersehen haben Hier in Kapitel 1 Haben wir es übersehen Und da haben wir zwei übersehen Im letzten Kapitel Hatten wir jetzt Ne auch Ne da fehlt auch noch eins Klar Ich hätte ein Wort mehr Wenn ich deinen Vorschlag mit Tune genommen hätte Oh den habe ich Den habe ich komplett übersehen Entschuldigung Ah schade Aber echt cooles Spiel Sehr sehr cooles Spiel Hat großen 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 Spaß gemacht So Jetzt schauen wir mal ganz kurz Wie viele Achievements haben wir 8 von 20 Das sind nur 40% Das ist gar nicht mal so viel Das ist gar nicht mal so viel Aber das andere ist glaube ich Für Wörter finden Was es noch gab Storyteller Genau Ja gut klar Alle der Zitate finden Logisch Oh Wir hätten ein Ziel Für die Für die Selbstschlussanlagen Bauen können Wir hätten auch rein theoretisch Dem Feuer entkommen können Während wir vergiftet waren Alles klar Wow Wenn wir zusammenarbeiten Schaffen wir auch Platz 1 Hier im Spiel Weiß ich nicht Das ist dann schon Schon sportlich Aber ja Andererseits schaffen wir keine 2 Punkte in Tetris Ja Üb das mal Und dann probieren wir es nochmal Das ist gut Aber ja prinzipiell Jo wir schaffen das Irgendwann Wenn du dir das nächste Mal in den Buchstaben Suppe machst Bist du dreimal so vorsichtig Ja Für alle die auch mal auf Steam gucken wollen Oder Gab noch ein paar andere Plattformen Und Ne Ich habe jetzt Ne Ich kann es nicht sehen Weil meine Vorschau hier zu klein ist Aber 1-2 Plattformen waren da halt doch noch Ich glaube es ist auch auf der Switch oder so draußen Und Wie man sieht 4,5 Stunden Kommt man schon auch ganz gut durch Das Das geht Das geht Rungs Und Dankeschön Für 10 Monate Danke Dankeschön Jetzt noch kurz vorm Ende Ein reinballern Ne Und apropos Ende So Es ist 20 nach 1 Wir haben das Spiel durch Wir hatten ein riesen Unboxing Ein riesen Chaos hier auf dem Schreibtisch Ne Talkrunde hat auch mega Spaß gemacht Ja Dann würde ich sagen Entlasse ich euch jetzt einfach mal ins Wochenende Ne Lasst euch nicht wegwehen Und so Ne Falls immer noch Sturm ist und so Oder wie hier Hochwasser mit Evakuierung Rund um Rund um die Weser Glücklicherweise wohne ich nicht so nah am Wasser Aber Holy Shit Ne Das habe ich hier auch noch nicht erlebt Ich muss gleich noch mit Sammy mal raus Und Ich halte meinen Hund mal lieber beim Pinkeln fest Ne Nicht dass es die einfach Hui Wegweht Das wäre eher ungut Und Manga Woman Dankeschön Für die 100 Bits Dankeschön Tolliges Knobeln Ja Hat super Spaß gemacht Hat richtig Spaß gemacht Lass Sammy an der Leine Ja sowieso Sowieso Weil Ich kann nicht ohne Leine mit der Vor die Tür gehen Das hatte ich einmal Dann ist der an einem Sonntag einfach quer über die Straße geflitzt Und ich war so froh Dass Gerade mal zwei Autos unterwegs waren Und die aufgepasst haben Aber Seitdem Nein Die läuft mir nicht mehr ohne Leine Ähm Wenn ich nicht 100% sicher bin Dass da nichts sein kann Puh Das Das war hart Ähm Ja So Jetzt dürft ihr euch noch einmal ganz kurz Selbst auf die Schultern klopfen Für Das was ihr hier heute Dargelassen habt Den Host Die zwei Raids Die zwei Cheers tatsächlich Und die zwei Subs Ich glaube das war's Dann fängt es wieder von vorne an Ja Ne Und ich suche uns jetzt nochmal jemanden Wo wir hinraiden können Ich hoffe da ist noch irgendjemand da Ich hoffe da ist noch irgendjemand da Bevorzugterweise Äh Kein Horizon Forbidden West Hm Dover Streamt God Horizon Ja das habe ich gesehen Aber ich will nicht Äh Ich will tatsächlich kein Kein Forbidden West Stream Nicht deswegen Weil es ein scheiß Spiel ist Ich werde das jetzt auch gleich Auf der PS Auf der PS5 Installieren Sondern Weil Äh Ja Wir waren jetzt hier Spoiler Fry Äh Spoiler Fry Deswegen würde ich das auch gerne Weiter so behalten Dass wir Spoiler Fry bleiben Spoiler Fry Ne Ich habe da glaube ich tatsächlich jemanden Ich glaube das passt auch sehr sehr gut Ähm Ich muss nur ganz kurz die Werbung abwarten Ich brauche vielleicht echt mal Twitch Turbo Demnächst Oh ja Das sieht jetzt schon abgefahren aus Das sieht jetzt schon abgefahren aus Okay Ich schicke euch zu Äh Zu Zu dem Merciers Der spielt Games und Demos Ich habe keine Ahnung was er gerade spielt Aber es hat nur Drei Farben Im Blau türkisen Farbraum Sieht so ein bisschen aus wie Früher das Labyrinth Äh Aus dem Windows Bildschirmschoner Und äh Ich glaube er zeigt gerade in einem Alien einen Mittelfinger Ja Seht einfach selbst Ne Leute Vielen vielen Dank dass ihr da wart War super cool Ähm Viel Spaß bei Merciers Ne Wir sehen uns da gleich drüben Jetzt noch kurz Endeszene Und äh Ne Da steht auch nochmal bei wem wir landen Falls ihr noch nicht sicher seid Ähm Und wir sehen uns dann Freitag wieder Ne Nächsten Freitag Äh Auch mit dem nächsten Unboxing dann Dann kommt das Elden Ring Unboxing Da habe ich auch die Äh Die Die Premium Collectors Edition Ich habe immer noch keinen Platz dafür Aber egal Ne Und wieder ein cooles Thema Da werde ich sicher noch was finden Und äh Spiele technisch Finden wir garantiert auch noch was Ne Also Leute Schlaft gut Danke fürs Dasein Kommt gut durchs Wochenende Lasst euch nicht wegwehen Bleibt gesund Und ähm Ne Wir sehen uns Ciao Boom Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal